ha leute und ein herzliches willkommen wieder zu einem neuen live live stream als sven rumpel sind wir wieder back am start heute also als polizist mit unserem letzten gekauften gtr den wir heute noch mal ausstatten maybe fahr ich später auch ein anderes auto mal schauen auf jeden fall wer es noch nicht wusste leute kostenlos ein like da lassen lasst kostenlos ein abo da sagt den leuten bescheiden sie sollen abonnieren glocke aktivieren kostet nix würde mich sehr freuen wir diesen kanal unterstützen könnte wie gesagt like oder abo das kostet nix und wichtige informationen euch leute black weekend läuft immer noch bei mir im shop shop ist unten in der beschreibung es gibt jetzt gratis stuff zu eurer bestellung dazu zu jedem shirt und ich glaube zu einem pullover bekommt ihr ein gratis produkt dazu jetzt muss ich mal gucken nee no admin bitte und streamer mode ganz wichtig und richtig auf jeden fall schaut vorbei und die ganzen led schilder gibt es wieder also alles was ausverkauft war soll es jetzt eigentlich wieder geben leute bis auf den adventskalender der ist ja komplett ausverkauft gewesen der wird auch nicht nachproduziert aber die led schilder die rlo schilder das doch schild es ist alles wieder auf lager jawohl so sieht es aus gut genug werbung macht für jetzt wir starten durch ich steige ein und dann fahren wir gleich mal zum pd rüber so vielen dank an was worsten oder watzen watzen ein zehner für dünner fuhl dankeschön auf jeden fall wohl der ist für dich mit ehrenhaften zehn euro mit fies das ist immer schön mit fies dazu mit gebühren so ich gehe nur erst mal links holen ihr wisst wie wir den tag immer starten wir holen auch ich habe keinen platz mehr perfekt eigentlich immer mit rubbellosen damit starten wir durch um ein bisschen was zu essen so ein bisschen essen und dann starten wir richtig durch zack 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 bisschen kaffee so was habe ich alles und dann starte ich gleich mal durch mit den rubbellosen aber ich habe letztes mal ich habe 15.000 gewonnen letztes mal zuerst 5000 danach das zehntausende los aber glück glück ist heute auf unserer seite das ist schön ja aber leider kein zehntausende aber immerhin 1000 dollar wir haben heute glück das ist gut damit starte ich gerne den tag das passt weil ich jetzt schon tanken ne 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 weiß ich nicht weil ich tank gleich hier auch weil das nicht mehr gar nicht mehr so wenig drin so dankeschön an marvin will für 90 cent und noch mal für zwei euro kannst du mich bitte grüßen bis mal marvin will jawoll zu lb dann für 90 cent und der sensenmann tv den kenne ich doch das auch jemand da dabei linie suicide schieb danke für das ja mein router hat mal wieder rein geschissen und diese uhrzeit perfekt einfach mal um 17.50 direkt wenn ich den stream starte sagt er mir oder ich habe jetzt bock ein restart zu machen das ist genau mein humor geht gleich weiter leute ich muss wieder rein ins spiel perfekt ja ähm router restart um die uhrzeit sorry leute hat äh ich wusste nicht dass der um 17.50 restart macht derzeit hätte ich das gewusst hätte ich natürlich den router vorm stream noch einmal gerestartet ja kann man nichts machen leute nochmal neu rein ich diesen router hasse alter diesen router hasse ich einfach möchte ihn jemand haben mein router möchte ihn möchte jemand tauschen möchte jemand meinen router haben das ist echt nervig ne du weißt nie wann er restart ist kann immer es kann immer sein und jetzt jetzt kann ich auch nicht mehr in den stream rein super ah jetzt jetzt steht er wieder perfekt ah schön ist das schön so starte ich meinen stream gerne und ihr so ich hoffe ihr auch so ich hoffe jetzt funktioniert die einblenden auch weil letztes mal war die einblende nach kaputt äh tobi danke für eine schweizer franke vielen vielen dank so hoffen wir mal das connectet sich hier wieder zack wenn nicht dann wissen wir bescheid leute so ja doch funktioniert perfekt funktioniert wieder zack zack das tun wir auch wieder einstellen so bin ich froh wenn ich mal einen richtig guten router hab der nicht die ganze zeit um irgendeine uhrzeit restartet wenn er gerade bock hat meistens dann wenn ich gerade am stream bin hauptsache um 6 uhr morgens macht er nichts das ist ihm scheißegal so ähm martin äh sprigale danke für 2 euro und joel b danke auch für den euro vielen vielen dank für euren support ach so da la kommen wir nochmal rein router auf 3.0 gefixt ich hoffe dass es bis dahin soweit ist ne das ist echt schlimm ey das ist wirklich schlimm so sven rumpel hier mal sven rumpel rein ja sind wir richtig nicht dass ich den falschen sven benutze äh den äh falschen rumpel meine ich den falschen sven genau ist mir schon öfters passiert dass ich auf einmal den falschen rumpel hatte so aber äh ich hab noch alles weste zimmer aus zack boom perfekt und auto ist aufgetankt hoffe ich mal oder auch nicht ja ja perfekt ja genau passt ja nicht mal aufgetankt ist er jetzt perfekt ich hab's komplett umsonst betankt so ist das leben schön sogar es ist sogar weniger tank drin als davor sogar noch weniger ja passiert leute passiert so jetzt läuft er jetzt aber jetzt aber ja dann auf auf zum polizeipräsidium auf geht's leute stort mal durch in den druck und mit einem kaputten auto wobei weißt du was ich mache die fensterscheibe der heile ich glaube es kostet nicht mal was die hier heile zu machen oder oder kostet das hier was fensterscheibe heile machen ah kostet nix perfekt hat mich keinen cent gerade gekostet die fensterscheibe geht doch so ähm geht hier na nicht na falsch alarm für cupro 11 könnten wir auch wieder spielen mit der kiste alarm für cupro 11 perfekt sehe ich mich ne so geht hier was tank speichert schon wieder nicht auf 3.0 gefixt schau mal ist der tank wieder halb leer gefühlt meine güte ey das ist alles auf 3.0 gefixt ich schwöre ich sag's nicht nur ich schwöre es ist so so nochmal tanken das dritte mal jetzt ich tanke schon das dritte mal ich komm hier nicht mehr weg jetzt crash nochmal mein router ab oder so jetzt crash mein game oder sowas und dann geht's nochmal von vorne los hätte ich gesagt so bezigert ist das fuhr ja jetzt aber kann ich jetzt bitte endlich von hier weg fahren danke bitte danke ich will kein viertes mal tanken gehen so rekruter dank für den 10er mit ehrenhaften fies schönen abend dir und dem chat jawoll grüße genauso an chat ich frage mich bis heute wer der liebe chat ist marvin hahn danke auch für ein euro und fürs nichts dazu schreiben sehe ich auch gerne und schon alle guten dinge sind drei jahre beim tanken eher nicht bei dem derzeitigen benzinpreisen so wir fahren aber komplett legal richtung was wir denn so lange noch ein bisschen dort sind auf komplett legaler weise richtung hingefahren ja danke robert aber ja update zum server unser server lief ja jetzt die letzten tage gut durch gab keine probleme seit heute crasht er wieder weg also ich bin mittlerweile echt so ein bisschen am verzweifeln woran es liegt man merkt vielleicht dass ich ein bisschen müde bin ein bisschen angepisst bin an dieser hinsicht weil wenn heute der server wieder crashelt dann weiß ich bescheid okay wieder gecrashed oder bin ich hier mit 130 gefahren naja egal jedenfalls ich muss sagen in letzter zeit das ist seit wochen kopfschmerzen deshalb seit wochen weil dieser blöde server einfach nicht rennen möchte es funktioniert nicht ich habe jetzt tagelang ruhe gehabt heute 15 uhr wieder angefangen derselbe crash die wir vor tagen wieder hatten und ich weiß nicht woran es liegt ich habe keine ahnung ich habe keinen plan wir sind am debuggen was das zeug hält ich sitze dran stundenlang und zerbreche mir den kopf darüber es ist halt echt nervig weil wir tun halt die spieler leid wisst ihr die zocken hier drauf und dann crasht das server weg und dann jedes mal unterbrechen 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 das macht ja keinen spaß ne ich hasse wenn irgendwas nicht funktioniert das ist die letzten tage auch wieder so die letzten tage gefreut und heute wieder alles scheiße kann man sagen das drückt ein bisschen die stimmung schon die also sieben dank für zwei euro und katalea was ist acht dass wir der scheißausbruch natürlich der buchstabe weben schweißausbruch der ist wichtig und richtig er ist richtig und wichtig es war 14 uhr ja es war so 14 uhr 50 oder sowas also wieder so circa 15 uhr was komisch ist das hat immer so ein timing so immer so ab 15 zwischen 15 und 20 uhr ist es jetzt ist das jetzt ist der joke der andere server der die crashes hatte der läuft komplett durch das keine probleme und ich habe mittlerweile so das gefühl dass es irgendwie einen bei 5m einen exploit gibt dass das server crashen kannst ich weiß nicht ob es so ist ich habe keine ahnung ich weiß dass es übelst abfuckt derzeit werden wir heute sehen ob wir heute wieder abcraschen mit dem server mal gucken aber es ist halt komplett ich sag mal nervig und aufreibend weil das nagt an einem wenn du einfach keine ruhe hast die ganze zeit ein ausfall ist die ganze zeit crashen das ding weg muss gucken wo man liegt sondern siehst du auch selber error geil du weißt nicht wo kommt der her das ist das problem du weißt halt nicht wo der error her kommt und ja mittlerweile arbeiten wir schon mit den 5m leuten zusammen die sich da schon ein bisschen das gesehen haben dass das ja nicht nur unser server es gibt mehrere server die das problem derzeit haben aber ich weiß nicht ob eine lösung bald in sicht ist weil wir halt nicht viel informationen darüber sammeln kannst also ich vermute ich vermute dass es irgendwie bei 5m muss irgendwas gerade schief laufen ich weiß nicht was es ist das komische ist es sind nicht alles betroffen sind nur ein paar betroffen und ich habe den server komplett von grund auf neu aufgesetzt also alles neu wir haben komplett neues system wir sind schon auf dem dritten server und es ist es ist immer noch da aber werden wir werden gucken ob heute mal durchläuft ich mein durchgelaufen ist er nicht erst heute schon wieder abgekratzt aber schauen ob es im stream passiert wird mich sehr interessieren wer mal dann merken sobald so weit ist vielleicht mal täglich restarten das macht das automatisch der restartet sich jeden tag um 5 uhr morgens um 5 uhr wie ich hatte der sicher ja alles schon durch probiert mittlerweile alles durch ich meine wir haben ja das system sogar neues windows haben wir wir haben es mit windows 22 probiert alles durch alles durch alles durch alles durch was ist hier los ok ja gut muss ich wissen ah verkehrsunfall denke ich mal so dass wir auf ganz entspannt in den dienst jawoll 5m hat der hacker angriff dadurch ist das by the way hat man auch gehabt ne doch nicht dadurch du meinst sicher weil der server down war dass du nicht connecten konntest das meine ich nicht ich meine wirklich dass der server wenn du den start ist der irgendwann abcrasht also der server crash dir weg unter die füße hat nichts mit damit zu tun dass 5m angegriffen wurde die letzten tage das wurde jetzt die letzten tage sehr viel angegriffen windows 22 ja das ist die server version also hat halt an sich nichts mit ddos angriffen sonst was zu tun es wird halt nur vermutet dass es ein exploit gibt und irgendjemand mit so einem script vielleicht durch ballert oder es irgendwo ein bug gibt aber ja ich kann es halt nicht sagen woran es liegt die wir können es nicht sagen und das ist halt echt liegt es am hosten ja auch nicht wir haben alles durch probiert alles also uns sind derzeit so ein bisschen die hände gebunden was ich sehr schade finde weil ich bin halt ich bin echt ausgelaugt also ich habe es schon letztes mal gesagt ich bin ausgelaugt aber so ausgelaugt wie ich jetzt bin ist echt hart am limit mittlerweile ihr müsst euch vorstellen ich bin ich werde schon langsam so ein bisschen verrückt wenn das nicht funktioniert ich träume davon dass mir der server weg crasht heute wache ich auf und lese das erste nachricht discord ja selber heute wieder gecrasht ich hätte kotzen können ich hätte so kotzen können wirklich und es ist es ist auch kein script wir haben dieselben script seit monaten drauf wir haben es durchprobiert ist der server lief ja er lief jetzt jahrelang problemlos so das ist ja das ding wir haben nichts verändert gar nichts es kam einfach von nichts aus und es kam auch nicht durch ein update oder so das ist ja das komische es kam durch kein update deshalb es macht irgendwie am meisten sinn dass man weiß okay da ist irgendein typ der hat den exploit und ballert ihr da in den server die ganze zeit runter aber wir wissen es halt nicht na aber ich bin ich bin wirklich mittlerweile so ein bisschen am strugglen wie sowas ich weiß nicht sowas mit ich hasse ist wenn irgendwas nicht funktioniert und du weißt nicht woran es liegt es ist egal was ich habe auch gesagt wenn ich zum beispiel jetzt ein kratzer im auto drin habe mich stört dass mich fühlt dieser kratzer so lange stören bis er weg ist mit stört so was ich halte das nicht aus ich träume dann davon dass der kratzer größer wird und nicht weg geht oder solche sachen wisst ihr ich mache mir da so viel kopf drum wobei es eigentlich eine kleinigkeit ist aber am server hängt halt sehr viel da hängen halt auch leute mit dran die hier zocken wollen wenn ich weiß es funktioniert nicht dann pisst mich das halt an macht mich halt dauernd weil du suchst eine lösung findest keine ist halt vielleicht ein hacker wir würden ja sehen wenn wir angegriffen werden oder wenn sich für einloggen würde oder so also wenn dann musste das von außen irgendwas sein aber ja man hat halt wenig schlaf dadurch muss ich sagen also ich bin halt gerade so ein bisschen bisschen am verzweifeln was das betrifft wissen manchmal habe ich da echt so manchmal mache ich mir echt so den kopf wo ich mir so denke einfach einfach das projekt so ein bisschen in den keller fahren und das einfach jemand anders machen lassen einfach kein bock noch das projekt aber ich habe wirklich tage da denke ich mir so ich schmeiße das ganze projekt einfach hin so und das sind so tage wo ich mir denke warum tue ich mir das so anweser weil ich habe ich habe teilweise vielleicht merkt ihr es ich habe ja teilweise nicht mehr zeit streams zu machen weil ich einfach ausgelockt bin ich bin heute ich hatte no shit lass mich überlegen zwei drei stunden schlaf ich bin so ausgelockt wirklich bin so hat ausgelockt aber stream ist auch mein job ne und ich habe mittlerweile keine nerven mehr die nerven sind auf null gerade ich freue euch da gerade was vor ich weiß aber ich würde nur sagen wie es mir gerade so ein bisschen geht ist mir gerade so ein bisschen wichtig dass ihr es auch wisst dass gerade alles nicht so gut läuft und ich gerade so einfach nur kein bock mehr habe so gefühlt einfach kein bock mehr auf das ganze so aber ja ich überlege gerade was ich gerade mache ja ich bin komplett lost ich hatte ein paar stunden schlaf also ich muss jetzt muss mir ein bisschen ein kriegen ich baller mich hier gerade bedingt zu der taste 18 kannst du sagen nee das sage ich nicht aber dankeschön mit bis der beste die der friction hei wie geht es dir und sind seit vier jahren vip ja moin der friction kann ich noch groß geht raus sind die unten ich glaube die sind unten also nun ein urlaub will gut tun da sagen sehr viele zu mir aber das letzte mal als ich urlaub gegangen bin wurde ich einfach ledget krank und hatte keinen richtigen urlaub zwar mein letzter urlaub war vor vor einhalb jahren habe ich urlaub gemacht das letzte mal sonst nie ich hatte jetzt nie urlaub gehabt muss ich ehrlich sagen hätte nie so eine richtige hauszeit außer naja urlaub in anführungsstrichen war wo ich corona hatte da konnte ich nichts machen da hatte ich das war mein einzigen urlaub die ich hatte wegen corona ich weiß gar gar nicht was ich machen soll ich bin gerade so lost alter was habe ich jetzt ich habe jetzt meine sachen gepackt ja passt ich habe alles ich muss mich eintragen das wollte ich machen mein gott ich wollte mich eintragen funk und das alles erhöhte gefährdung vermisst wird mittlerweile nicht mehr vermisst aber ich weiß es ja nicht im wie viele sind wir gerade da ziehen wie setzt sich das zu ach hier unten sind die x-ray units sind sehr viele ok ich dachte mir gerade wie setzt sich das zusammen da oben nur zwei stehen mit dem fahrzeug typ ich bin keine heiß bin ich bin straßenwagen gebiet frei besatzung haben wir hier ist lieutenant 2 mit windrumpe und ich weiß meine nummer nicht mehr naja geil scheiße was meine was ist meine nummer noch mal was hat mir ich muss mal gucken was hat mir was hat mir harris damals geschrieben chief harris hat mir hat mir geschrieben was es ist hier 70 005 ok perfekt dann lasse ich das drin ja ja 70 005 was jetzt habe ich gut wenn ich das eingetragen das passt und dann gehe ich in den funkel ich gesagt und mein gerät nicht perfekt so dann habe ich mir nur ganz ganz schnell noch so dann habe ich noch mal was machen bevor ich sirene anbauen ja perfekt habe ich vergessen egal ich habe einfach an was geht ein und von blitzer ich mache heute richtig auf auffällig heute baller ich richtig hat licht da rein letzten mal war nie so viel licht drin dieses mal vollgas alles was geht alles was beine hat so front blitzer wie den wendert haben wir da rein heute lasse ich die sauer aus bei dem gerät fast dann will nix pr der kommt oben rein oh ja so sollte er so passen ja und wie das passt perfekt alter sieht das heftig aus und hinten noch nehme die euerfront blitzer die tumor umkehren die wollten wir letztes mal überlegt ihnen spoiler einzubauen mache ich aber diesmal nicht hä ich habe doch admin duty ausgemacht was ist jetzt los ich habe das doch ausgemacht gerade ach so ich bin der neue gejoint ich depp da war ja was so upsie ja ich bin neu rein gejoint leute ich hab das vergessen der neue drin so maybe yes die lichtbar und hängt noch mal und den pp rbalken rein alter beim spoiler einmal und das wäre es doch heftig aber ne ne den hauen wir oben rein ist sonst du matsch das ist in die mitte hauen ein bisschen hoch ja passt ja ich finde das passt so das ist das gut so ich wollte noch mein gerät aufmachen der gerät der wird nie müde der gerät ist immer vor die chef in geschäft doppelt display plate text und display rein da in die olga eximit eximit same opposite lane menu auf 140 ja robert alles eingestellt perfekt ich bin ein systemer ich könnte dich unterstützen die ursache zu finden ist halt schwer wenn selbst 5m nicht mehr weiß wo das problem ist weil wir haben ja wir haben ja logs und mehr dampf als wir wissen auch wo das problem liegt es ist eine memory corruption die passiert aber wir wissen nicht wo sie herkommt und in der damen findest du nicht viel wo es herkommt dass das problemchen auch nie warum sieht jetzt vorher die front sogar auch nein oder ach leck mich jetzt kann ich das alles neu machen doch nur guck es ist da vorne dieses dieses ding falsch ich hab's doch so schön hinbekommen muss ich das neu machen leute hilft nichts der ab der abgesehen was passiert ist vorne die front bis rausgeglitscht ist super ich hab's nicht gesehen machen wir noch mal den xlpr balken rein ach gott konnte ich das unten nicht sehen der 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 hat rausgepackt so jetzt ist richtig mein gott ey wo habe ich gleich wieder zwei weiß ich weiß nicht wie ich das errichte so schübe die schübe die bop 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 so das nehmen wir passt heckleuchte ein frontblitzer nach hinten heck ausgedingselt jetzt wo richtig ne ich krieg das gerade nicht hin dass der im heck ausgedingst wird was manchen falsch hallo ich mach doch einfügen entfernen ich mach doch entfernen er macht das nicht er macht sich mit mit mir hallo ich schwöre ich drücke ich habe irgendwas kaputt gemacht ich drücke das ding aber irgendwie möchte er nicht er dreht sich nicht das ist ein bisschen problematisch muss die blitzer nach hinten aus richten das geht gerade nicht ach komm was ist denn heute los du bild für er bild weiß ich so dann gehe ich hier lässt sich nicht ausrichten ich kann nur noch unten aber ich kann ihn nicht ich kann den flippen von oben nach unten aber ich kann nicht entfernen drücken alter geht mir das gerade auf den sack also nochmal neu ne geht nicht mehr ich kann was ist heute für ein tag es funktioniert gar nichts wieder ich starte rein und ich krieg nichts hin nichts gebacken hier aber den back hatte ich auch noch nicht kann ich kann sich flippen auf entfernen guck ich kann ihn nicht flippen ich kann nur upside down die entfernt oder ist meine entferntaste kaputt gegangen boah bist du ich kann das problem ist kann halt so nicht auf streife fahren weil hinten dann das ding fehlt ich mach mal kurz restart rlo leitbar hieß das so ja hieß so perfekt so jetzt nochmal rein oder auch nicht perfekt ja das also ich muss jetzt einen job machen oder ne ich glaube jetzt bin ich glaube jetzt bin ich abgeschmiert ah leck des todes perfekt perfekter leck des todes wird heute öfters passieren by the way wird heute sehr oft passieren so jetzt funktioniert er wieder stecken geblieben tatsächlich mich detectives muss ich das hier umstellen entweder ich bin steck geblieben oder ich glaube der komplette server hat es gerade aufgezwiebelt für ein paar sekunden so will an avenger einfach ein bisschen boah wie lange ich brauche für ein auto zum herrichten leute es tut mir sehr leid aber ich kann da nichts dafür das server läuft insgesamt zerunrund heute auch ne weil wir haben so eine dev version gerade drauf zum debuggen und die läuft sehr unrund also mit sehr unrund meine ich halt echt beschissen deshalb kommt es heute vielleicht doch zu öfter solchen sachen es ist halt at least i try ja ich probiere mein bestes versuche mein bestes rauszumachen so wie es gerade ist so und xlpr jetzt haben wir es aber oder und dann noch vorne die die dings und dann haben wir es geschafft glaube ich dann habe ich habe ich das wieder so wie es davor war und zwar richtig so und vorne noch den so ich habe es geschafft nach fünf minuten man merkt dass der server heute echt laggy läuft das macht es nicht gut das macht es gar nicht besser und schau mal sogar mein funkgerät hat es gerade ausgestellt merkt ihr das ich bin sogar auf den funk raus geflogen jawohl red let me see ich schaue da schnell rein was er da gemacht hat da muss doch ein fetter hitch gewesen sein hinten backt es wieder raus nö warum wo backt denn das hinten raus das passt doch passt doch jetzt perfekt wo backt denn da was komplett lost let me see alter die hitches sind heftig mit der version holy shit ja ja also wir haben jetzt so eine dev version drauf von 5m haben wir die bekommen dass wir besser debuggen können und alter läuft die schlecht wir haben so viele hitches ja das wird heute nicht gut laufen glaube ich aber egal wir schauen mal hauptsache wenn der crash kommt kann ich das besser debuggen ach so schauen wir mal ich weiß ich habe einen falschen drang drin sorry habe ich vorhin nämlich getestet ob ich raus geflogen bin ich mache mich so zack ist wieder drin no admin schema mode aktiv und jetzt bin ich erst wieder im ah ah ich bin aus dem funk geflogen weil ich meinen job geändert habe ja natürlich so jetzt bin ich wieder drin jetzt bin ich wieder im funk bast jetzt habe ich wieder alles was ich brauche alles noch eingebaut was ich wollte ja funktioniert alles perfekt alles abgecheckt so IT programmierer kurt wir sind eh gerade alle systemprogrammierer dabei das problem zu beheben ja was du wirst 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 wie wirst ich du 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 ja du du wirst du 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 schönen ersten adventure wusste ich das wollte schon den ersten advent haben markrun plan zu 700 bahn dann danke fürs tipp werden auch und vielen vielen dank habe ich noch irgendwas nicht vorgelesen ich glaube ich habe alles vorgelesen jawohl weißt du lachen willst hatte heute einen traum von riesenraupen weil meine katzele gefunden hat hat der layer hat einfach eine riesenraube geträumt warum ist eigentlich mein tank wieder halb leer was mache ich denn ich bin doch nicht mal gefahr damit was ist das für ein scheiß irgendwas stimmt mit meinem auto nicht stimmt doch was mit meiner karre nicht oder das stimmt hat paluten gesagt gerade eher schwierig ja ich paluten könnte ich helfen auf jeden fall weil es scheint ein korrekt zu sein aber weiß ob er schon hilfe bekommt dafür aber ich kann das auf jeden fall erklären also server technisch kenne ich mich ja aus nur in der zeit ist gerade echt schlecht wenn der eigene server nicht richtig funktioniert aber gut ja sonst ich meine ich könnte ich könnte mal paluten anschreiben in so ein server ich frage mal keine ahnung ob er darauf antwortet auf insta aber ich schreibe mal auch mal angeschrieben bei paluten würde ich auf jeden fall helfen ist ein korrekter dude was das betrifft aber er spielt kein rp aber ich habe auch was soll stimmen ok ich habe ich habe jetzt mal angeschrieben sollte es nicht stimmen mache ich mir halt zum kompletten volltrottler aber ja ich habe ich habe immer gefragt ich werde mal auf die streetfahrt ein bisschen blitzi blitzi machen so wenn er über funktioniert der blitzer das ist ja funktioniert perfekt alles klar aber in die eine richtung funktioniert perfekt ja geil die andere hat nämlich gerade die nicht geblitzt na doch jetzt blitze auch an richtung passt da komme ich nicht hinterher das kann ich vergessen das kann nicht vergessen der wagen fährt keine 300 wenn ich gerade fahr der fährt wenn es gut läuft das war ich dann mit 270 280 und der rast hier mit 300 bis ich da auf beschleunigung bin ist er weg also ich stehe jetzt aber finden dann gib mir ein guck ich will mich keine highspeed müsste bedenken mit ein bisschen am glück finden wir ihn ne guck dir das an der ist weg keine keine chance da was zu machen bis ich mal auf die geschwindigkeit beschleunigt bin wo der durch gewuppelt ist das kannst du vergessen aber ich will nicht mal durch funken bei sowas wir haben ja gar keinen anhaltspunkt sagen funk bescheiden ich mache da nicht zum funken gerade wenn der damit 300 sachen durch rast soll er machen lass meinen fahren hat er hat er glück gehabt ich habe ein problem ist ich habe ihn gerade nicht gesehen ich habe gerade nicht hingeguckt ich habe nämlich gerade auf instagram geguckt weil ich dings geschrieben habe jetzt ja ich nicht hingeguckt aus dem und ich weiß gar nichts vom auto ich hab so noch gehört ich hab so noch piepsen gehört gesehen habe ich ihn ja nicht so wie wo ist denn der hier na gut bis ich da bin ist er auch weg bis dahin ist er weg ja 179 irgendwie fahren da gerade übelst viele leute rum ich weiß nicht warum ja jetzt langsam kann ich ihn anhalten ja 194 169 209 ich schaue vielleicht gibt es eine führerschaftarme leute 220 höchste geschwindigkeit gemessen jetzt jetzt gibt er ein bisschen weniger gas und jetzt fährt er ab ja wohl das wird eine anhaltung zwar keine 300 aber ich habe den nicht gesehen er war so schnell mit seinen 300 ich habe ihn nicht gesehen ging vor ortd6 mit dem kennzeichen piu piu tom wolke erkennt das kennzeichen sogar der hat aber nichts im petto gar nichts ich bin ein bisschen weiter rechts an der vorbeikommen ich bin auch nicht abgesperrt perfekt hallo guten tag ist immer ein bisschen führerschein hier dankeschön herr wolke wissen sie wie schnell sie waren das weiß ich jetzt kommt nicht 220 220 gemessen was so langsam nur waren sie das ernst mit so langsam finden sie finden sie das langsam ich gebe mal den ausweis zurück danke ich muss ihn leider ein ticket schreiben aufgrund der überhöhten geschwindigkeit dass wir dann einmal 3000 dollar zu bezahlen können sie direkt bezahlen oder naja das kann ich direkt machen sie haben auch noch unbezahlte rechnungen von vierer davon offen können sie die auch direkt begleichen ja alles klar ja der hat vorbeigefahren ist ziemlich provokant ich glaube das war der typ von vorhin aber ich sage jetzt mal nichts ich sage jetzt mal nichts ich habe nicht gesehen ich habe ihn einfach fahren lassen alles klar wenn ich sie heute nochmal aufhalten mit so einer geschwindigkeit haben wir problem ja ok alles gut ich wünsche ihnen eine schöne weiterfahrt ja das wünsche ich ihnen auch dankeschön tschüss ja das war der mit 300 pro weil er sagt ja komm ja das war siehst du ich sag doch das war ein cop wie er da vorbeifährt so provokant ich habe wirklich nicht gesehen was für ein auto das war ich hätte zurückspulen können auf der dashcam aber komm mein gott dann soll er halt fahren mit seinen 300 irgendwann irgendwann kriege ich ihn kurz informativ beide fahrzeuge von dem fahrzeugstiebster stehen nicht mehr vor Ort Tänfer ging vor Tänese expended so ich werde mich sonst ein bisschen hier drauf begehen ein bisschen rumgucken und schauen ob da irgendwer entgegenkommt oder so und dann geht es los ach so wie viele jahren davon auf dem server spielen mit 16 moin meine letzte spende dankeschön victor eq9589 vielen dank hat es nicht vorgelesen wie grüße Turricano Turricano habe ich doch habe ich doch vorgelesen vorhin I don't know Seppi Huber was ist achso ne ich habe es vorgelesen aber weißt was es war da ist der stream abgebrochen deshalb habe ich es nicht gehört deshalb da ist der stream abgebrochen ich denke so hätt auch habe ich vorhin vorgelesen Seppi Huber was ist das schnellste auto außer halloween auto ähm ich weiß es gar nicht könnte sein Agera Agera RS maybe oder ne ne warte 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 was hatten wir was hatten wir nochmal gefahren äh an diesem rennen was waren was waren das nochmal für ein auto ich glaube Enzo war es der Enzo ich glaube der Enzo ist der schnellste Wagen auf dem server Enzo oder LaFerrari eins von beiden Enzo oder LaFerrari war es also ausgeschlossen von diesem halloween auto das ist oh was macht der denn hier 15 David Cods send 6 Cods Clear Closing Front 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 Ja, aber der wird auch nicht schneller. Hier komme ich halt den an mit 201. Einen muss ich anhalten davon jetzt. Einen muss ich anhalten. Ich frage mich warum die hier abgebogen sind. Ich glaube ich fand die alle angeln. Der ist auf jeden Fall von mir ein Ticket ausgestellt. Überhörter Geschwindigkeit hier auch. Er fährt einfach weiter mit 130 hier. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Mir ist das scheißegal ob da hinter mir jemand nachfährt. Er fährt einfach Richtung, Richtung Ding runter mit 130, 120. Ist das voll egal. Er zieht durch. Vielleicht finden wir hier unten die anderen Raser. Ich weiß es nicht. Die sind ja auch hier abgebogen irgendwo. Aber den habe ich jetzt mal angehalten. Der andere hatte einfach nur Glück gehabt, dass ich ihn jetzt rausziehe. Hint vor. Ah ne, da sind sie. Da sind sie sogar. Ja, ich sage noch einmal, wenn 27 wieder da ist. Magst du ihn dann einmal bitte ins Supreme Court? Guten Tag. Entschuldigung, könntest du jetzt immer da bleiben? Hallo? Sie waren etwas schnell auf der Autobahn. Kann sein, ich hatte jetzt keinen Tempomat drin. Ja, mit über 200 im 130er ist schon nicht so gut. Okay, das würde natürlich nicht sein. Hätten sie mal einen Führerschein für mich, dass ich ihn mal aufschreiben kann. Ja, Moment. Dann schaue ich das gleich mal nach. Bitte schön. Dankeschön. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Sie können da weiter hier stehen bleiben. Sie können da weiter hier stehen bleiben. Schauen wir mal. Ja, Chris Schulze sind sie, ne? Ja. Gar nichts. King 4, 1086. Mit dem Kennzeichen 2, 1, 3. Das ist Schulze. Ich habe zugelassen. Passt. Die anderen kennen Sie die? Die hier gefahren sind? Nee, ich gehe eigentlich nur privat immer angeln. Okay, ja, weil die anderen waren auch sehr schnell. Aber die sind jetzt hier leider weggegangen. Etwas blöd. So. Rechnung haben Sie auch noch eine Radarfalle offen. Oh, echt? Dann muss ich mal einen Führerschein von mir mal zurück. Böde schön. Allzu schnell waren sie schon mit 200, aber Führerschein nehme ich ihn trotzdem nicht ab. Trotzdem gibt es jetzt eine Strafe in Höhe von 3.000 Dollar. Können Sie die Dillt begleichen? Natürlich. So, bitteschön. Dann einmal bitte Dillt begleichen. Oder hat sich die Sache noch wahnsinnigstes Mal langsam, wenn sie zum Fischen kommen, ja? Selbstverständlich. Alles klar. Vielen Dank. Schönen Tag denn noch. Wünsche Ihnen ebenfalls. Dann schauen wir mal hier die Kennzeichen durch. Nur mal gucken, ob die Sachen angewälzt sind. Weil sonst lass mal hier was abschleppen gleich. Das ist nämlich kein Privatgrundstück. So. 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 und hier steht Lambert steht drauf gehört sicher an Herrn Lambert Lars Lambert wäre das gedacht ist aber auch angemeldet versichert kennzeichen tc lea016 doch das kann ich kaum lesen was steht da pure guy steht drauf ne schauen wir mal ob das angemeldet ist pur guy Niklas Hunter vielleicht noch mal wieder rum auch nicht passt Aof MMW Aof MMW Mitchell McWurm auch angemeldet und versichert Marollo Heisenberg Heisenberg Bauer Black Martinez Norris Johnson Bergmann muss ich mir merken gut sonst alle Fahrzeuge hier relativ legal kein unangemeldet Fahrzeug alles versichert und angemeldet passt dann fahren wir dann mal weg also die Leute gehen hier tatsächlich fischen es ist wirklich so ich dachte mir jetzt wo fahren die alle hin warum ist hier so viel verkehr das ist so viel verkehr alle zum fischer schön dass ich jetzt nur den einen raus gefischt habe wortwörtlich aber ja wie gesagt ich krieg noch leider heute mit 300 an mir vorbeigeknallt ist so max verbren und er hat auf мин um das Erfan alles klappen dir hier muß muss besser sein heute der erste tag wo ihr sagt es könnte besser sein vom gemüt her dann la module dann dafür zwei euro mit servus servus munzen Alles Gute Nachträglich Fuhl, Dankeschön an Watson für 5€ mit Fees und für das Fuhl. Du hast euch jetzt nicht vorgelesen, hat doch gesagt, dass ich Stecker bliebe. Die PCC fahren hier mit 53, ne? Ja genau, fahren wir halt rein über die Sperrlinie, passt schon. So lol leo, danke nochmal für 2€ Superjet, vielen Dank. Wir könnten auch mal Richtung Sandy fahren, wir sind ja keine Highspeed, wir müssen ja nicht auf der Autobahn fahren. Vor allem wenn hier jemand richtig hart durchrast, ist der Führerschein sehr schnell weg, weil hier passiert es schneller, dass du einen Führerscheinentzug bekommst. Wie man sich vorstellt hier ist 100 erlaubt, wenn da einer durchmeddelt mit 201 ist Führerschein weg oder 200 reicht auch aus. Doppelte Geschwindigkeit und Führerschein ist weg. Boah Anti-Lag wäre lustig in einem GTR, ne? Sollen wir Anti-Lag in einem Polizei GTR ballern? Ne lieber nicht. Sonst krieg ich noch Probleme. Lieber nicht Leute. Das lasst mal lieber. Es wird 12, Meldet, Gelbwäsche sauber. Einfach. Wollte ich dann 10 in die Eck, weil hier dürfst du, hier darfst du nur 80 fahren, das ist richtig fies hier. Das ist, das ist eines der fiesesten Spots, wo du blitzen kannst. Hier einfach maximal 80 erlaubt ist und hier rasen die Leute teilweise. Da kommt schon einer, da kommt schon einer. Führerschein abnehmen. Ne, 104. Zu langsam leider, zu langsam. Leider zu langsam der Typ. Aber ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich stelle mich hier rein und hier blitze ich raus. Sollte er nochmal retour fahren. Ist das ein Cop? Ich glaube das ist ein Cop, ne? Schauen wir mal. Also hier, wenn hier einer richtig durchraselt mit einer heftigen Geschwindigkeit, da ist der Führer... Hier haben wir 5 Minuten. Oh ne, der hält da vorne an. Ach komm. In 5 Minuten, er ist der Führerstand. Ah, der hier ist ein bisschen... Langsam. Kacke. Zu langsam. Front, closing. Front, away. Front, away. Front, away. 160. 170 Führerschein abnehmen. Das ist Führerschein abnehmen. Das ist Führerschein abnehmen. Kingfall in Sandy mit einem AMG GTR. Oh, hält jetzt an. Bräuchte bitte einmal Backup an dem AMG, da der etwas zu schnell war und der Führerschein abgenommen wird. 10-20. Good restore. 4 Kilometer. L4. X-ray 27 für X-ray 7, komm. Ah, herzlich. Äh, 10-20. Aktuell West-Aware am Rischen Supreme Court. Ja, dann gleich hinten in die Büros durchkommen bitte. L4. Habe ich gesagt, 5 Minuten habe ich gesagt, ne? 5 Minuten. Ich habe es euch gesagt, Leute. 5 Minuten, mindestens dann, mindestens dann finden wir einen. Das war voll die... Vor allem, ich bin mir hinterher gefahren. Jetzt muss ich nur gucken. Kingfall von X-ray 12. Kingfall hört. Frage, wie lautet das Kennzeichen vom AMG? AMG GTR. Ja, für die X-ray, der ist ungefähr 20 Minuten in der Stadt auch mit einigen Sachen an mir vorbei. Ich bekomme bitte meinen Führerschein. Na ja, bekommen Sie. Äh, können Sie die Fensterschein? Dankeschön. Ja, habe ich gerade schon schweizschwein mit Führerschein gegeben. Ja, haben Sie recht. Bitteschön, der Herr. Vielen Dank, bin gleich wieder bei Ihnen. Alles gut. Die haben auch nichts mehr zu tun. Ja, ja, ja. Führerschein ist weg. Das ist eine saftige Führerscheinabnahme. 170-80er. Hm, ist das schön. So, ich mache es schon mal ready. Wobei, ich mache es erst ready, wenn es so weit ist. Ich warte jetzt noch auf einen Kollegen und dann, dann geht es los, ja. Aber er müsste es doch, er muss doch gewusst haben, ist das schon davor, wo er vorbeigefahren oder war das ein anderer? Ich frage ihn mal. Daniel Wolf. Ich dachte schon Felix Wolfs, aber ne, ist er nicht. Ist nicht auf der Liste. Ganz kurz einen Herzinfarkt bekommen, als ich Wolf gelesen habe. Ganz kurz. So, Gerichtsakte kannst du auch mal löschen, ne? 10. 20. 4 Kilometer. Hm. Wie viele Personen sind das gekommen? So, folgendes Problem, Herr Wolf. Sie waren etwas zu schnell. Wir haben sie mit 170 geblitzt und 80 geblitzt. Das kann nicht sein. Tatsächlich schon. Ich habe sie geblitzt. Ich bin ihnen sehr gefahren. Und vor mir waren sie das einzige Fahrzeug, das ich geblitzt habe, tatsächlich. Ja, dann tut es mir leid. Aber das sind irgendwie mit der Geldstrafe Regeln. Der Führerschein möchte jetzt ungern abgehen. Wir brauchen beruflich. Ähm. Ich würde ihnen sowieso keine Sperre geben, weil sie hier nichts eingetragen haben. Ich würde ihnen einfach den Führerschein anziehen und sie müssen halt eine Prüfung nachmachen. Vor heute. Okay. Wir müssen mit der Geldstrafe machen. Jetzt kommen, Mensch. Gesetz ist leider Gesetz. Kann ich leider nicht machen. Sie haben noch einen Beifahrer. Darf der mit dem Fahrzeug fahren? Sonst können sie... Ja. Da kann ich leider nur wenig machen. Ähm. Gesetz ist Gesetz. 170 ist 170. Das ist über das Doppelte. Ich habe sie zuvor mit 160 geblitzt. Und dann nochmal mit 170. Also... Das ist eine blöde Geschichte. Das ist eine blöde Geschichte. Ich habe immer Autorkraft, damit ich nicht in der Kälte stehen muss. Sie müssen ja nicht in der Kälte stehen. Das machen wir ganz schnell. Sie können auch froh sein, dass sie einen Beifahrer haben, der sie dann damit rumkutschieren kann, oder? Ja. Warum können wir ja froh sein, dass wir Erden und Totalschaden in der Stadt dort lang finden? Das ist nicht mein Problem. Ja, aber meins. Ja. Der ist halt... Der ist leider in dem Wechsel gegangen. Aber dann diskutieren sie nicht rum. Steigen sie aus. Dann steigen sie um. Ich stelle ihnen die Geldstrafe aus. Und dann ist das Problem beseitigt, oder? Ich verrate mich gerade kurz mit meinem Beifahrer. Nein, sie beraten sich jetzt mit dem Beifahrer. Sie steigen jetzt einfach aus. Sie zahlen die Strafe. 60 bis 70 Monate. 60 bis 70 Monate. Verbrecher, bitte. Verbrecher, bitte. Verbrecher, bitte. Inwiefern? Was? Wir beraten uns gerade damals flüchten oder stehen beim. Sie wissen schon, dass wenn ich das hier auf meiner Dashcam aufzeichne, das ziemlich schlecht für sie aussieht vor Gericht, ne? Aber ihr Dashcam ist doch im Auto, oder? Nein, wir tragen alle kleine Kameras bei uns. Ich habe sie in meiner Krawatte drin. Ja, aber ist doch dann eine Bodycam, oder nicht? Ja, ja. Entschuldigung, Bodycam, nicht Dashcam. Eine Bodycam. Da haben sie recht. Da haben sie mich verbessert und da hatten sie tatsächlich recht. Das nennt man eine Bodycam. Eine Dashcam muss ja auf den Dash sein. Die sehen ja nicht wie ein Auto aus, oder? Da haben sie recht. Ja, gut. Eigentlich bin ich ja immer eher lieb zu den Cops. Aber schau dir mal, ich bin doch auch nett und respektvoll, oder? Dann erwarte ich mir das von Ihnen doch auch. Ich sage ja nicht, dass Sie nicht respektvoll sein, aber ihr hängt euch ja mal Auto. Ja, ich weiß nicht. Aber, was haben Sie jetzt davon, wenn Sie mit Ihrer schönen Kiste hier wegfahren? Und ich habe das Gefühl, dass Sie vorhin mit 300 durch meinen Blitzer gefahren sind, ne? Das glaube ich nicht. Ja, aber genau dieser Wagen ist nochmal an mir vorbeigefahren. Vorhin hat er gesagt, ach, ich habe dir doch gesagt, das war ein Cop. Ich weiß nicht, ob Sie das waren. Ich habe irgendwie rausgehört. Aber ich glaube, das war das Auto hier. Das Auto können Sie beim Autohaus kaufen. Das können Sie auch fahren. Nein, aber es war halt dieselbe Farbe. Ich kann nochmal gucken auf der Bodycam, wo das selbe Kennzeichen ist. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich möchte es auch gar nicht anpreisen. Wir machen jetzt einfach die Kontrolle fertig. Sie zahlen einfach das Ding. Ich verstehe nicht, warum Sie es so kompliziert machen. Das verstehe ich nicht. Ich gebe ja noch niemand eine Sperre dafür. Weil ich mir mal kurz überlegt habe, ob ich einen Adrenalinkick haben will oder nicht? Sie wollen jetzt keinen Adrenalinkick haben. Das wollen Sie nicht. Und das wäre vor Gericht auch schlecht. Weil wenn Sie sowas machen würden, wenn Sie mit Absicht dann auch mal abräumen, weil Sie es lustig finden, dann können wir Ihnen gerne auch den Führerschein länger sperren. So, ja, Rolf, dann behalte ich mir den Führerschein mal. Aber das würde ja keinen Unterschied machen, aber wie dann? Weil man nicht ohne den Führerschein vorhat, ob es dann wieder abnimmt. Kurze Frage. Dem will ich nicht zustimmen. Ja. Ist das nötig, dass da zwei Einheiten entstehen? Die Highspeed und die SWAT-Unit? Weil er mit dem GTR nicht nachkommt. Die SWAT-Unit sowieso nicht aus dem Grund ist die Highspeed. Ich habe tatsächlich eine Einheit angefordert, keine zwei. Ich denke mal die SWAT-Unit ist da, weil keiner da war davor. Und die Highspeed, die wurde anscheinend nachgefordert von jemandem, aber nicht von mir. So, machen wir das mal. Alles gut. Nicht von mir angefordert, ich habe eine Person. Ich habe nicht meine Highspeed gerade angefordert, bin ich ehrlich. So. Ist ja mir egal. Wenn ich flüchtet, dann wäre es ja interessanter umso mehr. Von deinem Herr. Egal. Wir sollten vielleicht lassen, dass sie immer androhen eine Straftat zu begehen. Das ist nicht so gut. Kommt auch vor Gericht schlecht. Aber ist ja nicht mein Problem an sich. So, Führerschein muss ich noch abnehmen. Dann streiche ich hier vorhin durch. Und das wäre einmal der Verkehrsregelung, der Führerschein und den Motorrad-Führerschein. Was ist Ihnen die Straftat androht oder jemand, was die Straftat vollzieht? Bitte? Ich finde beides nicht cool. Ja. Aber das eine ist passt. Das andere ist aktiv. Wenn ich sage, ihr schießt jetzt, dann ist es androhen. Aber das ist Ihnen wahrscheinlich lieber, als wenn ich sie wirklich schießt. Nein. Ihr sagt nur, ich würde es dumm finden. Also, ich würde es nicht machen wollen. Wissen Sie, vor Gericht kommt das nicht gut? Wenn Sie... Ja, das macht keinen guten Eindruck. Stellen Sie mal vor, ich würde diese Bodycam benutzen, vor Gericht, wenn Sie einen Scheiß gebaut haben. Und dann sagen Sie, ja, ich habe mir überlegt, ob ich wegfahre oder nicht, weil ich einen Adrenalinkick bekomme. Dann kriegen Sie vielleicht den Führerschein für immer entzogen. Wissen Sie, was ich meine? Wegen Fahrtauglichkeit. Weil Sie dann vielleicht unter verrückt eingestuft werden. Dann können Sie erst mal in die psychische Anstalt gehen und erst mal dann einen Test machen, ob Sie überhaupt einen Führerschein führen dürfen. Also, wenn es nach dem geht, dann dürfe ich die Schlankhammer führen. Aber eh, ist ja wurscht. Ja, vielleicht sollten wir da mal eine MPU beantragen. Das können wir gerne machen. Können wir auch machen. Aber ich lasse das jetzt mal. Können wir gerne machen, ja. Ich lasse das jetzt mal, was ich jetzt kooperativ verhalten habe. So. Ihr Kollege hat einen Führerschein? Wenn ja, kann ich den mal bitte bekommen. Nur, dass ich weiß, dass ich da jetzt niemanden fahren lasse mit einem Auto ohne Führerschein. Ich kenne Sie mich. Alles klar. Dankeschön, Herr Taylor. Perfekt. Ich schaue noch schnell durch, ob wir gehen, wie dir das vorliegt. Dann vor Ort. Danke Ihnen, Chief. Wenn du jetzt auf der Fahndung stehst, meine Schwester. Dann muss ich doch flügt. Ne, alles gut. Passt alles. Perfekt. Ist gut. Dann werde ich noch bei Ihnen den Eintrag fertig machen. Das muss ich noch schon weiter... Ich kenn es ja nicht, habe ich noch gar nicht geguckt hier. Das machen wir noch. Ja doch, das passt. Schönen Abzug haben Sie an. Gefällt mir. Dankeschön. Notizen zufügen. Frage an die Einheit. Kann das sein, dass der Fahrzeug kernlos herumgestanden ist? Ja, 10 vor. Ich hatte einen Code Zero bei Mark. Ja, 10 vor. Dann nehme ich den Dispatch an. Keine Sperre. Vorspeichern. Gut, hat sich erledigt. Alles eingetragen. Alles gemacht. Dann können Sie jetzt genau als Beifahrer gehen. Ist ja auch schön, oder? Dann werden Sie jetzt ein bisschen rumkutschiert. Ja, toll. Perfekt. So, Irony. Sagst du gleich einen Kratzung durch den Kopfschuss, gell? Nur, dass das gleich klar ist. Alles klar. Ich hoffe, dass ich nichts gehört. Einen schönen Tag. Schöne Weiterfahrt. Ach. Wenn du jetzt noch Verkehrsregeln vorschnäust. Hallo. Hallo. Also jetzt geklärt. Sind umgestiegen. Ja. Wobei ich glaube, der ist auch etwas zu schnell auch der Beifahrer. Na gut. Ja. Der ist ein ehemaliger Kollege von uns. Ja. Ah, okay. Alles klar. Gut, danke. Also der jetzige Fahrer, der quasi. Ja, 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 ja. Alles klar. Jawohl. Tschau. Passt. Ging vor Ort hätte die sich beendet. Nein, boah. X-Wert 22, 1050. So. Oh, er hat einen 1050. Super. Nein, er hat den da näher, die muss zu ihm fahren können. Für 20 wäre er. Weckere mit den vier. Ja, dann macht er die Anfahrt, ist er vorne. Die mache jetzt nicht ich. Ich bin 11. Boah, aber ich, ich finde es hier in Sandy, finde ich es doch cool, oder? Also ich finde Sandy für solche, für solche Sachen finde ich es hier echt nice. Der wurde gerade erst angehalten. Sandy bitte. Es gibt es doch nicht. Die haben wir doch gerade erst angehalten. Jetzt raste weg. Ich muss das schnell auftanken, da fahre ich da mit. Das kann doch nicht wahr steinern. Tom, 1 zu 7, danke für das Sub-Wert. Dankeschön, 1 zu 7. Kannst du mich bitte grüßen? 1 zu 7. Grüße mal. Sascha Meurer ist wieder am Start. Dankeschön für den Euro. Gruß geht raus. I have been dry. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Etwas früh, aber vielen Dank. Marion Joker, Dank für 1 Euro 1 Cent. Und Lol Leon, Dank für 2 Euro mit Servus. Gruß geht raus. Und der Tom, 1 zu 7. Wie gesagt, danke fürs Wippeln. Schauen wir mal. Das kann es doch echt nicht sein, ich habe den gerade angehalten. Letzter 1020 vom AMG GTR. Wie gesagt, entweder war der Fahrer Aaron Taylor oder Daniel Wolf. Ach komm. Schade Marmelade, echt schade. Der für ein Kennzeichen? Ah, das hatten wir ja schon vorher, der verkauft Fisch. Fischverkäufer, ne? Unser Fischverkäufer. Ah, ich fahre nochmal Richtung Sandy rein. Also Sandy macht Bock zu blitzen, weil da fahren die Leute meistens etwas zu schnell. Und dann macht es Blitz und dann war es das. Aber ich habe euch gesagt, ich kriege den Typen, der auch heute mit 300 an mir vorbeigefahren ist. Ich habe seinen Führer schon abgenommen. Ich habe es euch gesagt, wenn er das war. Das ist wahrscheinlich wahres, ja. Ich habe gesagt, der wird heute noch den Führer schon abgenommen bekommen. Haha. Einfach wirklich passiert. Einfach legit. Einfach abgenommen. So muss das. Einfach prediktet, dass der Führer schon weg ist von ihm. Soll ich dann wieder hinstellen, der Stelle? Wait a second. Das ist ein... Tach auch. Was? Ein Kennzeichen, Alter. Tach auch. Enrico Miller. Oh ne. Einen Miller haben wir nie auf der Fahndung, was ich weiß. Und mentor vertient. Ja, weck' doch. He, weck'. Ich bin dann ab. Oh ne. Ich bin ja weg, guck'. Ich bin ne mal ab. Ich bin mal ab. Ich bin immer auf. Ich bin da, isst die Richtige, die Richtige, die Richtige soll, die Richtige? Ich bin da, nehm mal ab. Okay, okay. Und wenn ich die Richtige sehe, die Richtige, die Richtige, die ist dann hierher. Ich bin ja alles. Ich bin da das, ist ja. Da rasen die meisten Leute immer hin. Das ist das perfekte Standort zum Blitzen. Im 80er. Soll ich mal mein Radar neu einstellen? Eiii! Wen haben wir denn da? Ja wen haben wir denn da? King 4, flüchtende Supra in orange Sandy. Bräuche ich mal bitte Backup. mit dem kennzeichen hkx lehrzeichen 588 wie das handy einwärts hat kein tank mehr anscheinend bin jetzt hier ja der ruckelt der hat glaube ich kein tank mehr der bleibt gleich stehen ja der steigt aus der steigt ist gleich aus ja ich glaube jetzt habe ich angefahren so steigen sie mal mit der oberen händen aus ja aus dem fahrzeug nehmen sie die hände nach oben eine festnahme warum sind sie denn abgehauen was was ist denn ihr problem gerade ich hätte nur angehalten ich habe kein geld wie sie haben kein geld strafen auch nicht für tanken oder was also wir gehen mal kurz auf die seite ok wir klären das jetzt mal schnell jetzt sind sie ja nicht gekommen auch kein geld für den tank gehabt so haben sie irgendwo ausweis einstecken ja in meiner rechten hose haben sie irgendwelche spitzen gegenstelle dabei wo ich mich daran verletzen könnte eigentlich nicht schon mal ihr ausweis so herr ja flo moser ist richtig oder ja alles klar gibt es einen grund warum sie geflüchtet sind außer wegen dem geld haben sie irgendwas noch dabei was ich vielleicht nicht wissen sollte ich werde es jetzt einmal durchsuchen das passt an sich irgendwas im auto darf ich den koffer raum gucken haben sie irgendwas drin alles klar danke ich mal rein abschleche verständigt jawohl ich werde mir gar nicht abholen aber mit abschleppung dann ja nur abschleppung ok werde ich es ausrichten wie es ist jetzt ist es ein bisschen teurer für sie ne das wird jetzt teurer ich kann das so ich ihnen zusammenrechnen oder ne machen wir dann später hätten sie angehalten wäre das 5000 dollar gewesen mit führerschein entzug und jetzt wird es glaube ich ein bisschen teurer für sie warum führerschein entzug ich habe sie im 80er mit über 200 geblitzt deshalb führerschein entzug da ist 80 gewesen wo sie reingefahren sind richtung parkplatz sandy rein also sind im 80er mit über 200 das ist schon ja eine ganz schön schnelle sache gewesen ich kann nochmal genau gucken warten sie mal ganz kurz ich schau nochmal ja exakt 218 km h im 80er das ist schon ein bisschen schnell gewesen gut lassen sie mich kurz mal was gucken ich bin gleich nochmal da ich schaue nochmal wegen dem kennzeichen ob das angemeldet ist hkx 588 immerhin hat das angemeldet schon mal flohmosa person datenbank fahrern ohne führerschein hätte er drin gehabt aber jetzt hat er dmv gemacht ja das ist schlecht Verstoß ja gut das wird jetzt ein bisschen blöd für ihn so wir können folgendes machen sie haben jetzt ja angehalten passen sie auf wir machen wie folgt ich werde jetzt das flüchten erstmal werde ich jetzt erstmal rauslassen ok weil sie jetzt doch beim umdrehen haben sie ja nochmal angehalten dann ist es ja nochmal anders überlegt ich will heute ein guter mensch sein auto müssen wir trotzdem abschleppen ich entziehen den führerschein und wir geben ihm diese 5000 dollar strafe und das nächste mal bitte ich sie darum dass sie direkt rechts ran von dann halten weil es bringt sich nichts ich will dass sie davon jetzt lernen ja und ich werde jetzt einfach aufgrund dessen weil sie jetzt dann doch angehalten haben wobei sie ja keine andere sie hatten ja keine andere lösung ihr tank war leer aber ich denke beim guten ist gute menschen und deshalb mach mal folgendes ich gebe ihnen die 5000 dollar strafe gleich dann hat sich das weil sie ja auch sie haben wobei sie sind einmal ohne führerschein gefahren ne vor kurzem erst ja das war da bin ich mit einem 50er roller gefahren und die wollten eine strafe geben obwohl ich eigentlich einen autoführerschein habe also und sie wussten nicht dass sie für den roller einen motorradführerschein brauchen ne ja ich dachte weil es ein 50er roller dachte ich ja 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 ne aber sie brauchen ihren motorradführerschein dafür deshalb ja gut unwissenheit schützt vor strafen nicht so ein bisschen sie auf ich mache jetzt eben mal die fesseln ab wäre das jetzt eine längere verfolgung gewesen dann hätte ich sie jetzt mitgenommen ja ich würde das wissen dann hätten wir sie mitgenommen und dann wäre es ganz schön teuer gewesen und dann wären sie jetzt im knast dann mache ich jetzt ihnen die rechnung fertig und ich will jetzt nicht nochmal sehen dass sie einfach so abhauen vor allem sie scheinen guter mensch zu sein sie haben auch nichts illegales dabei gehabt da gibt es auch keinen grund zu flüchten wie gesagt da ist die strafe billiger als wenn wir sie dann kriegen im endeffekt so das können sie dir bezahlen die 5000 dollar strafe sie haben auch noch eine amr lefd rechnung offen und die geschwindigkeitsübertretung mit 3000 dollar ja die wollte ich fragen die kann ich nicht zahlen ja weil sie die nicht direkt bezahlt haben dann müssen sie warten bis der officer im dienst ist wenn sie einfach immer wieder ausprobieren immer durchprobieren deshalb ich sage immer meinen leuten wenn ich ihnen eine rechnung aufstelle bitte immer direkt bezahlen wenn möglich ja können sie die jetzt direkt bezahlen? läuft das? ne ich habe kein geld sie haben kein geld bis wann können sie das bezahlen die Rechnungen? ne ne vielleicht heute abend noch oder morgen heute abend oder morgen wie lange ist denn die offen die amr rechnung zum beispiel wie viele tage schon? vorhin also als heute sind alle Rechnungen gerade frisch? mhm außer die bezahlte Rechnung also die unbezahlte Rechnung mit den zuschleifern alles klar gut ja ne dann schreibe ich das nicht auf dann belasse ich es dabei dann zahlen sie bitte so schnell wie möglich ihre Rechnungen mhm vielleicht gebe ich einen tipp vielleicht borgen sie sich von einem Freund was aus damit sie sie so schnell wie möglich bezahlen können weil irgendwann notieren wir uns das wenn wir sehen dass viele Rechnungen offen sind und dann ähm bekommen sie irgendwann mal Sozialstunden und das ist auch nicht so geil ich habe keine Freunde sie haben niemanden den Geld leihen könnte ok ja das ist schlecht dann gebe ich einen tipp ähm ich habe gesehen beim Fischer ist ziemlich viel los ja wollte ich eigentlich auch gerade fahren aber jetzt ist es blöd ne ja dann müssen sie sich ein Taxi rufen können sie gleich mal vorbereiten die Frage ist wie bezahlen sie das Taxi ne ja ich habe glaube ich noch ein Auto in der Garage ja aber sie können ja nicht wegfahren sie haben ja jetzt keinen Führerschein mehr ah oh ach stimmt da war ja was dann muss ich ihn ja abnehmen da war ja was gut dass wir drauf kommen den habe ich ja fast vergessen ach ne so einmal den ähm ich sehe gerade warten sie mal das muss ich jetzt mal gucken das ist ah ne das passt schon äh Verkehrsregeln Führerschein Motorrad Führerschein so gut wie gesagt ähm wie gesagt ähm sie müssen sich abrunden lassen Taxi am besten oder halt Freunde wenn sie welche haben haben sie einfach stand ja keine das ist ein bisschen problematischer am besten wie gesagt Taxi rufen sonst kommen sie da jetzt nicht mehr weg äh Abschlepper schon gerufen ne Kollege äh Kollege Ja Perfekt Mach ich das nochmal mit dem Tablet fertig Geldstrafe oh ne Notiz ist der Herr Taylor oder vor aufgegriffen hat den Führer schon abgenommen naja tschau der nächste hahaha Führerschnappnahme Inhalt mit 218 Das war der Herr mit dem AMG GT ja Kennzeichen in 80er Zone geblitzt keine Sperre Kingfrau speichern wir das mal Passt dann haben wir das auch Puh Aber ich kann ihnen was sagen wenn sie ähm die Rechnung immer nicht bezahlen können ist das ihr einziges Auto haben sie ja nicht als einziges oder ne das ist nicht mein einziges hab ich schon überlegt Auto zu verkaufen ja dann war der Herr irgendwo ich meinte dass es äh vielleicht an den GT86 eben ran kam ja dann verkaufen sie sie doch eins dann können sie die Rechnung bezahlen oder? ja aber da geh ich glaub ich lieber angeln oder so ja eins müssen sie machen irgendwas müssen sie machen sonst fragen sie den Taxifahrer ob er sie zur Angelstelle bringen kann das wäre doch gar nicht mal so schlechte Idee oder? dann packen sie ihre Angel ein ja haben sie auch haben sie auch Köder dabei? ja Fischköder genug dann gehen sie angeln ne Runde dann kommen sie wieder und dann können sie bezahlen schätze ich mal wenn sie da ne richtige Angel nen richtigen Angelausflug dann machen ja weil Bootsführerschein gibt es ja bei uns nicht ne dann können sie Boot können sie immer fahren da müssen sie keine Angst haben wie beim Roller am besten nicht auf der Autobahn ja genau bitte nicht auf der Autobahn mit dem Boot hm 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 also wenn das Taxi jetzt schneller da ist als der Abschlepper dann wundert es mich halt wirklich das habe ich noch nie gesehen sonst also Abschlepper meistens nach gefühlt zwei Minuten einfach vor Ort direkt Krankenwagen kommt später aber die Zeiten sind es auch glaube ich vorbei wieder hm aber stimmt das ist ähm vielleicht wieder auch ein bisschen unterbesetzt kann schon sein hm hm das ist ja beim FD habe ich vielleicht kenne ich schon sehr viele von PD zum FD übergegangen sind vom FD zum PD umgekehrt umgekehrt vom PD zum FD ja ok weil sie nur schützen wollten oder was ja anscheinend klar ok Leon Holzauer danke für den Euro Leonardo 44 feier deines Fiems mach weiter so und ich wollte fragen was für ein Sirenen Soundpack du hast das findest du auf meinem Discord musst du mal suchen unter Newspaper irgendwo Sirene Da habe ich das hochgeladen. Das ist immer vorbei, wo ich bin. Leonardo, vielen Dank für 50 Euro mit ehrenhaften Fees. Vielen, vielen Dank. Ich hau mal einen Like-Hype raus. Heute der erste Like-Hype im Stream. Wuppeln wir mal raus, Leute. Alle mal einen Like dalassen. Was das Zeug hält, würde mich sehr hart freuen. Sehr hart, wenn ihr das vorhin mir einen Like dalassen könntet. Hau mal raus hier. Und, äh, Victor mal vorgelesen, glaube ich, ne? Ah, nee, Victor, hast du früher mal gesagt, dass du Leute mit 15 auch schon... Nee, habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Wenn, dann hast du gehört, dass ich das nicht mache. Wir haben keinen einzigen 15-Jährigen jemals angenommen. Keinen einzigen. Nie. Niemals, nie und niemals. Da musst du mich mit irgendjemandem verwechseln. Johnny, 1 zu 7, danke für 2 Euro auch. Der Polar Express 20, 22, danke für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Und Konstantin Dinkel, danke fürs VIP werden. Vielen, vielen Dank auch dafür. YouTube sagt wieder, wir sollen Werbung schalten. Ja, danke YouTube, danke. Das machen wir nicht. Spielen sie ja gerade Flappy Birds. Ich bin nicht gerade der Beste. Spielen sie gerade Flappy Birds, oder? Ja. Ah. Mal gucken. Habe ich das auch noch drauf? Slappy Birds. Da kommt der schöne Taxi. Ah. Taxi kommt mein Taxi. Das Taxi kommt halt wirklich schneller. Heftig. Gut, dann schöne Fahrt zum Dings. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Na gut, da wollte ich nur auf den Abschluckern. Jetzt kannst du wirklich weiterfahren. Ah, danke schön. Sehr nett. Informativen in Flüttemberg. Alles klar, dann danke. Lass mich nicht lügen. Ich muss kurz rechnen. Tja, so Leute, nimmt man Supra-Fahrer-Hops, die mit über 200 hier lang gefahren sind. Ist das nicht schön? Im 80er wird 200 geblitzt. 218. Führerschein weg. Kleine Verfolgungsjagd gehabt für 2 Meter. Dann war's das schon. Der Arme, der hat halt echt kein Geld, ne? Aber Gesetz ist Gesetz. Ich kann halt nichts machen. Was willst du tun? BMW M9. Emil? Ne, das ist ja nicht. Alles checken, was geht, ne? Aber ich stelle mich hier nochmal hin. Ich bin ja hier perfekt gestanden mit der Kiste. Also das ist echt ein fieser Spot hier, ne? Weil hier rasen sie alle durch. Und du hier Parkplatz fährst. Oh, da mit dem nächsten. Ach komm. Da ist jetzt wieder 100. Ne, schade. Oh, warte, den. Mann, wäre ich da stehen geblieben, hätte ich den jetzt blitzen können. Der ist sicher viel zu schnell dort hinten. Mann, der war sicher viel zu schnell in der... Ja, natürlich ist er viel zu schnell. Oh, so ein Kack. Der war viel zu schnell unterwegs. Habt ihr das gesehen? Im 80er. Ich hätte jetzt geblitzt gehabt. Ich stelle mich da nochmal hin. Ich hätte hier nicht wegfahren sollen. Ich hätte hier einfach stehen bleiben sollen. So ein Kack aber auch. Naja, egal. Passt schon. Ich habe schon heute... Warte, wie viel Führerschaften haben? Zwei. Zwei sind heute. Aber noch nicht mein Rekord. Ich glaube, mein Rekord war fünf, als ich an dieser... An dieser Mautstelle da stand. Ne, hinter dem Tunnel war das. Da war das. Oh, hallo. Bernhard Atzmüller, danke fürs... 24. Mal geriest habt, Alter. Heftig. Seit zwei Jahren dabei. Ehrenhaft. Dann bekommst du... Jetzt hast du die Siamant-Badge eigentlich. Äh, auch der hat gerade nicht getriggert, ne? Auf den Hängerplatz drauf, also wo die Hängerversicherung geht. Schade. Der hat da nicht getriggert. Habe ich mich ein bisschen besser hingestellt. Jetzt wird es besser laufen. Hoffe ich zumindest. Schau mal, vielleicht rast noch einer durch mit 50.000 Karacho. Max Schmallhofer, danke fürs Hip-Ware noch. Max, kannst du Max? Grüße ich den Max, natürlich. Und, äh, Johnny 1 zu 7 auch noch mal. Und... Victor Rec, oder Victor EQ, 9589. Na gut, das ist ja so vielleicht, weil das ja, dass du nicht annimmst. Aber okay, dann warte ich noch ein Jahr, feier das Video ist voll. Einfach noch warten, ja. Also, bitte immer schauen, dass ihr euch mit 16 auch registriert und so. Wäre super. Nimmt uns Arbeit ab. Ja, positiv. Äh, der Civic fährt jetzt auch nach hinten durch zum Hänger. Ist auch Hängerversicherung. Die wollen mich aber auch grad flaxen, habe ich das Gefühl, ne? Da kommt, äh, glatt ne Idee. Idee, nicht aufgegangen. Die sind immer noch da. Was ist das denn eigentlich? Dann hältst du das so an. Front, away, 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 front Man muss doch merken, dass ich im Nachfahr, oder? Laber nicht. Ja gut, er will wieder zum Dings runter. Ich halte mal an. Also er fährt jetzt immer die doppelte Geschwindigkeit, aber ich glaube nicht. Wobei 160, 164? Ne. KING4-1086 mit dem Kennzeichen FOX, Leerzeichen M3. Hallo. Hallo, FOX hat sich ja zugelassen. 178 war das Schnellste, ne? Guten Tag. Guten Tag, gleich zum Mal. Ich habe eine Schraubfschänder auf Rücken, damit Sie Bescheid wissen. Alles da, danke für den Hinweis. Haben Sie einen Waffenschein? Positiv. Können Sie mal sehen? Natürlich. Bitteschön. Vielen Dank, kriegen Sie wieder. Danke. Das folgende Problem wegen der Anhaltung. Sie waren etwas zu schnell, 178 vor einem 100er, Sandy. Seitdem fahre ich Ihnen hinterher. Oh. Ja. Haben Sie mich? Sie wollen... Ne, ne. Ne, ich dachte, Sie wollen einfach nur anhellen oder so fahren. Ne, ne. Ich habe nur gecheckt, wie schnell Sie fahren. Und das war sehr schnell. Also den ganzen Weg zügig im 100er mit 160 und dann 78. War schon ein bisschen schnell. Ich kriege mal einen Führer schon von Ihnen, bitte. Natürlich. Bitteschön. Dankeschön, ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Jo. Hallo, FOX. Ähm... Car and Truck hat er. 15 Levels, ganz kurz. Schönen wir mal. Wer das wohl sein könnte? Wer das wohl ist? So, ähm... DMV Drive Hunting hat ja alles eigentlich schon keine Einträge gepasst. Ich gebe mir eine Verwarnung. Was heißt hier Verwarnung? Ich stelle mir Strafe aus, aber ich tue ja nichts eintragen. Ich steppe... Wir haben keine Verwarnung, nicht nur hallo. Wo kommen wir denn da hin, Leute? Ist doch Geld verdienen. Aber Herr Officer... So, ja bitte, kriegen Sie wieder. Warum ich Sie nicht erkannt habe, Dankeschön. Weil in so einem Auto sieht man ja jetzt nicht all die Tage als Officer-Auto, richtig? Ähm, eher selten der Fall. Kann aber schon mal vorkommen. Genau deswegen geht man davon nicht so stark aus, dass das jetzt ein Gop sein könnte. Ja, ist das eher selten. Die Pizzeria brennt, glaube ich. So, dann stelle ich Ihnen mal eine Strafe aus, wenn wir von 3000 Dollar. Können Sie die direkt begleichen. Schon ein bisschen länger. Perfekt. Dann würde ich die direkt begleichen oder einfach jetzt so schnell wie möglich. Dann bleibt ihr auch nicht hängen. Perfekt. Gut, dann wünsche ich viel Spaß anscheinend beim Fischen. Da ist ja gerade sehr viel los und wünsche Ihnen eine frohe Weiterfahrt. Die Parkmähler noch. Danke, Ezer. Nächstes Mal langsamer fahren. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Bei Ihnen alles okay? Hallo? Ich kann Sie gerade nicht hören. Ah, so, ja, sorry. Hallo. Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Check mich das Kennzeichen mal. Alles gut. Was? Ne, weil Sie da gerade angehalten haben und geguckt haben, es wäre der Motor kaputt. Ne, ne. Alles da. Gute Kofferraum. Achso, da ist der Kofferraum. Ich dachte, da hinten ist der Motor drin. Das ist da. Ne, ne. Ja doch, was ist das denn hier hinten? Motor. So ein Ferrari, oder? Ja, klar. Ja. Da haben Sie den Motor aufgemacht. Oder ist da ein Kofferraum auch drin? Na ja, da ist der Kofferraum hinten. Für Steak machen, ne? Erstmal hinten das drauflegen. Genau. Alles klar. Schön, danke. Ebenfalls. Was für vier Modpacks hast du drin? Äh, ich habe tatsächlich als Modpack ein paar Sachen von, äh, NVE drin. Ja, da bist du weit weg. Ich bin heute im County. Ich bin heute kommend im County unterwegs. Ich finde das voll cool hier. Heute ist hier richtig viel los, finde ich. Weil sonst im County hast du nicht immer so viel. Aber heute ist hier durchs Fischen, ich weiß nicht, gehen alle fischen gerade. Macht richtig Bock. Du kriegst hier überall Leute, die du auffangen kannst. Voll nice. Naruto, kakak 1, kannst du mein Freund sein in GTA 5? Ich glaube, ich habe GTA 5 online schon seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Wenn ich sogar noch länger. Aber, äh, vielen Dank. Ich bin gerne mit allen von euch befreundet. LP Paradies. Danke für 1,20 Euro. Vielen Dank und Gruß geht raus an LP Paradies. Oder LP Paradise. Ja, ich sag mal, NVE ist eine gute Grafikmod. Vor allem für Trailer und für Screenshots. Aber irgendwie finde ich NVE fürs Spielen ungeeignet. Ich weiß nicht, mich stört da so viel, wenn ich mit NVE spiele. Erstens, es zieht saumäßig viel Leistung. Mit saumäßig meine ich saumäßig viel. Und ich finde meine Grafikmod so, zum Zocken, finde ich die schöner. Dafür, für Trailer, finde ich die NVE besser so. Da hast du halt mehr Effekte und so. Aber beim Zocken nervt das eher. Diese ganzen Ray-Tracing-Effekte, die da drauf sind, auch mit... Ich weiß nicht, das zieht halt so viel mit dem Ray-Tracing. Wenn du jetzt diese Puddles hast und so. Das stört mich eher. Es lenkt halt zu viel ab. Dann hast du überall diese... Diese Flares siehst du überall. Und bei mir ist es halt so dezent in meiner Grafikmod. Da ist halt nicht so... Da ist jetzt nicht so viel mit Flares, die überall rauspuffen. Oder so Rays von der Sonne runter. Oder auch kein Ray-Tracing. Aber es läuft gut, weißt du. Aber NVE ist gut für Trailer und für Screenshots, muss ich sagen. Das ist echt nice. Hast du meinen Sticker nicht gesehen? Nein. Dann packen wir uns hier nochmal ein, oder? Eine Runde. Bis jetzt hat es mir sehr viel Glück gebracht, hier zu stehen. Dann stellen wir uns genau hier wieder hin, ne? Bestes Spot, Alter. Bestes Spot. Hier macht es echt Spaß. Hier lässt es sich leben, Leute. Hier lässt es sich gut leben. Schau mal, geht der Blitzer? Er geht nicht. Nein. Ich werde anders hinstellen, glaube ich. Oh, nee. Ich muss niesen. Oh, nee. Oh. Ich... Oh. Ach, auch nee. Oh, 148. Wenn ihr nur 148, äh, welchen aber gleich anhalten, ne? Ich weiß ja, dass ich Kopf bin. Der hat mich schon gesehen. Oh, nee. Danke in den Chat für das Gesundheitswünschen. Front, away. 141. Ja, 148 im 80er. Knapp dann vorbei, leider. Der fährt den Besoffener, ne? Der fährt richtig hart besoffen. Guckt ihr das mal an. Oh, der kann schlecht mit Maus in Tastatur fahren. Ich freue mich, den Trend, ich habe nichts mehr gemacht, also... Front, away. Front, away. Front, away. Ist doch, man. Front, away. Ich hoffe, dass wir da... Ja, lieber gleich, ich ob es noch vom Volk verdacht hat. Ja, der Endschöter ist... Ich bekommst mir auch im Katten. Hallo geht´s dir doch gut? Kingford NIT6 mit dem Kennzeichen BMW Leerzeichen M9. Sie sind mir reingefahren gerade eben, beim rückwärts fahren warum fahren sie denn hier rückwärts? Ja ich habe jetzt ein bisschen telefoniert, komm mal Tür raschen bitte und bitte den Motor abstellen, das wäre ganz lieb. Dankeschön, bin ich wiedergeblieben. Emil Armann. Inaktiv, also sind das nur Wohnmobile die da rumstehen korrekt? Ja also positiv, die Seitentüren stehen aber offen, sondern vermutlich weil das hier vor paar Minuten aktiv gewesen war. Boah, viele offene Blitzerrechnungen, diese sind bis zum 1.12., den haben wir doch noch, nee 24.11.12.2080er so genutzt worden, Führerschein wurde entzogen ohne Sperre. Ja der ist ja knapp an der Sperre vorbei gerade, dann hätte er ein bisschen schneller gefahren vorhin dann wäre der weg der Führerschein. So, kriegen sie wieder? Dankeschön. Ähm folgendes, war das etwas zu schnell? Ok und wie viel? Im 80er mit 143 war das glaube ich, ja. Da war 80 erlaubt, ne? Äh, Führerschein Entnahme, ja, nein. Bitte was, Abnahme? Die Führerschein Entnahme, ja, nein. Warum wollen sie das fragen? Naja, ob ich das entnommen bekomme oder nicht halt, deswegen. Das sollten sie eigentlich wissen, das ist keine doppelte Geschwindigkeit. Sie haben aber schon einmal einen Führerschein entzogen bekommen, wie ich gerade sehe. Also der wurde ja schon einmal entzogen, weil sie zu schnell waren. Der Führerschein wird entzogen, dann entweder wenn ich einen Eintrag sehe, dass sie irgendwann zu schnell gefahren sind und beim nächsten Mal wird er entzogen, am nächsten Tag vielleicht. Ähm, habe ich jetzt nichts gefunden und sonst werden sie die doppelte Geschwindigkeit übertreten und das haben sie nicht, sie sind mit 160 gefahren. Das ist keine doppelte Übertretung. Äh, ab 160 meinte ich jetzt doppelte Übertretung. Äh, sie sind aber im 80er mit 143 gefahren. Aus dem Grund, ähm, ja, muss ich ihnen eine Rechnung ausstellen. Ich habe auch gesehen, sie haben sehr viele offene Blitzerrechnungen. Das steht auch drin. Ähm, die habe ich schon eigentlich an dem Tag nur noch rechtzeitig alle abgezahlt. Ich sehe aber das nicht. Ich sehe aber das nicht. Ich sehe jetzt gerade, dass das hier alles so offen ist. Könnt ihr die direkt begleichen, oder? Ja. So, ich stelle nochmal meine Rechnung aus. Ja, da ist keiner. Wir können die... So, die haben sie auch gerade bezahlt. Schauen wir mal. Weil sonst, wenn sie die Rechnung bezahlt haben, kann ich das entfernen, wissen sie? Mhm. Vier Stück einfach mal vier Abschlepper. Ähm, das haben sie weg. So. Jetzt haben sie alle Rechnungen bezahlt. Perfekt. Ja. Gut, dann mache ich folgendes. Dann trage ich das mal aus. Weil in einem MDT steht noch was anders drin. Ja. Das ist nämlich hier offene Rechnungen. Das wäre bis zum 1.12. gewesen zu zahlen. Das entferne ich jetzt mal. Ja. So, pass. Dann haben sie wieder eine, ich sag mal, bessere Akte. Ja, die Akte interessiert mich nicht so sehr. Naja, sollten sie schon darauf achten. Weil jedes Mal, wenn man dann sieht, sie haben Schulden, ist halt auch nicht gut. Gut. Ich meine, am Ende des Tages interessiert es mich gar nicht, ob ich die Cops kenne oder nicht. Nicht halt ehrlich. Achso. Okay. Mach gut. Ist ihrem Eindruck. Dann wünsche ich eine schöne Weiterfahrt, ne? Ja, dann wünsche ich Ihnen auch. Gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Habe ich das Gefühl, dass er da mit ziemlich schlechter Geschwindigkeit abgerissen ist? Ah, jetzt sind wir langsam. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir langsam. Der ist vorher viel schneller gefahren, erinnert ihr das? Front, away, front, away, front, away. Jetzt war der mit Tunnel der Tempomat, jetzt traut er sich nicht. Ah, 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 ah. Ja, 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 ja. So, ich spare euch. Ich werde hier oben drin, damit es sich so auswirkt, dass wir ihn verfolgen. Ah, 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 ah. Das ist so eine Schlamine. Ich habe genau gesehen, dass er vorgerast ist hier. Ich habe aber keine Messung durchgeführt. So. Also, der Spot ist nice. Das wäre fast die nächste Führerstattung gewesen, aber nur fast. Leider. Fast. Den Rekord knack ich glaube ich nicht mehr, dass ich letztes Mal hatte. So. Da war... Ein Stoppschild bitte nicht überfahren, gell? Ach, geh schnell tanken. Da vorne sind wir an der Tankstelle. Geh mal durch den Donkener rund. Jo. So. Wir sind kurz für den 3.000 Likes, schreibt einer. So ein Like hat mal. Ist das immer mal ein Herzregen. Leute, lasst ein Like da und lasst ein Herz im Chat. Für alle, die jetzt aktiv dabei sind, Leute. Wuppelt mal ein Herz in den Chat rein. Würde mich sehr hart freuen. Und lasst natürlich komplett kostenlosen Like da auf die 3.000. So. Let me see just something. My English is not the yellow from the egg, sagt man. So. Ja, wir sind kurz für den 3.000. Also wenn ihr jetzt liken wollt, dann jetzt. Jetzt ist es richtig und wichtig. Chat ist fool. Mach den Chat wirklich... Fool. Jetzt haben wir es. Mit Herzchen. Und... Ballern wir jetzt wieder auf die 3.000. Boah, ich muss aber echt mal was trinken. Ich habe da nichts mehr zu trinken da. Ich stelle mich mal schnell irgendwo hin. So. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich hole mir ganz schnell was zum trinken. Bis gleich. Kurze Pause. Kurze Pause. Willkommen zurück. So. Da bin ich wieder, Jungs und Mädels. Ich habe jetzt ganz schön was zu trinken geholt. Das ist meistens so der Fall, wenn ich was mache. Meistens dann, wenn ich gerade weg bin. Dann rast man da durch. Aber diesmal anscheinend nicht. Diesmal klappt es endlich. Das war ein schönes Red Dorsch. Einen guten Durst. Danke. Oh, ne. Muss ich wieder niesen. Was ist denn heute los? Boah. Trinken und niesen gleichzeitig war ganz schlimm. Glauben, es ist wilder Hase. Oh, das schmeckt echt geil. Ich habe nämlich bestellt. Kein Scheiß. Pepsi Max Cherry. Aus UK. Schmeckt übelst geil. Schmeckt so ein bisschen wie Dr. Pepper. In diesem Cherry Geschmack. Voll nice. Ein big süßes Klump ist es. Ein big süßes Klump. Ich weiß nicht, aber sie trinken ein big süßes Klump. Big süß. Deppke, herzlichen Glückwunsch für Geburtstag. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich bin 22 mit der Frage, könnt ihr uns wer am Oceans abholen, bitte? Wegfrequente 1 Kilometer. Run Richter. Ein Richter wird nicht gesucht, ne? Naja. Schade. Hätte, hätte Fahrrad geht. Hätte sein können. Der fährt relativ legal, ja? Den verfolge ich jetzt mal nicht. Der ist ganz lieb gewesen. Der ist eher legal unterwegs. So. Ich packe mich mal so ein. Ja. So blitze ich auch was. So bin ich ja richtig, richtig safe eigentlich hier drin so. Voll safe? Ah, ist das schön hier drin sitzen. Schön im Auto. Mit den weißen Sitzen, die man eingestuhlt hat. Ja. Die kannst du richtig schnell einstuhlen. Niemals weiße Sitze nehmen. Auf entspannt. Oh. Dispatch angekommen. Oder an, ange, ne angenommen dachte ich schon. Ne aber angekommen. Schauen wir mal. Dispatch. Dispatches. Äh. Hallo. Ich habe eine Frage. Bitte um Rückruf. Ja, das ist uns auch gemacht, ne? Wenn ich hier gerade am blitzen bin. Hat ja gerade Zeit gehabt. Auf ganz entspannt. Ich sollte vielleicht die ganzen Fische abfahren, die mir alle Geld um ein Ende eigentlich. Vielleicht so durch die mehr anfahren. Erst Kopf verdient man sich echt dumm und dämlich, wenn man hier blitzen geht. Das ist echt heftig, wie viel man hier verdienen kann. 3.000 Dollar dauerhaft. 3.000 Dollar. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Du musst halt nur die richtigen Spots finden, wo du blitzt, ne? Das, was wir machen, ist halt echt hartes Blitzerfarming, ne? Alter. Ja, fahren wir gleich rein. Hast du ja recht. Noch eine Sache, die vielleicht ganz geil ist, hier zu blitzen, wisst ihr? Dann kannst du beide Seiten. 3.000 Dollar sind super. 5.000 Dollar sind besser. Der fährt aber auch normal. Ja, jetzt wäre er normal. Ach komm. Leggo. 15. Der Iron Wechsel mal kurz in vom Kanal 2.06. So, hier ist doch auch gut zum Stehen, ne? Ja. Das ist auch ein guter Spot. Ich stehe aber mal hier eine Runde ein bisschen. Bisschen am Holz. Vor allem hier kann ich sehen, wenn einer angerast kommt. Dann weiß ich, okay, ich kann mein Radar schon besser einstellen. Und schon mal den Motor anschmeißen. Und von hier einer kommt. Das ist schon mal geil. Von hier sehe ich mal sehr gut. Deppke, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mir vorgelesen. Ich habe heute Geburtstag. Ja. Welches Headset hast du? Alle Informationen auf meiner Website. Dann auf Setup. Da habe ich alles drin verlinkt. Oh, da kommt einer. Aber der ist langsam. Schade. Ja, langsam. Da können noch ein Patient kommen, der schnell ist. Und. Ne, der wäre ja noch nicht so dumm. Der ist doch vorhin auch. 105 geblitzt. Den habe ich mit 105 geblitzt. Hallo. Wer war denn der Fahrer vom Fahrzeug? Ja, ich. Ich packe es gleich wieder aus. Ne, ne, ist okay. Wir machen das so. Ähm. Okay. Also Sie wollen mir das Kennzeichen sagen. Wissen Sie das Kennzeichen auswendig? Ja, ist ein N. Wie heißt das Kennzeichen? Ist ein N. Ist ein N. Ja, einfach nur ein N. Äh, Herr Neuberg, ne? Genau. Ja. 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 Waren Sie mal ganz schön unterwegs hier. So, bitteschön. Dankeschön. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Okay. Wie war er denn? 100, 100, äh. Hat ich jetzt mit 110 auf dem Kasten? Oder mit 100 mit... Ich schaue nochmal. Wo ich ihm jetzt die falsche Rechnung ausstelle. Ich glaube, 100... Ne, 105 habe ich ihn geblitzt. Da fuhr er durch. Ja, 105 habe ich ihn geblitzt gehabt. 105. Dann kann ich ihm halt nur... Was anderes ausstelle, ist das Problem. Ich kann jetzt nur... Schaut mal, unter... Mal gucken, Strafkatalog. Das ist dann nicht 30 km drüber. Da sind wir mit... Eher. Bis 29 km. Und dann gibt es noch 15. Also ich kann ihn... Ich kann ihn, äh... Das kann ich ihm ausstellen. 2.000 Dollar sind das. So. Ich habe sie mit, äh... 105 geblitzt. Das wären dann 2.000 Dollar zum Bezahlen. Haben sie noch unbezahlte Rechnungen? Dann haben sie nichts. Äh, ne. Okay. So. So. So, lass doch bitte einmal... Begleichen. Bitteschön. Alles klar. Ich würde Ihnen eine schöne Weiterfahrt... Und was auch immer Sie jetzt weiterfahren. Und, äh, nächstes Mal bitte hier... Langsamer reinfahren. Hier ist 80. Ja, kriege ich hin. Alles klar. Perfekt, danke. Wiedersehen. Tschüssi, müßi. Tschüssi, müßli. Ah. Was ist denn da los? Was ist denn da... Tschüssi, müßli. Was ist denn hier los? Einfach... Hat die einfach... Tschüssi, müßli gesagt? Ich glaube es nicht. Tschüssi, müßli. Oh, ne. Ah, zu viel. Ich bleibe wieder stecken, ey. Weil ich mich gerade... ...gekratzt habe. Ja. Geil. Tschüssi, müßli. Oh, Hinterrissradar klappt nicht so ganz, wie ich mir gehofft habe. Aber... Ah, der war jetzt auch auf 105. Aber ich habe ihn nicht geblitzt. Da hat er noch Glück gehabt, dass ich ihn nicht geblitzt habe. Da hat er gerade richtig Lack gehabt, dass ich ihn nicht geblitzt habe gerade eben. Lackt sein Vater hat er gerade gehabt. Hätte ich auch nochmal 2000 Dollar einstecken können. Tschüssi, müßli. Tschüssi, müßli. Ne, Fahndung ist der auch nicht, der Herr Neuberg. Ich weiß ja, sobald er auf der Fahndung steht, wüsste ich es. Weil ich schaue die Fahndung immer einmal durch. Und ich merke mal auch den Namen... Wilhelm Richter. Den hatten wir doch vorhin erst, oder? Wilhelm Richter. Ne, einen anderen Richter hatten wir drauf. Aber nicht Wilhelm. Oder? Warte mal. Wir hatten vorhin einen Richter. Wer war denn das? Ron Richter war das. Nicht Wilhelm. Ron war das. Wer müsste das gewesen sein? Nicht Wilhelm. Ron habe ich vorhin angehalten. Eigentlich merke ich das mir, aber... Ja. Kann mal passieren, dass mir was durchflutscht. Maybe. Hm? In Zukunft wird man ja Fahrzeuge auf die Fahndung schreiben. Und Person. Dann siehst du, wenn zum Beispiel ein Fahrzeug an irgendwas beteiligt war, kannst du es einfach auf die Fahndung schreiben. Der Polar Express. Danke nochmal für 2 Euro. Und Mario, danke für 1,49 Euro. Ui. Siehe, exempt war das jetzt aber. Das war echt knappe Sache, ne? Na gut richtig? Wer will das jetzt? Let's vape nach unten. Dip. Genau das können wir verhörten, is die Zuhörzeuge... القادmine. 今 Cuando. Ist das ein Crop? Das aber so kurz war Führerschein in den Zug gewesen. Was ist das? ich würde noch warten bis wir richtung stadt einwärts fahren wenn es nicht abbremst sondern mit vorderkann rein zieht ich den führerschein ab da habe ich gerade etwas ganz anderes gesehen da scheiße jetzt mal drauf hab ich gesehen wie der durchgezogen ist gerade von der von der ding rüber der ist der vollgas durchgezogen hat den hole ich mir jetzt da scheiße jetzt mal auf den ich gerade verfolgt habe der ist da voll durchgezogen weißer m4 muss das gewesen sein da muss ja alles gegeben haben gerade eben wenn ich den jetzt nicht finde dann bin ich dann nicht ins mad ich glaube dass weg der war so schnell hatte irgendwas also was das für ein auto war war normal war das nicht das war ein weißer m4 glaube ich ich war hier 302 und komm nicht hinterher hätte ich den an jetzt nur angehalten ich habe gedacht den krieg ich noch der m4 der so schnell gerast ist ich dachte ich kriege ihn vielleicht sehe ich ihn hier noch irgendwo vielleicht sehe ich ihn hier noch irgendwo ne alter war der schnell war der da vorne fänder glaube ich oder ne 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 den kriegen wir nicht mehr der war so schnell der typ so schnell ich habe ich habe leider ich kann auch gar nichts durch den funk durchgeben weil ich keine infos habe ob das jetzt ein m4 war ich habe kein kennzeichen oder was ist der hier ne der kann doch nicht mal so schnell gewesen sein außer er hat NOS gezündet der kann doch ne 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 so im augenwinkel habe ich den gesehen ich habe ach ich habe im augenwinkel gesehen ich habe es aber nicht bemerkt welches wahrzeug es war richtiger scheiß ey ich kann dir mal durchgehen was das war weil der so schnell war aber ich weiß ich hatte geleckt oder war der einfach nur sau schnell ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber ich glaube es war der m4 bin mir aber unsicher aber was wirst du machen wenn du weil es gibt so viele weiße m4 du musst halt wirklich dran bleiben dann bringt es was zu funken weil sonst kommen da 50.000 cops rein und ich glaube dass da ist er 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 jetzt gib doch mal gas warum bist du so langsam da ist er das ist der weiße m4 gewesen und jetzt fährt er natürlich langsam oder ist das ein m4 ne ist das kein m4 hä das war kein m4 ne ne das ist ein äh äh c64 müsste das sein das ist mein ping alter der ping ist im arsch vom server holy shit oh das ist mein ping also entweder das ist mein ping oder der ping vom server lemme see lemme see alter da rast ey jetzt ist das gibt's doch gar nicht jetzt rasten die 309 alter leckt mich am ach zückli ging vor da fährt ein schwarzer supersportwagen gerade von sandy runter richtung stadt einwärts mit über 309 geblitzt Müsste navetador oder sowas sein in schwarz müsste navetador in schwarz sein also entweder das ist mein ping oder der komplette server ist gleich am abschmieren eins von beiden wir schauen mal rein diese dev person läuft halt echt nicht gut muss ich euch sagen die läuft wirklich scheiße ja network thread just fängt an network 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 alter also kurz gucken also mal gucken woran das liegt jetzt haben wir alle probleme aber es ist diese dev version von voll5m die kannst du so knicken und zwar schallert ja das medic crd wie das halt ich stopp das mal wir haben einen richtigen network thread hitch gerade und das ist das was es auslöst warum der server mal dann abwuppelt anscheinend und jetzt jetzt wird er jetzt wird er gleich abstürzen ich bin grad am debuggen nicht wundern schauen wir das grad an was er macht der läuft grad komplett der läuft komplett heiß status also wenn ihr das sehen könnt wenn der grad durchrattert ne der rattert grad richtig hart durch er ist grad er ist grad nur noch am probieren sich zu fangen gerade eben aber es ist halt echt kein ne es ist noch der memory error ist noch nicht da gesucht aber die cpu usage geht so weit nach oben gerade aber ich hoffe die leute wissen dass das hier nicht alltäglich ist das ist ja schon ab durch noch x16 update threat time threshold ist too low mhm wir wollen ja wir wollen ja damit ein crash irgendwie provozierend an sich dass das auch das ding runter geht aber der der sync und alles das schmeißt grad alles zusammen hier aber ich schau's mir grad an das ist halt kacke von sowas denkt man nämlich ist mein ping grad so kacke nö äh server ist grad so am abstürzen gefühlt sync und network alter da geht's grad richtig ab also wenn da 5000 kommt dann gibt's ein timeout aber sowas davor nicht das ist nicht das problem was wir davor hatten weil davor hatten wir das problem dass der server einfach ähm wie sagt man der server ist davor ja einfach nur abgeschmiert das ist was ich mein der ist einfach abgeschmiert hat einen fetten error gedroppt und dann war der server weg und jetzt haben wir so richtig schlechte connection weil er so ein sync threat hitch hat oder alles dem geht's grad gar nicht gut dem bruder dem geht's grad richtig schlecht ich schau mal schnell ins forum rein dem geht's grad gar nicht gut tun wir mal zack okay ich verstehe ne ihr müsst euch also jetzt hat er mir geantwortet warum das so ist das ist weil der code ähm guckt nach einer memory corruption deshalb läuft der viel schlechter aber ich denk mir halt das bringt sich halt bei uns dann wir müssen heute den ganzen tag halt damit aushalten der server wird heute den ganzen tag ein bisschen laggy sein weil er natürlich mehr lockt als sonst weil man merkt das der braucht halt viel viel länger bis er nachkommt ist ja die frage ob wir damit das problem beseitigen können und der das überhaupt richtig lockt jetzt ich hoffe es zumindest oh ich glaub jetzt hängt er sich langsam auf jetzt hängt er sich auf auf 9000 ne noch hängt er sich nicht auf ach du scheiße was das für eure meldungen sind ja wir haben halt so ein dev bild bekommen und das ist halt echt für nichts zu gebrauchen gerade aber wir müssen das leider drauf rennen lassen es geht leider nicht anders wir müssen wir müssen das durchbeißen leider auch wenn der komplette server gerade nicht gut läuft alter schwede wir teilen ja fast alle gleich aus hier ja schauen wir mal ihr seid schlecht wenn so viele spieler drauf ist wird es natürlich umso schlimmer aber ich lass das mal so laufen schau mal und ich denk mir nämlich mein mein ich dachte wirklich schon mein internet ist im arsch dann mal ich mach mal ein add admin ne freie pd-einheit für x-ray 13 ne freie pd-einheit für x-ray 13 negativ negativ oh dann hab ich hier eine person die illegalen jagd hat so machen wir weiter so machen wir weiter gut dass ich das jetzt aber auch wahr ist das hat das hat nie mit 5m zu tun die leute die hier reinschreiben das hat nichts mit 5m zu tun das ist lokaler bei uns auf dem server hat das mit was zu tun ja nix mit 5m gleich auf dem weg ich versuche gerade mal die academy zu informieren weil aber alter 309 wie gerne hätte ich den hops genommen schaust du die wm bin nach langer zeit mal wieder da nö man sollte sie auch nicht gucken ja man sollte die wm nicht unterstützen man sollte sowieso ohne scheiß fifa was sie aufhören sollte man einfach nicht unterstützen das ist so ein quatsch was sie aufhören teilweise alles korrupte leute dort drüben also ich würde es ich würde es nicht schauen wollen ich verstehe es auch nicht ich würde mich als fernsehsender würde ich mich einfach quer stellen und sage ich würde das ich würde keine äh keine wm spiele mehr ausstrahlen wollen aber dann gucken die halt woanders weißt du aber bei der wm geht es leider schon lange nicht mehr um sport da geht es leider nur noch ums geld und das ist ein bisschen kacke da geht es nicht mehr um den sport und ähm ja das ich meine das was dieses jahr passiert mit der wm das übertrumpft ja eigentlich so alles was eigentlich möglich ist also wenn ihr jetzt noch die wm schaut ah no no genau kann ich nicht nachvollziehen aber zum glück schaue ich sie nicht ähm ich hoffe auf jeden fall dass sie sie nicht ausgezahlt hat oder so auszutragen ne ne aber wm das muss man halt sagen ähm fifa ich meine das ist ja obvious dass da sehr viel geld im spiel ist und ich finde es halt kacke dass die leute halt das trotzdem schauen weil es geht halt nicht mehr um den sport so wisst ihr es geht halt nur um dieses um dieses große geld die leute werden dort bestochen bis zum geht nicht mehr mittlerweile ich glaube gar nicht mehr dass die spiele dort real sind ich glaube mittlerweile dass echt sehr viele spiele im vorhinein schon wisst ihr ja schon im vorhinein geplant sind der und der gewinnt und der verliert ja ist halt so die welt ist nicht gerecht selbst die wm 2006 in de wurde gekauft ja ich sag ja das war ja nie anders es geht jetzt so darum wenn ich mir so denke wenn wenn sie schon wer einkauft okay aber um diesen umständen die dort halt sind das ist halt kompletter humbug gewesen was die wir gemacht haben das ist das problem weißt du dass die fifa kaufbar ist das ist ich glaube ich mittlerweile jedem klauen das schon seit jahren aber halt ne ja komm in katan das ist ne das ist unter aller sau was dort abgeht derzeit unter aller sau also ich verstehe auch nicht wie man sich da nicht so schämen kann an sich also jetzt so als also die fifa macht sich doch damit voll blöd vor allen leuten oder mhm wir haben ja doch kein geld der welt wert wenn ich mein image dadurch komplett verhaue kein geld der welt wert ist das wert oder du verhaust ja ein komplettes image ja komplett das ist ja scheiß egal hauptsache geld passt irgendwann fängt irgendwann fängt die fifa noch an casino zu streamen das fehlt noch irgendwann werden aber die sind halt auch nur das geld das ist wie bei casino streamern die sind auch nur das geld bei fifa dasselbe die sind auch nur das geld oder ja da sind doch leute drüben und die denken so auf wenn das geld passt mache ich alles so gefühlt dort können auch schon mal leute sterben da mache ich trotzdem mit so in etwa ne muss nicht sein also also auf die idee kommen also vielleicht nächstes jahr nächstes jahr vielleicht auf mond dass wir dort austragen unter gewissen verhältnissen ich meine dann bauen wir dort vielleicht eine arena mit einer riesen glaskuppel dann beheizen wir diese glaskuppel weil auf dem mond ist ja bisschen kalt ballern luft dort rein bis zum geht nicht mehr co2 technisch natürlich scheiße aber wir müssen erstmal drüber reden dass wir bald mal elektro autos uns holen weil scheiß drauf ist zwar sehr viel co2 emissionen dann fliegen wir die ganzen fußballspieler und die fans auf den mond hoch dort werden dann die spiele ausgetragen weil die nasa zahlt ja gut ist ja gute werbung für die nasa wenn wir dann auf den mond fußball spielen mit der nächsten wm scheiß mal auf die co2 werte wir werden dafür elektro auto fahren ist ja ja scheiß mal drauf mach mal dort die nächste fußball wm würde ich nicht schlecht finden kann man ja gleich das oder ist doch derselbe scheiß hätten wir doch gleich auf dem mars auch noch übernächstes mal auf dem mars übernächstes mal auf dem mars und dann geht es weiter leute die marsianer zahlen gut die zahlen gut die lieben menschensport und die fifa die ja die hat da auch bock drauf die hat da richtig bock drauf die zahlen mit gutem geld ne da freue ich mich schon drauf wenn es auf dem mars wenn es da los geht da sehe ich mich hast du die selben bedingungen einfach mitten in der wüste alter so display angekommen nur halt ohne luft ne aber ist ja nicht so schlimm da pumpen wir aber die luft hoch das passt schon kostet halt nur ganz viel co2 jo hauptsache wir haben keine plastik strohhalme mehr und müssen elektroautos fahren jo genau so ist es ach ich liebe die menschheit ist so krank ne so jetzt fahren wir mal wieder autobahn ja ich weiß nicht wo ich hinfahre soll es gibt heute keine sind keinerlei einsätze heute weder ein bankraub noch ist heute irgendwie ein juve ne verfolgungszeit hatte ich heute auch noch nicht so ne richtige aber gut es liegt auch an mir ja müssen wir mal gucken ne die leute sagen stromlspann dass ich mein ehauto kaufe was denn hier passiert oh ne oder hallo hallo bitte was ja gut im anzug die können doch nicht mit werkzeug umgehen ne ich sperre hier eigentlich erstmal ab dass es hier immer abgesichert ist hallo aber danke dass sie so nett sind ha 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 danke wirklich so so nach stellen ähm passt dann holen wir mal aus dem kofferraum die box da frage ich frage ich frage gar nicht ob es ihm gut geht weil so wie der aus dem auto gerade raus gestartet hat scheint es ihm anscheinend zu gut zu gehen mhm dem scheint es anscheinend zu gut zu gehen leute oh ne wie ein besoffener stelle ich das hier auf ach komm lecko mir de la popo so so ich kann überhaupt nicht gut mit hütchen überhaupt nicht gut das so das schon was wir hier nochmal hinstellen ich frage gar nicht wie es ihm geht so kriege ich hier nur so ein fettes zelt raus oder ein licht umleitung links das das ist das falsche denn bevor dann werde ich und schwöre von der academy abziehen und enden realistisch ne aeroboard aufbauen aus dem kofferraum bekommen ne ja irgendwie muss ja machen ne anhänger ich hatte den ganzen anhänger in der box drin so ja bitte hallo ähm können sie sich noch bewegen nein hier ist vorm schloss in dem auto hier ist kein platz um sich zu bewegen ähm haben sie schon ambulanz gerufen ja hab ich gerade perfekt dann wird sie bald auf dem weg sein aber so ist entscheidend geht es ihnen ja noch anscheinend zu gut da drin so wie sie reden ja ja ist nicht viel passiert das muss man ja mal wirklich sagen ist nicht viel passiert was ist denn passiert ja mir ist ein kopfloser von ganz links nach ganz rechts rüber gezogen hat mich in die mauer reingedrückt und dadurch hat sie dann ins auto aufgestellt und ich habe mich überschlagen ach schön gut dann schauen wir das mal auf also ein kopfloser ist ins auto gefahren ganz schön das hat man sich dann überschlagen okay ich dachte was denn mit seinem anhänger los ist und was machen sie mit ihrem auto hier mit auf der autobahn ja ich war ernst selber vor ort ich habe die hier unten achso okay verstehe ich verstehe ich ja ja alles perfekt sind sie der krankenwagen nö ich bin eigentlich gar nicht rein gefahren aber okay ich glaube alles gut ist nö ist alles gut jetzt noch alles gut perfekt ich versuche grad den unfall hergang zu definieren ist der kopflose weiter gefahren warum schmerzen gerade da hinten warum lkw ich habe keine ahnung ich überlegen ganz schön ja weil wir zum zehnten mal die testversion drin haben das lasse ich euch einfach mal so zu tun leider heute müssen wir da durch den ganzen tag ich hoffe der server ich will ja eigentlich nur dass der server crash dass wir eine log kriegen mehr will ich gar nicht oh man wir haben ja fast kein platz zum bewegen der haus ist ja dauerhaft network threat hitch aber ja der haus ist ja dauerhaft network threat hitch aber ja ich habe mir auch dabei in den kopf achso nicht achso nicht was ist das für ein weg gefühlt da ach still 2.3 mit einer 40er victor 11 15 level das schaue ich mal kurz äh frage wie sieht das bei euch aus äh die rookies müssen ja alle außer dienst gehen die nicht mitgenommen werden müssen oder ah getrennt ja dann dass ich getrennt werde oder mitgenommen werden können ja folgendes habe ich gerade mit schröder besprochen ähm ja mach ich jetzt noch kurz eine eskorte fertig damit wird die ausbildung beendet und dann nehme ich einen rookie mit und erne und dann kommen wir nochmal ein streit äh rookies die halt nicht mitgenommen werden können die gehen den 7 ja 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 aktuell ist es natürlich so dass äh äh ja es ist ich finde es sehr gut dass wir uns bescheid geben und dass alle normalen officer rausgegangen sind die 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 so er der war ja hat das was dann mit den regierungsproblemen zu tun oder sind die nur es einfach so nicht los hei was ist schandl was ist das für eine zauberkiste hat er sich daraus begeistern wollte das zusammen was soll das was soll die scheiße ach komm das ist ein scheiße ich glaube ich komme heute auch nicht mehr dieses hat er sich was einfallen lassen schiebe ich dafür aber ich weiß nicht mal ob du auch das machst und was du auch okay es ist voll fies wo möchte fertig gemacht in meinem eigenen chat was soll die scheiße aber nix gemacht ist doch sweet ja voll 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 war sweet ja 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 Was ist das denn? Ich vertrete mich zum Teil. Der hat schon noch was draufgestellt. Ich bin Pender, ich hab bestimmt noch. wundert euch nicht ich schreib gerade was das ist ein bisschen blöd und streamer war darum muss ich mich leider kümmern um die scheiße vielleicht soll ich einfach nur auf grant zocken und den server schließen alter wäre besser einfach server schließen schließen einfach den server und machen irgendwas anderes ich weiß nicht bockt also gar nicht wenn du die ganze zeit was machen muss weiß es halt echt die ganze zeit so kümmern also jetzt haben wir diese diese blöde der version drauf dann hitscht der server auf dem ping von 200 jetzt derzeit jetzt weiß ich mal wenn jetzt der server abcrasht weiß ich nicht mal ob es jetzt an dieser dev version liegt oder ob es wirklich am crash liegt der das hier die ganze zeit verursacht ich könnte kotzen alter ich könnte wirklich kotzen so ich war immer weg ich war wirklich mal weg kein bock mehr lange ich brauche bis mein fahrzeug aufgesperrt ist einfach nur zum kotzen einfach so ich kriege immer mein blaulicht aus alter jetzt ich habe gerade drei sekunden gebraucht bis mein blaulicht aus ist ich kriege mein blaulicht nicht mehr aus jetzt ich stelle mir mal hin also ich so ist es ja unspielbar gerade mit dieser dev version unspielbar aber vielleicht ist das das was es halt auslöst ich weiß es halt nicht na ist halt kacke das ist halt on stream muss ich das jetzt machen ist halt beschissen merkt dass ich gar keinen bock mehr drauf habe es ist halt echt jetzt nee gar keinen bock am liebsten gerade etwas anderes zocken wirklich ich kann das einmal nicht mehr sehen so ich kann es nicht mehr sehen mal schauen ob er ich will doch nur dass der server upgrade möchte ich gar nicht mit diesem error code dass ich das die banken kann ich kann mal schauen netzwerkauslastung weil netzwerkauslastung ist gar nichts an der liegt halt nicht na ping ist auch stable vom server selber das ist rein diese version da ist aber auch kacke wenn du halt die bangen musst du weißt dann gar nicht ob es daran liegt oder vielleicht ist das der angriff ich weiß es nicht und vielleicht wird jetzt gelockt ich habe keine ahnung werden wir mal sehen aber es ist halt macht gar keinen sinn gerade da fahre ich jetzt nicht vorbei perfekt cpu auslassung 30 prozent von dem und ja neun 10 mb das ist nicht so viel 10.000 mb meine ich 10 gb zieht er sich gerade fast auf tastbänden geklickt hat das jetzt das gewesen ja ich weiß nicht soll ich da jetzt weiter zocken weil es bringt sich jetzt nix mit 100 a ping hier zu spielen gerade eben oder halt wenig nicht dann schreib ich ne antwortpunkt gegen vor für victor 11 gegen vorhört wir würden jetzt von der PA dann auf den 7 gehen damit werden sie neben dem marsch ist der einzige office am dienst 10.000 mb ja bei der dann sollte ich in der ad schreiben dass das PD grad unter besetzt ist oder ähm müßens sie nicht jetzt gehen sie alle außer dienst weil der server abschmiert gefühlt ist halt echt beschissen alter so ein scheiß näher könnte ich so kotzen ja jetzt will ich gern was anderes zocken aber ich kann die halt nicht youtube ist immer so kacke du machst das stream auf dann hast du einen titel drin und du hast halt ein thumbnail drin wenn ich jetzt irgendwas anders zocken würde dann kommen irgendwie leute den chat und beschweren sich lassen dislike da weil ja ich bin ja nicht das was im titel steht jetzt geht natürlich noch mal ein thumbnail machen gehen und den titel neu ändern und was weiß ich alles danke youtube stop simulator war ganz geil eigentlich ja es ist ganz unspielbar aber wie willst du wie willst du so die backen wenn du das halt probiert muss halt und wir müssen halt gucken dass wir es irgendwie hinkriegen aber wie willst du so dann darauf zocken auf dem server soll man es jetzt tagelang durchlaufen lassen bis der server weg crasht oder was wie es aussieht anscheinend ja ich bin jetzt der einzige noch im dienst also king vorher die sind alle gegangen anscheinend ja warum in der zeitung steht dass wir über 6a suchen und im ticket nicht wie in der zeitung ich verstehe nicht ist der ping wieder normal es ist der sound of a spende ja alter noch nie so viele urges gesehen wie jetzt gerade nervig richtig nervig f9 meinte ja das wird sich das wird sich aufgegangen haben das f9 menü 100 prozentig hat sich das aufgehängt das hat sich 100 pro aufgehängt das meinte er mit zeitung wir Er hat sich verabschiedet, er hat gesagt, ich mach mal Feierabend. Als ist er wieder da, jetzt steht da 7, aber 7, so viel sind wir doch nicht. Ach so, weil ich die einzige Dings-Einheit bin. Deshalb vielleicht, lass mal gucken, Operations, Äh, Anzahl, Hä, ach doch, weil hier unten die X-Ray-Einheit ist, deshalb, ich bin verwirrt, keine Ahnung, bin ein bisschen verwirrt gerade. Wie lange er gerade gebraucht hat zum Restarten vom Script, ne, heftig, das ist so heftig. Wie soll das, soll man das überleben, Alter, wie? Der muss doch, weißt du, der hat jetzt hier die Hitches des Todes und geht nicht down. Davor macht er 2-3 Hitches und er ist down gewesen. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht, ich verstehe es nicht, beim besten Willen nicht. Und wer weiß, ob der nächste Crash davon überhaupt ausgelöst wird, von dem was wir probieren zu debuggen, ich glaube sogar nicht. Wird hier ein Auto geklaut, wo wird er geklaut? Ah, hier hinten, das fahre ich an. Das fahre ich noch an, das Ding. Oh, perfekt, Bruder. Jawoll. Perfekt. Stunge-Punkt des Jahrhunderts. Jetzt stehen bleiben, ich weiß nicht mal, ob jemand da ist. Nein. Und meine Sirene kann ich auch nicht mehr steuern. Perfekt. Ja, das macht Spaß. Mit wie vielen Ping A66 das geht. Weil Sirene kann ich halt nicht steuern. Na doch, ja, passt. Ja, über die Planke raus und rein in die Olga. Ja, das macht Spaß. Ich glaube, man merkt, dass ich gar keinen Bock mehr habe, ne? Ich habe null Bock gerade. Gar keinen Bock. Was heißt ein Sentinel? Ja, das Auto ist natürlich auch weg. Natürlich. Ja. Echte Polizisten brauchen zu lange zu dem Ort des Geschehens. Oh, da vorne eine Pferde habe ich sehen. Ha! Oh, Stinky. Das ist jetzt aber blöd für dich, ne? Das Draht, äh, das Ding da vorne, äh, äh, das Ding da vorne ist es, glaube ich, ne? Der Wagen hier müsste sein. Ja, das ist er. Ping vor mit einer Verfolgung von einem gestohlenen Fahrzeug. Ja, jetzt halt er an. Und er fährt weiter. Jawoll. Ja. Echte Polizisten haben eine echte Legende Verfolgungsjagd. Ja. Wobei ich bin jeder Letzte, der hier noch im Dienst ist sowieso, also ist das eh scheißegal. Am besten nur noch Runterrahmen. Ah, bitte überschlag dich, ne? Ich frage mich, wie der jetzt? Hä? Was bremst denn der so ab? Jetzt fahr doch mal rechts ran. Das ist, äh. Ich bin da der ranghöchste Officer, kann das sein? Ich will mich verarschen. Ich baue ihn sonst ein, ist das egal. Ich bitte den rechts, dass er da mal stehen bleibt. Der will mich doch verarschen, oder? Was macht der denn? Der macht doch keine Verfolgung. Will mich verarschen jetzt? Das ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir halt egal. Wenn er mich verarscht, schieße ich ihm, äh, Platten. Mir ist das scheißegal. Ist aber keine Verfolgung, was der macht. Der trollt gerade nur. Wenn er mich verarscht, der bleibt doch stehen, Bruder. Dann trugt du mich auch. Ja, super. Ich will nur, dass du stehen bleibst. Mein Gott. Boah, ich würde so lachen, wenn ich ihn überschlagen würde. Oder hier irgendwo runter. Ich würde so hart lachen. So ein Gacki. Na komm. Wovor man jetzt hinten. Einen ins Leben. Ist er Klauter schon out? Oder nicht die Eier haben anzuhalten? Nämlich ne instant festmachen. Wollte ich nochmal das Kennzeichen ab, ab Dings da. Aber das müsste er sein. Es war sonst keiner da. Er ist da raus gefahren. Genau mit dem Auto. Ey. Also lang wird er nicht kommen, glaub ich, ne? Hat doch keinen Sinn Was macht der? Was zum Teufel macht der Typ? Ich verstehe nicht, was der vorhat Ist der verrückt oder was? Der fährt wie so ein verrückter Der fährt wie so ein Opa Der nichts hören kann Und nicht versteht, was gerade abgeht So ein fährter Typ Das wüsste er nicht, was gerade abgeht Ganz komisch Jetzt hält er wieder an Jetzt hält er wieder rückwärts Und jetzt tut er wieder umdrehen Jetzt fährt er 2 Meter Macht exakt dasselbe wieder Pass auf Wieder gleich vorne wieder Abbremsen Den Tourgang einlegen Und wieder zurückdrehen Gleich passiert es wieder Werte ich was mit euch Ja, jetzt bleibt er wieder stehen Perfekt Ist ja nicht so, dass wir gerade Einen scheiß Ping auf dem Server haben Weil gerade alles ein bisschen im Arsch ist Ich verstehe es halt nicht Jetzt bremst er wieder ab Jetzt macht er wieder Schau mal Jetzt rede er wieder um gleich Guck Wieder langsam Will mich verarschen Alter Ich schwöre Ich werde jetzt einfach Auf den Reifen schießen Ist das egal Oder ich presse ihn jetzt gleich Gegen die Wand Ich bitte ihn mal Warte mal Ich drehe ihn mal ein Ich probiere ihn mal einzudrehen Ja, Alter Was willst du denn? Das bleibt Das ist doch keine Verfolgung Was der macht Was macht der? Wer ist das? Was macht der Typ? Ich meine Ich bin jetzt schon eh mad Aber ich verstehe Was der Typ macht Hallo Also trollen kannst du Wie den anderen Alter Wirklich Trollen kannst du Einfach wie den anderen Ist jetzt kein Scheiß Hallo Was ist das? Ist bei Ihnen alles gut? Hallo Natürlich geht es mir nicht gut Mich hat es überschlagen Wegen dem Weil er mir reingefahren ist Auf der Seite Mit Absicht Ich kriege hier noch Einen Nervenzusammenbruch heute Ich kriege hier noch Legit Nervenzusammenbruch Wo Das war doch Der hat doch nur gebatet Oder? Es kommt schon Homebred Die haben sich das sicher angeguckt Haben sich gedacht Was ist das für eine Scheiße Hallo Hallo Ihr könnt aber kurz mit mir mitkommen Ja klar Ich könnte kotzen Alter Wirklich Und dann titsche ich ihn schon so Weißt du So langsam an Dass ich ihn mindestens Ein bisschen eindrehen kann Oder so Was macht er Fährt mit volle Kanne Rechts Ich weiß auch nicht Was der wollte Ich habe keine Ahnung Das war einfach nur Pullen und Baiten Irgendwie Das war keine Verfolgung Oder irgendwas Oder? Also jetzt No shit jetzt An dieser Stelle Aber wer fährt denn So einen Scheiß zusammen Er hat ein Auto geklaut Und hat halt gebaitet Irgendwie Also ich glaube Der will dass ich Einen kompletten Nervenzusammenbruch Alleine gleich heute Heute geht es mir eh schon Beschissen Und dann nur sowas Zu sehen Das ist halt nicht Sinn und Zweck Einer Verfolgungsjagd Du siehst ja Was passiert danach Oder? In kleinster Geschwindigkeit Mir dann nochmal Reinfallen in die Ecke Und vor allem Dann bremst er die ganze Zeit ab Ich weiß nicht Jetzt ist dreimal Homeland da Die haben das anscheinend Ich habe jetzt nicht mal Guckt wer das hier ist Jetzt ist dreimal Ich habe gesehen Es gibt heute schon Zugeguckt die ganze Zeit Hätte sich auch gedacht Was das für ein Scheiß Das ist einfach Kompletter Humbug Vielleicht drehe ich mich Heute ein bisschen Viel auf Liegt auch daran Dass ich ein bisschen Ja Mad bin Aber wenn ich das Dann noch sehe Weißt du Das in der Kombination Einfach Ich bin eh schon Der letzte Cop Ne Sowas von Kein Bock bei heute Alter Ich Sowas Ich bin eh schon So auf 180 Und dann sehe ich So einen Typen Der sowas abzieht Vor meinen Augen Ist halt auch Ich weiß nicht Das sind so Die Momente Da möchtest du Einfach Da möchtest du Einfach das Projekt Schließen Und deine Ruhe haben Heute nicht gut drauf Alter Gar nicht gut Vielleicht eine schlechte Idee Heute zu streamen Ohne Scheiß Jetzt Ich bin heute echt Scheiße drauf Wirklich Ich bin heute Wirklich kacke drauf Aber deshalb Ich habe jetzt im Auto Gar nicht zu dem gesagt Ich wollte den Gar nicht beleidigen Oder irgendwas Da mache ich auch nicht Aber ich bin heute Einfach insgesamt Scheiße drauf Weil einfach nichts Funktioniert Und dann sowas Ist halt auch nochmal Ja Muss nicht Was sind meine Kopflos Ich weiß es nicht Aber ich glaube Die Leute gehen ja Jetzt gerade vom Server Weil ja Ping spinnt gerade Ein bisschen rum Wegen der Testversion Jo Das war die neue Taktik Das sind Coms Ich weiß auch nicht Wie er das hinbekommen hat Bitte mit Der ist ja mir auch Mit 20 kmh Reingefahren Und mich jetzt überschlagen Und dann hält er an Und fragt Ob es mir wohl noch gut geht Wenn er da Der Typ fährt hier Seit 10 Minuten Auf und ab Und bremst mich aus So Ich weiß nicht Nicht aufregen Denk an Herz Und Blutdruck Ach Beim Herz geht es eh Nicht mehr gut Nur so für Red Bull Exzessen Das ist Beim Herz geht es glaube ich Nicht mehr gut Was sagst du dazu Das er Viva D Dass er Vater wird Herzlichen Glückwunsch Evive Auf was ich bis heute Nicht klarkomme Das ist das Kuchen TV ein Kind hat Komme ich bis heute Nicht drauf klar Ich finde das passt So gar nicht Kuchen habe ich immer so Kuchen sehen aus Wie so ein 14-jähriger Typ Und auf einmal hat er ein Kind Du hast ihm nichts So plopp Wie auf dem Kuchen Komme ich bis heute Nicht drauf klar Ja ich bleibe jetzt Mal erstmal liegen Und ich chill jetzt mal Eine Runde Ich muss ein bisschen Runter kommen Ich bin Ich bin so gereizt In den letzten Tagen Es tut mir leid Dass ich heute so einen Scheiß Ich sag mal so einen Scheiß Flair euch gebe Eigentlich bin ich immer so happy Und gut drauf Aber heute Hätte ich am besten Gar nicht streamen sollen Heute glaube ich Aber ich hätte jetzt Irgendwie Bock auf was Gechilltes zum Zock Ich habe heute echt Also ich muss sagen Vielleicht die nächsten Tage Keine AP oder so Weil Bruder Der Server ist so Ihr habt es gehört Ich muss das nicht Immer wiederholen Alle KuchenTV Ne Ich meine Ich kann es mir Ich kann es mir Aber mir auch nicht vorstellen Dass ich ein Kind bekomme Weißt du Es ist halt so Keine Ahnung So unvorstellbar Na schauen wir mal Schade Verstehe ich Ja ich meine Ich habe Ich habe glaube ich Wann habe ich das letzte Mal Hatte ich mal Das ist glaube ich Ein zwei Jahre her Wo es mir mal scheiße ging Im Stream Sonst ging es mir nie scheiße Aber es läuft halt Nicht immer alles rund Es geht halt Es geht halt so ein bisschen Auf den Senkel Weil es halt immer dieselbe Kacke ist Weißt du Du Erkennt ihr das Ihr sucht eine Lösung Aber findet keine Und so fühlt sich Derzeit so ein bisschen an Weil Man findet keine Lösung Gerade für die Problemchen Die wir haben Und es geht halt am Piss Derzeit also ein bisschen schwer Wieso steigst du nicht aus Laut Regelwerk Darf ich nicht Weil ich mich Ich habe mich Hat es ja umgeschmissen Auch wenn mich jetzt Getrollt hat oder so Theoretisch müsste ich jetzt hier Krankenwagen holen Aber ich frage jetzt Was mit Homeland ist Was die jetzt machen Wie die jetzt weiterfahren Weil ich weiß nicht Was die machen Ich lass das Ich will Ich will gar nicht Self-Admin machen Weißt du Ich sag dazu gar nicht Sie machen das schon Hey Äh ja Kannst du mal kurz Muten Ähm Ja warte Ah jetzt wird es lustig Wartet mal Ich mute mal kurz Er hört ganz kurz Den Sound nicht So Ja bitte Soll ich mich auch muten Okay warte Also ihr hört jetzt auch mal Die Stimme gleich nicht Die Stimme gleich nicht Ich muss mich auch muten Sein Ich muss mich auch muten Soll ich mich auch muten Und da Und da Und da Ich muss mich auch muten Also ihr hört Vielen Dank. 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 Das ist der selbe Typ. Ich fand es auch sehr lustig, dass das passiert, wenn ich der letzte Cop bin, dass da auf einmal ein Auto random geklaut wird. Es ist halt, ja, auffällig, ne? Und, ja, das war halt, das war, ähm, ich glaube, Stream-Snipering slash Baiting, was er übertrieben hat. Weil der, weil der, weil, 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 weil Ander gesagt hat, der letztes Mal im Stream war das derselbe Typ, die ganze Zeit, da hat er dann auch Names angemacht, um zu gucken, wer das ist, weil er die ganze Zeit aufgefallen ist. Also das ist nicht normal, also das ist nicht normal. Und bei mir heute auch zuerst, der fährt die ganze Zeit an mir lang, und jetzt habe ich auch geredet mit denen, also Homeland war ja da, dem gesagt, der war die ganze Zeit in meiner Nähe und hat immer umgedreht und ist dann wieder in meine Richtung. Natürlich ist das ein Stream-Sniper gewesen. Äh, direkte Ausreise, aber ciao. Lang hat's gehalten, der war nicht lang auf dem Server. Und ich denke mir schon, äh, wer, wer das ist, so, weil, äh, keine Ahnung, und das ist es der Typ, der mir heute schon 50 Mal entgegengekommen ist. Den habe ich die ganze Zeit auf der Straße gesehen, mit diesen blauen Rückleuchten. Muss halt echt nicht sein. Aber das hat sich jetzt geklärt, das ist, äh, der macht gerade, glaube ich, einen Abflug. Ich denke auch mal, dass er gerade den Stream guckt, weil er, da sieht's gerade sich selber, wie er eine Ausreise bekommt. Hallo? Ne, also sowas, äh, wollen wir gar nicht. Das ist, also das, was der gemacht hat, war reines Provozieren. Und wenn da Andel sagt, dass der letztes Mal im Stream bei ihm schon so aufgefallen ist, und heute wieder, wo ich schon gar nichts mehr gesagt habe, weil der die ganze Zeit herumgefahren ist, und die Admins ihn beobachtet haben, der immer in meinem Umkreis gefahren ist, dann ist das doch obvious. Das macht kein anderer Spieler. Und dann jetzt die Aktion hier auch noch. Und, weißt du, er startet die Aktion, habt ihr gesehen? Der Typ ist, hier, wo ich weg war, hier vorbeigefahren an meiner Grenzkontrolle. Hier, zack, vorbeigefahren. Und ich habe ihn nicht verfolgt, mit Absicht aber nicht, ich habe ihn nicht verfolgt, ich bin da gestanden. Und dann kommt er auf die Idee, ach, ich klaue jetzt hier random Auto, obwohl ich mit dem GT86 fahre. Ich klaue den jetzt hier. Hat den hier geklaut? Natürlich weiß er, dass ich in der Nähe bin und hier rauf war und ich der letzte Cop bin, weil er den Stream ja guckt. Ich war hier rauf. Was passiert? Natürlich fährt er hier lang. Und schon war die Verfolgung da. Also, das ist, komm, kannst du keinmal zählen. Aber schön, mal sowas wieder zu sehen. Kannst du kurz abheben? Ja, mit dem Tumbo-Chat. Na, warte, ich muss Freddy holen. Dazu, Scharen, dazu muss ich erstmal Freddy holen. Let's Ausreise mit Freddy. Warte, ich muss zurückrufen. Lass mal gucken. Machen wir einen Real-Live-Stream gleich im Auto. Hallo. Ja. 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 Äh, wenn's, aber wenn's Pickel abgelaufen ist, dann ist das doch, äh. Ja, aber wie lang ist das denn abgelaufen? Das kannst du drei Monate drüberziehen. Oh. Ja, gut, daran geht's nicht mehr. Na, kein Daxi, ne, Mann. Was ist das, andere Spende? Und er hat kein Auto? Ach so. Ja, jetzt mach ich einen, äh, mach einen Real-Life-Auto-Driving-Stream. Ja, ich sie mir ja gerade. Aber wann soll ich, äh, wann soll ich dich abholen gehen? Wann ich kann, okay. Na, ich hol dich, ich hol dich gerne, aber ist nicht das Problem. Ja, mach ich einen Night-Drive, äh, Real-Life-Stream. Im IRL-Stream. IRL-Polizist in einem echten IRL-Auto. Fährt, 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 IRL, herum, als Hund. Echter Hund fährt im IRL-Hunde-Stream. Ein Auto. Ja, gut. Wenn's, wenn's okay, na, für mich ist's okay. Ich mach, ich mach's gerne. Ja. Herum. Tschüss. Tschüss. Ebenfalls. Entschuldigung. Ich dich auch, unendlich. Ja, jetzt hat's ja aufgelegt. Ciao. Jetzt sag ich, jetzt sag ich. Ja, ja, ja. Aber ey, sie hört selbst, Stream. Ja, ich muss, ich muss Schandl dann abholen. Machen wir einen IRL-Stream im Auto? Was passiert bei einer Ausreise? Also, wie macht ihr das? Sollen wir da mal hinfahren und zugucken? Ne, aber das ist, ey, komm. Ihr müsst euch vorstellen, ist jetzt echt nichts gegen die Person, die jetzt, ah doch, ist eigentlich schon gegen ihn. Aber, ähm, unsere Leute, die hier auf dem Server sind, die haben ja mittlerweile schon so hart Erfahrungen gesammelt. Die wissen, die wissen ja mittlerweile, wenn jemand metert, wenn jemand Stream snipet oder wenn jemand Copbaiting betreibt. Also, so blitz sind wir ja nicht. Aber diese Kombination mit diesem, dass er halt weiß, dass ich halt da bin und mich halt mit Absicht immer vorbeifährt, 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 ist es halt, ja. Die Leute schreiben ja. Dann machen wir das auf Twitch. Ne, ähm. Wie soll ich das umsetzen, so ein Real-Life-Driving-Stream? Ich kann ja, ich kann ja schlecht mit euch reden, wenn ich fahre. Das geht ja nicht. Wie soll ich mit euch reden? Das geht. Weil ich kann ja nicht auf den Chat gucken. Ich kann ja nicht fahren und auf den Chat gleichzeitig gucken. Ist ja gegen das Gesetz, oder? Oder ist das erlaubt? Darf man den Chat? Ne, darf man nicht, ne? Ich hab ja kein Leben hier, der sitzt, wenn ich da hinfahre. Vor allem, ihr würdet einfach nur Black Screen sehen. Ihr würdet einfach Black Screen, würdet ihr sehen. Black Screen Simulator. Also wäre jetzt nichts Spannendes. Ach, schau mal, hier, wir können mal zugucken. Hallo. 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 Wie sieht's aus? Was ist jetzt los mit dem? Bist jetzt ausgerissen? Äh, der Herr hat eben den Fliegerkühner. Also, ich wollte nur mal Tschüss sagen. Ah, kannst ja noch ein Ticket hinterher schmeißen. Ja, ja. Ich will nur mal Tschüss sagen. Einmal mit Handyhalterung. Ja, ne, da kannst du ja trotzdem nicht auf den Chat gucken. Auf den Chat? Ist der schon ausgerissen? Ist der schon seine Ausreise? Ich schau mal. Der ist, hier hinten ist das Gate, ne? Anscheinend hat der schon seine Ausreise gehabt. Der ist schon weg. Boah. So lange hat's nicht gehalten. Ey, aber das ist halt auch so dumm. Warum verkackt man's so sehr, dass du's so auffällig machst, weißt du? Ich sag ja nicht, weißt du, wenn einmal wer vorbeifährt und mich sieht und dann eine Anhaltung macht. Mein Gott, weißt du? Aber das Präpotente, halt, das ist halt, ja, ich weiß nicht, dass es halt schon bei Andel auffällig war, weißt du? Das ist das Ding. Und ich heute, weißt du, das Ding ist, ich hab ja heute schon mir gedacht, ich hab ja nichts mehr dazu gesagt, weil ich die ganze Zeit in meinem Umkreis gesehen hab. Ich hab mir meinen Teil gedacht und dachte mir so, okay, das schau ich mir später nochmal an. Aber dass es dann derselbe Typ ist, dann hat er halt den Vogel abgeschossen, ne? Das war halt dann schon zu auffällig. Ja, der ist schon weg. Gut. Also habt ihr jetzt mal mit dem geredet, oder? Ja, war es, äh, sehr unansichtig. Also, hat das abgestritten, ne? Hundertprozentig. Hab ich nicht eingesehen, aber ich hab ihn meint. Kennst du mich ja dann, ne? Oder bei den Fischen. Also, ey, ich muss dir aber ehrlich sagen, ähm, wenn's, wenn's, wenn's bei einem Andel schon aufgefallen ist, ne? Und mir das heute aufgefallen ist, dass ich die ganze Zeit diesen GT86 immer neben mir klemerte. Und dann jetzt noch die Aktion ist halt... Das ist sogar bei deinen Leuten im Chat aufgefallen. Echt? Ja, da hat sogar einer geschrieben, der war letztes Mal, wo du mit Andel unterwegs warst und Freddy auch da. Ja. Ja, ne, der ist weg. Was, was war denn da nochmal, wo wir unterwegs waren? Da war der auch die ganze Zeit, ne? Da waren wir oben mit dem Mercedes, sind wir in Graveseed gefahren. Und da war das Auto auch manchmal neben uns, in dem Kreis und so. Das war ganz, ganz komisch. Stimmt, ja. Und er hat halt Names angemacht, Andel dann, im Stream halt. Und, äh, war der gleich. Stimmt, da war der auch immer in der Nähe. Ja, 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 war's schon. Aber heute war halt sehr, der ist halt immer an den Kontrollen vorbeigefahren. Ich hab da gar nichts mehr gesagt. Der ist vorbeigerast, musst du dir vorstellen? Also, das, was er eben klar gefahren ist, war der größte Buch. Also, wirklich. Ne, ne, aber, das, musst du dir vorstellen, dass du dann bist so vorbeigerast mit dem Auto? So, zack, boom. Und, dann hab ich gemerkt, ähm, okay, ja, ich schau da gar nicht mehr nach. Hab nur die Rückleuchten gesehen, wusste halt, ja. Dann hatte ich heute schon einmal aufgehalten. Und, kurz danach kam das mit dem, äh, Fahrzeugklau, Fahrzeugdiebstahl. Fahre ich an, sehe noch rausfahren mit dem Auto. Und dann fährt er da halt zusammen, so mit 5 kmh teilweise, vor, zurück, vor, zurück. Ich hab mir gedacht, was macht der denn überhaupt? Ist der, ist der betrunken oder so? Keine Ahnung. Ja, ich hab's mir aber auch gedacht. Ich hab's ja nebenbei Stream offen gehabt, dass ich immer mal wieder reingucken kann. Hab ich auch gedacht, boah, der Fak, was ist denn da los? Dann sind Alex und ich, sind dann auch direkt vorbeigekommen. Ne, ich hab mir gedacht, das ist halt keine Verfolgung, was er macht. Und als es sich dann auf den Kopf gedreht hat, haben wir gesagt, jetzt schreiten wir ein. Dann hat er noch probiert zu save, hat er gefragt, geht's dir gut, geht's dir gut. Ich hab einfach nichts mehr gesagt. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich glaub, ich weiß nicht, ich glaub, das hast du uns sogar schon gesehen in der Ferne. Ich weiß nicht, ob du uns schon gesehen hast. Äh, nein, aber ich hab da Names angemacht, um zu gucken, wer das ist. Und dann hab ich schon gesehen, ah, Skipper ist da. Also hab ich gesehen, ah, der hat das gesehen. Ja, gut. Ja, ja, wir waren halt. Ja. Also bei hinterher, ja, ja. Echte Names. Ey, aber, aber Ping schallert richtig hart durch, ne? Ja, das haben wir, dazu hast du doch schon geantwortet. Ja, ja. Ich hab mir gedacht, weil es halt ultra, also nachhängt halt. Ey, es hängt alles nach. Weißt du, warum wir jetzt so ein Logger-Tool haben? Wir haben das von 5M, von den Devs bekommen, dass wir den Crash debaggen können. Und das Problem ist jetzt aber, dass das so viel Leistung zieht, weil er alles lockt. Jetzt lockt er wirklich alles. Von vorne bis hinten, der geht die ganze Memory durch. Und dadurch zieht das so viel Serverleistung, dass der ganze Server lag gefühlt. Aber ich kann halt nichts anders machen, außer gucken. Aber was willst du sonst machen, ne? Naja, das ist halt komisch, das ist halt auf einmal wieder, ne? Zwei, drei Tage bereits Ruhe, jetzt auf einmal. Ja, ja, genau. Genau, zwei, drei Tage Ruhe und jetzt, jo. Geht halt auf den Sack. Ich hab heute gesagt, ich hab schon gar keine Lust mehr. Auf einmal leckt alles, dann gehen alle Cops weg, dann war ich allein. Naja, perfekt. Jetzt hat er sich aber wieder gefangen, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Du, vielleicht lief da so ein Angriff. Ich weiß es nicht. Ich weiß bis jetzt nicht, was es ist. Ich kann es nicht sagen. Das Ding ist halt, das können wir halt komplett ausschließen. Ne, das können wir ausschließen. Das ist dann safe. Das ist, wenn dann so eine Memory-Attacke auf Memory drauf. Und da probieren wir gerade debuggen, was das ist. Aber wir wissen es halt nicht genau, ne? Ja, wenn die kein Aero-Record ist oder sowas. Ja, und jetzt loggen wir ja die ganze Scheiße. Aber es ist halt, ich will, ich will die ganze, ich warte nur drauf, dass es endlich crasht. Weißt du, ich warte drauf. Ist das nicht immer so? Ja, und jetzt crasht es nicht. Ihr könnt kotzen, Alter. Ich könnt echt kotzen. Ich warte einfach nur drauf. Und ich muss jetzt dieses Ding so lange durchlaufen lassen, bis du einmal crashst, weißt du? Das ist das Problem. Ja, gut. Dann gehe ich wieder. Drück mir die Daumen, dass er crasht. Ja, ich werde heute noch sehr viel Spaß haben, hundertprozentig. Mit zwei Leuten. Einen voll die Zerufer noch im Start. Ich habe keinen Unfall, es gibt keine Mechaniker. Ich habe, mir hat es fast überschlagen. Ich bin den Berg halb runter fast. Aber ich fand krass, wie schnell du dich einfach überschlagen hast. Fand ich heftig. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was er gemacht hat. Also so, ihr wisst ja selber, wenn man manchmal für irgendwas ein Auto auf das Dach legen wollte oder so. Geht halt gar nicht und dann willst du es und dann... Hä? Achso, okay. Das war ich. Das war gut. Dachte halt, hä? Das war eigentlich nicht gut. Der Herd, das war fail. Woop. Kriege ich einen Eintrag, weil ich jetzt OOC mit euch geredet habe und euch angesprochen habe? Eigentlich schon, ne? Weil ich bin nicht in Atmen Westen. Selbstverständlich. Schon schlimm. Das wäre dann der 27. Perfekt. Waren du bitte zwei Einträge fertig machen wegen letztes Mal, ne? Ja, hat er schon, hat er schon, ja. Perfekt, danke schön. Das ist ziemlich sehr wichtig, dass er mehr Einträge hat als ich. Er hat sich auch schon selbst sieben Tage gebannt, also für die nächsten sieben Tage ist er nicht da. Echt? Echt hat er? Nein, hat er nicht. Ach, das wäre lustig. Weil ich hätte machen können, wie er Urlaub war, theoretisch. Hätte er machen können. Ja, eben. Das war eigentlich so angedacht. Hätte er sagen können, ja, ich mache erst mal sieben Tage Ausschluss. Ja, nee. Boah, ich hoffe einfach, dass der Scheiß irgendwann aufhört mit diesem ganzen Dreck. Ich habe echt, ey, ich würde, das ist so. Nicht nur du. Ich war so happy, dass es lief und jetzt, nee. Das lustige ist halt, du hast das Server-Ding, den Stress. Und wenn wir dann als Admin da sind, haben wir den Stress easy. Ja. Oh ja. Mein Auto ist weg, mein Geld ist weg. Ja, ja. Das hat meine Unterhose geklaut. Mach ein Support-Ticket bitte auch. Jemand hat in die Hosen geschissen und die Unterhose eingepackt. Oh, ne bitte nicht das Thema von heute. Bitte. Gut, ich gehe nochmal wieder. Tschüss. Gut, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Danke, ciao. Ja, das ist eine geile Story. Ich kann, soll ich die erzählen? Das ist eine richtig peinliche Story von mir. So, ich muss mal vorlesen. Fox of Fire, Alter, danke für 90 Cent und Kotzi, danke für den Zehner mit Fies. Danke, dass du so viel arbeitest. Das war schon so. Akustgetraus, Kotzi, vielen Dank. Liebe und Kuss, Magna Lump, die Existenz eines Pinguins impliziert die Existenz eines Ponguins. Was ist das Lieblingsspiel von siamesischen Zwillingen? Doppelkopf. Doppelkopf? Oh, ne. Ach, oh mein Gott. Danke dafür, Magna Lump. Es zieht mal wieder komplett durch. Der Polar Express. Vielen Dank für 2 Euro. Wann kommt wieder Karl-Heinz? Morgen. Am Freitagmorgen? Ne, keine Ahnung. Mal schauen. Geht doch morgen, ist Freitag. Mauke, bitte bleib bei R alone, ignorier den Ping. Mach ich auch, wenn ich mit 400 Ping Rainbow Six spiele. Bitte grüße. Grüße draußen, Mauke. Also, viel Spaß beim Rainbow Six spiel mit 400er Ping. Perfekt. Die Gegner werden dich lieben. So, California State, danke für einen Euro vorhin. Dragon Rider, 1995, da für 5 Euro vorhin. Jetzt, sorry, das ist jetzt das Vorlese. Fox of Fire, hey, bist der Beste, kannst du mich und meinen, und den, und meinen Lukas grüßen. Ne, den Lukas, ich ließe den Lukas. So. Hab ich dir mal alles vorgelesen. Perfekt. Soll ich dir mal eine richtig lustige Story erzählen? Wir sind ja heute auf gechillt unterwegs. Jetzt, ja, 99 Leute sind online, ist nicht viel los gerade. Server doch immer am Absturz programmieren, probieren. Schade, dass ich nicht nochmal abgestützt ist. Sehr schade. Ah ja, was ich euch erzählen wollte, äh, hier. Story mit der Unterhose, ey, ich bin, wir haben, ich muss dir vorstellen, ich hab ja auf RLO ein bisschen gewirkelt, 3.0 bis 6 Uhr morgens. Ne, Entschuldigung, 7 Uhr war, glaube ich. Es war 7 Uhr morgens. Und ich saß mit, mit, mit Slacks und mit, mit Wazel zusammen in einem Call. Und wir haben einfach ein bisschen getalkt. Wir haben einfach, wir haben einfach eine Talkrunde gemacht. Oft, wenn du arbeitest an, an RLO 3.0, dann sitzt du einfach im Talk und drehst mit den Leuten. Und, ja, dann sind wir irgendwie auf das Thema Kacken gekommen. So lustig es klingt. Wir sind auf das Thema Kacken gekommen. Und wir haben uns gegenseitig echt lustige Geschichten erzählt, was uns passiert ist mit Durchfällen und, äh, einer hat sich eingestuhlt, der andere, wir haben einfach, wir finden sowas einfach lustig, ich weiß auch nicht, äh, fäkalmäßige Sachen sind aber lustig, wenn du einfach gerade fett kacken gehen musst und irgends ein Klo hast und dann erzählst du dem anderen, was für eine Panik du in dem Moment warst. Und jedenfalls ist mir da eine Story eingefallen aus meiner Kindheit, die einfach mal eigentlich richtig peinlich ist. Das war das letzte Mal, wo ich mich richtig eingestuhlt habe. Ähm, ja, jedenfalls, ich erzähl euch jetzt einfach mal die Story. Ich war damals, ich glaub vier oder fünf, ich war damals noch im Kindergarten und war mit meinem besten Kindergartenfreund damals. Da kannte ich Andel noch nicht, muss ich dazu sagen. Andel, das war erst später, als wir in der Grundschule waren. Ähm, sind wir zusammen in, äh, in den Park gegangen. Schöner Spielplatz, richtig groß, alles cool. Und ich kann mich nicht mehr exakt daran erinnern, aber ich glaub, ich musste furzen. Und bei dem Furz kam was mit raus. Das ist aber nicht das Lustige an der Sache. Ich mein, ich hab mir eingestuhlt. Das war das letzte Mal, wo ich mich eingestuhlt hab. Da kam mal was mit raus beim Furz, ja. Ich hatte halt Durchfall. So, mitten am Spielplatz. Geil. Was mach ich? Ich hab erst mal komplett probiert, meine Ruhe zu bewahren. Aber ich kann mich erinnern, wie unangenehm mir das war. Und wie peinlich mir das war in dem Moment. Und ich hab einfach niemandem gesagt, dass ich mich grad eingeschissen hab. Und als wir dann vom Spielplatz gegangen sind. Das war so dumm einfach. Als wir vom Spielplatz gegangen sind. Ähm, war da so ein Dixi-Klo stand da an der Ecke. Und da hab ich gesagt, ja, ich muss schnell aufs Dixi-Klo gehen. Und, ähm, die standen halt direkt vorm Klo. Und ich kann nicht aufs Klo gehen. Ich war vorm Klo, war immer schon so. Ich kann das nicht. Und ich geh halt. Und ich bin aber nicht aufs Klo gegangen. Ich hab einfach die Unterhose genommen. Die halt vollgeschissen war. Und hab die dann... Hab dann diese Unterhose... Ich esse gerade, ja. Perfekter, bitte muten. Hab dann diese Unterhose eingewickelt. Mit der Kaki drin. Und hab die mir eingesteckt. In die Taschen. Und wir sind dann... Wir sind dann damit... Damit sind wir dann zu meinem Freund nach Hause gefahren. Und ich hab denen das nie gesagt, dass ich mich eingestuhlt hab. Weil es so peinlich war. Und ich hab probiert, die Spuren halt zu verwischen, ne. Und dann hab ich... Oh, da steht doch immer das Zeug. Das mach ich mal weg. Und dann hab ich... Dann hab ich diese Unterhose genommen, als ich beim Kumpel war. Und bin dann aufs Klo damit gerannt, hat die dort ausgewaschen, Alter. Ich weiß das noch ganz genau, wie ich die probiert hab auszuwaschen, Alter. Boah. Und dann hab ich die vollgeschissene, ausgewaschene Unterhose in meinen Rucksack reingepackt. Den ich mit dabei hatte. Und erst, als ich zu Hause war, hab ich meiner Mutter gesagt, dass ich mich eingestuhlt hab. Oh, das war so peinlich. Aber ey, das war das letzte Mal. Ich will, das war wirklich das letzte Mal in meinem Leben, wo ich mich eingestuhlt hab. Und ich dachte halt, ich musste furzen, es war nur Land dabei. Aber wie ich diese Unterhose... Weißt du, wenn ich so zurückdenke, warum hab ich die überhaupt mitgenommen? Ich hätte die doch einfach wegschmeißen können, weißt du? Ich hätte die doch einfach in... Plump... 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 An dem Dixi-Klo reinwerfen können, oder so. Warum bin ich auf die Idee gekommen, die vollgeschissene Unterhose mitzunehmen, weißt du? Wie? Als Kind denkt man einfach nicht nach. Schmeiß die doch einfach weg. Aber ja, ähm, so ist das passiert. Und da haben wir gestern, also wie ich das erzählt hab, hat, ähm, haben wir einen richtigen Lachflash bekommen im Call, ich schwöre euch. Also heute, es war ja heute nach früh, war ja um 7 Uhr, 6 Uhr morgens. Und es hat's einfach, also als ich ihm die Geschichte erzählt hab, hat's Razel komplett zerrissen. Ihn hat's komplett auseinandergerissen. Aber wir haben, wir haben uns so lustige Storys erzählt, über das Kackengehen, ich weiß auch nicht. Aber ich find sowas ist irgendwie lustig. Die Story trägt den Titel, der feuchte Furze, so in etwa kann man sich's vorstellen. Ey, mitten am Spielplatz eingeschissen. Aber ey, ich war 4 oder 5 Jahre alt, mein Gott, passiert. Das war jeweils das letzte Mal. Wobei, das letzte Mal, an das ich mich erinnern kann. Wer weiß, vielleicht ist mir nochmal sowas passiert, ich weiß es aber nicht. Das ist das allerletzte Mal, woran ich mich erinnern kann. Hm. Am Spielplatz eingestuhlt. Ja, es macht Spaß. Echte Kinder stuhlen sich am Spielplatz ein. Ja. So, der Innenohrmuskel. Scheiße ist, wenn der Furz was wiegt. Ja, das ist das Problem. Das ist es. Aber problematisch war in dem Moment, dass du's halt nicht gespürt hast. Dass da was kommt. So, äh, kennst du dich noch? Äh, kannst du Rhinox grüßen? Ich grüße Rhinox in Julius im Österreichischen. Sie sagt mir gar nichts, aber Julius, ich grüße dich. Deid Fox, bist der beste, bin auch mal live dabei. Deid Fox, los geht raus. Miss Flush ist nicht viel, jedoch hoffe ich, das hilft dir. By the way, deine Katze. Oh, wow. War die Inspiration für meinen Namen. Och, da hab ich mir schon gedacht. Miss Flush. Ist ein geiler Name, ne? Nur soll ich dir, am besten erzähl ich dir aber nicht, wegen dem Namen, warum sie Miss Flush heißt. Das soll ich dir am besten nicht erzählen. Das hat nämlich den Grund, warum sie so heißt. Wenn ich dir das erzähle, dann endest du deinen Namen aber ganz schnell. Dann wäre ich schnell gefallen. Wann geht's in deinem Computerladen weiter? Äh, mal schauen, mal schauen. Maybe die nächsten Tage mal reinwuppeln. Ab wann ist man Streamsniper bei euch? Also wo ist die Grenze? Ach, das merkst du schon, wo da die Grenze ist mit Streamsniping. Ähm, du darfst auf RLO, wenn du online bist, darfst du keine RLO-Streams verfolgen. Und wenn du dann siehst, als Admin, dass jemand immer in deinem Umkreis dich umkreist und dann immer zurückfährt und immer in deine Richtung fährt, dann ist es kein Zufall mehr. Wenn das schon tagelang auffällt, weißt du, dann ist das kein Zufall, wenn der immer da ist, wenn du irgendwo bist, ne? Und wir haben, ich muss euch sagen, das ist, wir haben bis jetzt, bin ich mir zu 100% sicher, niemals jemanden false gebannt. Weil mittlerweile haben wir schon so eine Experience auf dem Server, dass wir wissen, wann jemand wirklich durch Zufall da ist oder wenn jemand wirklich provokant versucht, im Stream aufzutauchen. BZW, äh, probiert hier auch Cop zu baiten oder Stream zu snipen. Also das merkst du schon. Das merkst du. Das, das geht nicht von, ähm, dass wir jemanden bannen und der war es eigentlich gar nicht. Bis jetzt immer, immer rechtballen, immer. 100% immer recht gehabt bei sowas. Also wir haben noch nie jemanden gebannt, der zu Unrecht beschuldigt wurde, dass er gestreamsnipt hat. Wir brauchen da echt Indizien, dass das wirklich so ist. Und wir haben ja dauerhaft, also wenn ich streame, habe ich ja auch dauerhaft Admins über mir. Und die checken ja auch so, was der Umkreis macht. Und wenn er mir schon sagt, ja, der hat immer umgedreht, ist in deine Richtung wieder gefahren und er kommt mir heute schon das fünfte, sechste Mal entgegen. Und dann noch die Aktion am Ende da, das ist halt. Und dann sagt Angelehr, der ist dem letztes Mal schon negativ aufgefallen. Bis er dann weiß, so, okay, das ist kein Zufall mehr, das ist Streamsnipen. Wo da halt vorkommen wollen. Da ist halt schon die Grenze erreicht, wo man sagt, ja, weil jeder andere Spieler, ich muss ja sagen, keiner auf RLO fällt mir gerade negativ auf. Bis auf der eine, der jetzt da war. Keiner. Egal, wer vorbeigefahren ist. Ich hätte jetzt keinen gesagt, der und der und der fällt mir jetzt negativ auf. Also, kriegen wir mal ins Handy. Juppide. Geht's dir gut? Ja, warum? Äh, weil du nicht im Funk bist, deswegen. Ach nee, ja, weißt du, was das Problem ist? Der Funk geht, äh, ging bei mir wieder automatisch aus heute. Okay, na, weil ich hab ganz ja versucht, dir anzupunkten. Ach nee, ich hab das nicht gecheckt, dass der Funk aus ist. Wir sind ja nur noch zu zweit, ne? Ja, ja. Ich bin sicher, dass da nichts passiert ist. Nee, nee, alles gut. Ich, äh, Ich mach den wieder an. Irgendwie, man fliegt ja aus dem Funk raus, oder? Bist du auch vorhin rausgeflogen aus dem Funk? Äh, ich bin da kurz schlafen gegangen, aber ich schauen wollte, ob das Armee liegt, deswegen. Ah, okay. Deswegen weiß ich nicht ganz. Alles gut. Aber schon möglich. Jawohl. Nee, dann mach ich mein Funkgerät an, sorry. Hab ich nicht gecheckt gerade. Alles cool. Jawohl. Tschüss, tschüss. Tschau. Oh, hier was passiert. Check. Auf einmal Bremsspuren in der Hose, kennst du wieder Florian Adam, natürlich. Oder soll ich sagen Florian Adam? Aber wenn ich die Story jetzt wieder gehört hab, wird's immer ganz lustig hier. So. Der Handel fällt schon sehr auf. Der Handel, ja, der fällt schon sehr auf. Das ist sehr auffälliger Mann, so ich muss mal was trinken. Sehr auffällig. Kommen wir zum Hauptplatz. Nee, wir fahren jetzt nirgends hin. Wobei, das hier ist unser neuer Hauptplatz hier. Das ist, ich finde, das hier ist neuer Hauptplatz, sollte das werden. Palito Parkplatz ist der neue Hauptplatz, Leute. Denkt an meine Worte von heute. Denkt an meine Worte. Es wird so sein, hier wird die Luzi nur so abgehen. So, da, da. Ich geh mal was zu essen kaufen. Jetzt schmeckt der Kuchen noch besser. Freut mich. Funk aus, weil du deinen Job vorhin gewechselt hast. Wie hab ich den gewechselt? Warum hab ich den gewechselt? Macht für mich grad keinen Sinn. Hab ich den gewechselt, wirklich? Ich hab alles, alles hingeschmissen. Ey, der Stream heute geht ja wirklich in die Geschichte ein. Also hatte ich schon mal so einen Stream, wo ich so drauf war wie heute. Ich glaub noch nie. Wobei, vielleicht vor Jahren mal, wo ich, oh ich weiß noch, da hab ich mich über den Rockstar, äh, Rockstar Games Online-Modus aufgeregt, weil das alles verbuggt war. Da hab ich mich mal übelst beschwert. Bis zu dem, da hab ich mal abgegangen im Stream. Kann ich mich noch dran erinnern. Was ist das letzte? Was ist das letzte gesagt? Da hab ich gesagt, ich würde alle bei Rockstar entlassen, weil einfach meine Garage in GTA Online noch immer nicht gefixt ist. Weil die immer gesagt hat, ich hab zu wenig Geld. Ja, ja. Ich glaub, das war der letzte Stream. So. Ich bräuchte mir echt einen Zehntausender. Dann würde, dann würde es mir besser gehen, Alter. So würde es mir besser gehen hier. Schau, 800. Oh, warte, was hab ich denn bekommen? Bekomm ich Disp... Oh, ne, ich bekomm sicher Dispatches rein. Ich bekomm sicher Dispatches rein und check's gar nicht, ne? Ah, ne, nicht mal. Nicht mal ein Dispatch bekommen. Ja, ich bin der einzige Cop, der... Naja, wir sind zu zweit. Wir sind zwei Cops auf der Suche nach Leuten, die Kacke bauen. 800 Dollar. 800 Dollar. Ui, ja, jetzt hast du eine... Ich hab natürlich nicht gewonnen. Geil. Oh, ja, Memo, weißt du, jetzt krieg ich zweimal die guten Sachen und gewinne zweimal nicht. Ich rubbel so lange, bis ich ein Zehntausender gewinne. Machen wir das so, Leute? Machen wir das so. Ich will mal schauen, wie oft, wie viele Rubbellose ich aufmachen muss, bis ich Zehntausend gewinne. Das würde mich mal wirklich legit interessieren. Aber ich geb ja, ich geb ja 1500 pro drei aus, ne? Dann mach ich ja ein bisschen Gewinn mit Rubbellosen und so und dann... Schau mal, hier wieder 1000 bekommen. Paycheck erhalten. Schau, ich geb wieder 2,5 bekommen. Ist ja geil. Ich glaub sogar, Rubbellose, wenn du Glück hast, rentiert sich's halt auch, ne? Schau mal, wieder 1000 gewonnen. Kokosnüsse sind da. Oh, komm! Aber ich hab jetzt schon das zweite Zehntausender. Ich hab heute richtig hart Glück, ne? Ich spiel jetzt so lange, bis ich ein Zehntausender gewinne. Das kriegen wir gleich zusammen, Leute. Das kriegen wir hin. Glaubt mir, Leute, das ballern wir rein hier. Das schaffen wir. Ich, die Polizisten rubbeln am Rubbellos und gewinnen. Ja, schon mal wieder gewonnen. Die waren auch mal, glaube ich, schlechter. Da eingestellt, muss ich sagen. Oh, jetzt hängt er. Jetzt hängt der Server. Ja, perfekt. Ich warte nur drauf. Oh, seht ihr das? Ja, Datenbanküberlastung. Ja! Ich warte eigentlich nur drauf, dass er nicht mal crasht. Ich warte eigentlich nur drauf. Ja, wär cool, wenn's passieren würde. Das sei ja Ping auch wieder. Oh, nee, nicht mal. Oh, nee, wer klaut jetzt ein Auto? Sag mal, wer klaut denn hier im Buxte-Hude ein Auto? Nee, BJXL. Ist hier im Buxte-Hude unten, ne? Natürlich, guck. Da wird grad ein Auto aufgeknaggelt. Im Buxte-Hude. Ja, ja, so ist das. So ist das, Leute. Da kommen wir nicht hin. Bis wir da sind, ist der Wagen weg. Oh, schau mal. Ach, das gibt's nicht. Ich krieg so viele Zehntausender lose im Gewinn nicht. Was hat Dario? Dario hat gestern Zehntausend bekommen und danach nochmal Fünfk. Bei mir war's umgekehrt. Ich hab zuerst Fünfk bekommen und dann Zehntausend nochmal. Aber ich hab heute richtig Lack, weil ich diese Zehntausender die ganze Zeit bekomme. Ich krieg die ganze Zeit Zehntausender Rubelhose. Weil alleine die schon zu bekommen ist relativ selten. Schau mal, nochmal Fünfktausender. Aber ich gewinn grad nix. Ich hab schon jetzt mittlerweile Fünfktausend Dollar rausgegeben, ne? Fünfktausende Minus oder so. Alter, wollt ihr mich jetzt komplett hops nehmen hier hinten? Wer macht denn hier gerade? Ja, die knacken hier gerade die ganzen Autos auf. Ich frag mich nur, warum. Bringt denen doch gar nix, weil die hier die Autos aufknacken. Sollen sie machen? Bis ich dort bin, sind die halt weg, ne? Die sind unterbesetzt. So, alter. Nee, auch nix. Ach komm. Ich will nur nochmal einen Zehntausender gewinnen. Taui. Ich glaube, bis ich da den Zehntausender... Also heute hab ich gar keinen Lack jetzt mit den Zehntausender. Also ich hab schon Lack, dass ich die bekomme, aber... Sie triggern nicht. Schon wieder nicht gewonnen. Ach komm, bitte. Fünf wenigstens. Fünf... Nee, Tausendzweilfzig. Ah, das ist so fies, ey. Das ist fies. Der gewinnt wieder, ne? Der Tausender... Nee, nicht. Bruder. Jetzt können doch mal... Ja, 800. Hallo. Also theoretisch, wenn ich jetzt gewinnen sollte, mach ich gar keinen Plus, glaube ich, ne? Wenn ich jetzt einen Zehntausender gewinne. Ich hab gesagt, ich mach so lang weiter, bis ich den mal gewonnen... Ach. Das ist so fies. Ja, als wie mir den Zehntausender immer vorliegt, ne? Dann immer... Verloren, verloren, verloren. Und dann der 800er? Ach, gewonnen. Ja. Ja. Na, nicht mal der 800er gewinnt. Aber der 1.250er gewinnt, so. Boah, ich muss so dringend pissen, aber wenn ich... Ich hab gesagt, ich mach hier so lang weiter, bis ich den Zehntausender mal gewinne. Ah, Hilfe! Na, Olli! Ja, Olli! Ja, Olli! Oh, 5.000, bitte. Ja! Verloren, perfekt. Ich dachte gerade, ich hab gewonnen. Ich dachte gerade, ich hab gewonnen. Oh, Olli! Was schreibt er denn? 50 Euro mit ehrenhaften Olli-Fees. Warte mal. Na, mein Freund, wie geht's? Wie steht's? Alles gut? Schönen Abend noch. Gruß, Olli. Olli, mir geht's nicht so gut. Mir geht's grad nicht so gut, aber... Gruß geht raus, Alter. Vielen Dank für 50 Euro mit Fees. Und der Marvin haut auch raus. Dankeschön, Marvin. Marvin, ich probier auf die 10.000 zu kommen. Es tut mir so leid. Ich probier mein Bestes. Ich probier alles, was ich hab. Eine kleine Spende und schönen Abend. Gruß, Marvin. 25 Euro auch mit ehrenhaften Fees. Dankeschön, lieber Marvin. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus an dich, lieber Marvin. Und an Olli. Olli, was? Fahrzeug, die bstellen sie in Kopf. Ähm, was ist da genau passiert? Äh, die haben die Fahrzeuge umgestellt, weil sie ihre Tuning-Fahrzeuge da hinstellen wollen. Aber ich dachte mir schon, dass da irgend sowas ist, weil es hätte keinen Sinn ergeben, dass die da zwei Autos aufmachen. Ja, haben wir auch schon gedacht. Ich wollte Vorsicht, Tyrone, nochmal aufschauen. Ich weiß nicht, aber ich bin gleich angefahren und mir gedacht, das macht keinen Sinn, was die da machen. So. Ne, also das Rubbellos mag mich heute nicht mit den 10.000er beglücken. Das macht mich sehr traurig, aber... Wir hatten schon heute, ich glaube, drei oder vier Rubbellose mit 10.000 stehen. Also das Glück war nicht so schlecht. Ich glaube, Tage, da habe ich gar kein einziges gezogen, müsst ihr euch vorstellen. Kein einziges. 2.500. Ah, guck mal, der gönnt. Der 2.500 war gönnt. Und dann gleich mal als Polizist. Ich war noch nie als Polizist im Casino, merke ich gerade. Leute, wir waren noch nie... Wobei, wir sind ja undercover. Wir könnten eigentlich mal ins Casino gehen als Cop und probieren, ob wir Roulettes gewinnen. Würde ich fühlen. Würde ich wirklich hart fühlen. Einfach alles auf schwarz oder alles auf rot setzen. Würde ich hart fühlen, Alter. Aber Rubbellos mag mich nicht, ne? Ah. Handy 50 ist überfallen. Äh, LeLoop vorhin. Wann geht's... Also, das ist im Computerladen, weil das habe ich ja vorgelesen. So, ähm, der Polarexpress. Auch dabei mit 20 Euro Superchat. Vielen Dank, Polarexpress. Der Polarexpress von 2022. Holt der mich auch ab, dass ich den Weihnachtsmann kennenlernen darf? Santa Claus. Ey, da will mich nicht, ey. Ich schwöre. Ich habe gleich... Ich bin schon bei 19.000 unten. Ich mache Minus. Also, selbst wenn ich jetzt den 10... Ja, wenn ich den gewinne... Ah, ich habe gewonnen. Ja! Warte mal, wo ist hier die Musik? Die Polmusik hier. Ich habe es geschafft, Leute. Ja! 10.000 Dollar. Aber ich habe trotzdem Minus gemacht. Ich habe trotzdem Minus gemacht. Ich habe hart Minus gemacht. Ne, wobei, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Warte, den mache ich noch auf. Mantaui, bitte. Wisst ihr was? Ich nehme noch... Ich nehme nochmal drei Stück mit. Das sind die allerletzten für heute. Das sind die allerletzten. Ich habe ein gutes Feeling dabei, Bruder. Ich habe ein gutes Feeling. Noch ein 5.000er, wenn nett. Ne, 800. Ey, der hat sich gerade gechanged. Habt ihr das gerade gesehen? Äh, ich habe gerade die rubellose... Ich habe gerade drei rubellose auf einmal aufgemacht, glaube ich, was so geleckt hat. Oh, nee. Server lag. Oh, bitte crash jetzt. Ne, er crasht nicht. Schade. Weißt du, ich probiere es immerhin. Ich probiere es. Ich probiere, dass der Server crasht. Ich schaffe es nicht. So, das sind wirklich die letzten jetzt. Ah, bitte, Bruder. Mach schneller. Und da ist jetzt ein 10.000er nochmal drin. Okay. Da bitte 10.000. Ne, 1.000. Ja, komm, jetzt aber. Jetzt aber ab, Marsch. Jetzt ab ins Casino. Oh, Digga. Also, Kylo. Also, Casino ist nicht so... Bruder. Wir fahren trotzdem mal hin. Wir schauen mal, vielleicht ist da was los. Vielleicht durch die ganzen Bugs gerade, dass wir dort einen richtig fetten Gewinn abstauben. Ja, genau. Fährt man fast rein. Auf ehrenhaften 130 kmh fahren wir da hin. Aber hey, 10.000 Dollar gewonnen. Hey. Und ich glaube, ich habe 10.000 Dollar verloren. Ungefähr. Geil. Freut mich. Ich dürfte dich nach oben losen. Muss. Auf die 10.000. Dankeschön, Marvin. Ich heiße Marvin. Danke, Marvin. Wir sollten aber erst mal auf die 5.000 Likes pushen hier, Leute. Hauen wir mal raus. Minus 5.000 gemacht. Ja, so machen wir das hier. Auf die 5.000 Likes, Leute. Auf die 5.000 Likes. Wer nicht geliked hat, bekommt morgen... ...keine Uhr. Wer heute Likes bekommt, bekommt morgen eine Rolex geschenkt. Von einem random Dude auf der Straße. Ich kann es euch versprechen. Es wird morgen für jeden, der heute Likes, jemand kommt, der euch eine Rolex schenken will. In Vollgold. Beste Ausführung. Und einer bekommt sogar eine Iced Out Rolex. Ich habe gehört, der Letzte, der Likes bekommt eine Iced Out. Ne, alles gut. 19.000 Minus gemacht. Echt jetzt? Am Ende 10.000 geworden. Freude ist dann groß. Und dann... Oh, hat sich nicht gelohnt. Ja. Aber im Casino wäre es doch auch so, oder? Du freust dich einfach, wenn du wieder einen Teil zurückbekommst. Du freust dich einfach drauf. Weißt du, wenn du schon mehr verloren hast. Jetzt bist du einfach happy, wenn du ein bisschen wieder warst. Das ist ja okay so. Das ist ja okay so. Einer schreibt nur 6.000, war es okay. Na, schauen wir mal. Wir sind geschlossen. Wir sind geschlossen. Von Neues... Was? Meinst du das mit dem Verdoppeln? Boah, das müssen wir wieder spielen, ne? Bruder, entweder ich gebe dir 500 Dollar oder mit dem anderen doppelt. Weißt du, wie der Chat immer was anderes schreibt. Da schreibt einer, ich habe 5.000 Minus gemacht. Der andere 4.000. Andere, ich habe 9.000 Minus gemacht. Und dann schreibt einer, ich habe 6.000 Minus gemacht. Ja, was jetzt? Einer schreibt jetzt sicher gleich, ich habe 50 Cent Minus gemacht. Perfekt. Danke nochmal an der Polarexpress 2022 für 10 Euro. Und fürs... Da kommt was angerast. Perfekt. Nichts dazu schreiben, das freut mich sehr. Ich weiß nicht, wer da gerade so angerast ist. Ich sehe es leider nicht. Ist das der hinter mir, ich glaube. Na, schauen wir mal, vielleicht wird er vorbei. Ja, jetzt ist der Chat ganz lustig. Du hast 99 Cent Minus gemacht. Du hast 49 Cent Minus gemacht. Du hast 1 Cent Minus gemacht. Du hattest 34.000. Das glaube ich dir sogar jetzt. Ich glaube, ich hatte 34.000, ja. Aber 100.000 im Minus, Bruder. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich auf der Bank gerade drauf. Ich glaube, auf der Bank geht es mir ja immer so schlecht aus, als Kopf. Ich habe, glaube ich, auf der Bank... Ja, ich habe fast gleich viel wie Makrumpe auf der Bank liegen. Traurig. Echt traurig. Weil Makrumpe... Gar nicht mal so viel Geld hat, wie man immer denkt. M-m. Makrumpe hat nur Firmenkassengeld. Das hat Makrumpe. Aber es hat Firmenkassengeld. Makrumpe benutzt das nicht. M-m. Oh-oh. Stinky. Da fahren wir mal so in Bianco Richtung Casino. Ich will nur mal gucken. Soll ich mal alles... Weil wir sind ja Undercover-Polizisten. Wir gucken einfach, ob im Casino was ist. Das machen wir natürlich nur für unsere dienstliche Aufsicht, Leute. Wir machen da jetzt kein... Wir wollen uns einfach nur untertauchen. Versteht ihr, was ich meine? Undercover. Das sind sogar Leute. Guckt. Wir wollen uns jetzt einfach mal Undercover uns hier einparken. Und einen auf Cop Undercover machen. Cop Undercover. Nicht Undercover-Cops, sondern Cop Undercover sind wir. Gehen wir mal runter. Boah, wie ich renne, ne? Wie wäre es, wenn wir uns einen Cybertruck holen? Für einen horrenden Preis. M-m. Ich habe Lebenszeit Minus gemacht. Da hast du sogar recht, Bruder. Da hast du recht. Den Cybertruck würde ich mir schon gerne mitholen, ne? Der wäre schon lässig. Oh, da kommt wieder einer dazu. Perfekt. Was kostet das? Ich habe 28.000... Ich nehme 25.000, 5.000 Chips. Einmal spinnen kostet 5.000, ne? Oder? Oder 1.000 nur? Ah, nur 1.000 Schnäppchen. Bruder, Schnäppchen. Wir drehen mal. Wir drehen mal am Rad. Oh, wir können jetzt einen Cybertruck gewinnen. Ich würde so lachen. Auf einmal steht das Cybertruck. Dann wäre der Win einfach direkt da, ne? Von allen Sachen, die ich hier bekommen kann, bekomme ich das hier. Ne, einfach nein. Einfach nur nein. Mein Respekt ist auf dem tiefsten Niveau. Von allen Sachen, die es gibt. Ich kriege nicht mal ein Wodka oder sowas in die Hand gedrückt. Ich kriege einfach ein fettes L vor die Fresse und das war's. Danke dafür, Albladi. Wirklich. Vielen Dank. So, und jetzt beim Roulette spielen haue ich auf die Rot. Oder warte, wisst ihr, was wir noch mal machen? Ihr dürft jetzt abstimmen. Ja, wir machen jetzt einen Casino-Deal hier. Interagiere mit dem Publikum. Wir machen jetzt eine Umfrage. Auf welche Farbe soll ich setzen? So, ihr könnt jetzt abstimmen. Rot oder Schwarz. Wir fragen die Community. Was sagt ihr? Ihr dürft jetzt entscheiden, was ich mit den letzten Chips mache. Wobei, ich glaube, geht sich das aussehen mit den Chips, dass ich hier 4.000 Chips setze? Ich muss mal gucken. Ich glaube, 3.000 geht. 3.000 oder 4.000 hätte ich setze. Also, ich werde probieren, meine kompletten Chips zu setzen. Ihr könnt auswählen. Ich könnte Rot setzen auf Roulette oder Schwarz. Wenn ich jetzt verlieren sollte, seid ihr dran schuld. Wenn ich gewinnen sollte, seid ihr auch dran schuld. Also, ihr könnt jetzt abstimmen. Rot oder Schwarz. Was sagt der Chat? Jetzt bin ich gespannt. Ich lasse es euch überlassen. Und dann schauen wir mal, zu wem wir gehen. Das ist jetzt auch die Frage. Zu wem gehen wir denn? Wobei, wir sind hier am High Table. Warum sind 57% für Rot? Wo ist Team Schwarz, Leute? Wo ist Team Schwarz? Es sind 57% für Rot. Ich lasse noch ein bisschen durchlaufen. Wisst ihr was? Ich gehe ganz schnell auf Klo. Ganz schnell auf Klo. Ich bin gleich wieder da. Ihr stimmt jetzt ab, okay? Wenn ich zurückkomme, dann will ich, dass Team Schwarz Team Rot überholt. Nee, ich will einfach schauen, ob es funktioniert. Könnte Team Schwarz Team Rot überholen? Ich bin gespannt. Ich bin gleich da. Oder wird Team Rot noch größer? Ich werde gucken. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Was sagt der Chat? 54 nur auf Rot? Was? Das gibt es doch gar nicht. Nur immer 54 auf Rot. Ja gut, dann machen wir Rot. Wir machen Rot. Ihr habt es gewonnen, Leute. Team Rot hat gewonnen. Umfrage beenden. 54% Rot. Ich hätte gedacht, wenn ich zurückkomme, kommt Team Schwarz. Aber okay. Gut. Wir gehen aber. Wisst ihr, was wir noch machen? Ihr sagt ja Team Rot, ne? Wir haben eine schwarzhaarige und eine rothaarige. Wir sind braun, ne? Braun-Rot. Aber wenn ihr sagt Team Rot, dann gehen wir Rot-Rot, ne? Wir gehen Rot-Rot, gehen wir rein. Rot-Rot-Rot. So. Und jetzt? 4.000 Chips, geht sich das ausreichend setzen? Ja, kann ich. Alles auf Rot, Jungs und Mädels. Alles auf Rot. Hier wird gesetzt. Ihr habt abgestimmt. Sollte ich verlieren, seid ihr dran schuld, dass ich mein komplettes Geld, was ich heute probiert habe, zu finanzieren, für tollen Polizeigürtel, für echte Polizisten, dann seid ihr dran schuld. Dann gibt's für Sven Rumpel keinen geilen neuen Polizeigürtel. Ich bin gespannt. Also wenn Rot kommt, dann seid ihr safe. Wenn nicht, dann werd ich nie wieder auf euch hören. Oh mein Gott, Leute. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch, Leute. Ich liebe euch. Und raus da. Und raus da. Ich liebe euch. Lieber Chat, ich habe gerade 8.000 Chips. Ich habe mein Glück versucht und habe meine 8.000 Chips. Ich werde die ausbezahlen. Ich werde das nicht mal machen. Ich werde jetzt damit nichts machen. Ich werde die einfach ausbezahlen gehen. Ich habe die. Ich habe die jetzt gewonnen. Oder sollen wir vielleicht nochmal 1.000 Chips hier reinballern? Hm. Es ist verführerisch, weil ich habe ja schon 8.000 Chips. Es ist sehr verführerisch, einmal im Rad zu drehen. Sollen wir oder sollen wir nicht? Schau mal, was der gewinnt. Vielleicht, vielleicht drehe ich auch nochmal. Eine Runde, nur eine Runde am Rad drehen und dann auszahlen lassen, okay? Eine Runde noch am Rad und dann lassen wir auszahlen. Da kriegt sich ein Loser. 750, äh, 700 Chips. Lass mich mal drehen hier. So, pass auf, Leute. Einmal am Rad drehen, 1.000 Chips weg. Und jetzt kriegen wir maybe das Auto. Maybe. Auto, Auto, Auto. Oh, 700 Chips. Na ja, geil. Einmal drehe ich noch. Ein letztes Mal. Es tut mir leid, ich habe 700 Chips bekommen. Ich muss ja noch einmal drehen. Jetzt habe ich 6.700. Es ist okay, es ist okay. Ich werde mich jetzt nicht... Ich habe nämlich das Gefühl, ich kriege was Gutes. Ich habe das Gefühl, ich kriege was Gutes. Nein. Nein, ich habe gerade 1.000 Chips für ein Auto ausgegeben. Nein, das war nichts Gutes. Gut, Chips verkaufen. Ich habe... Ich habe noch genug Chibs dabei. Ich habe jetzt einfach gleich viel Geld. Ich habe jetzt circa fast gleich viel Geld wie vor den Rummellosen. Ich habe meine Zeit verschwunden. Aber ich habe ein Wodka bekommen. Ich habe ein Wodka bekommen. Habe ich das richtig? Ist da Party? Ist da oben eine Party, wo ich nicht eingeladen bin? Da gehe ich mal hin. Rauf, aber rauf. Ja, ich bin noch da. Herr Reddington? Ja. Hä? Sie haben mich gerufen. Ich bin Herr Reddington. Wer ist? Wir haben doch gerade telefoniert, oder? Nein. Ja, doch. Sie haben mich gefragt, ob ich da bin. Herr Reddington? Ja, Herr Reddington? Ja, ich weiß nicht. Heute ist das Telefon irgendwie komisch. Irgendwie... Ich weiß nicht. Ich rufe auch immer anstatt die Person, die ich im Kontaktbuch auswähle, die Person, an die ich zuletzt angerufen habe. Herr Reddington. Reddington. Ja, ist ne Party. Ich weiß davon nichts. Hallo. Jetzt müssen wir erstmal begutachten das Undercover-Cop. Sollen wir mal fragen, ob die ne Genehmigung dafür haben, wo sie sind? Wem gehört ich? Also, ihr wisstet ihr was? Ich schmeiß mal in Schale. Ah, ja. Ich kann nicht sagen. Ich bin einfach nicht eingeladen. Ich bin einfach dabei. Die werden sich so denken, wer ist denn das? Ich hab den nicht eingeladen. die Krawatte. Die Krawatte. Wollte ich jemanden fragen, ob ich den Rücken massieren soll? Ich mach mal Beckenrandschwimmer. Danke. Die machen hier irgendeine Party. Ich bin heute nicht eingeladen. Das ist schon traurig. Oh, ist mal ein Popo kratzender Jux. Ja, ist aber eher ein Würstchen-Partier. Guck, da sind zu viele Würstchen. Zu wenig, äh, ja. Ja, da kommen doch noch Mädels dazu. Da kommen noch ein paar. Batsch, 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 batsch. Ein professionelles Verhalten wäre das ja eigentlich, ne? Was wir hier machen. Weil wir sind ja auf einer Beach-Party. Ich werd mich einfach ein bisschen unter die Leute mischen, gucken, ob die irgendwas Illegales machen. Der Auftrag eines Detektives. Um den Criminal Investigation. Es gab gar keinen Anhaltspunkt. Du musst, pass auf, pass auf. Die tolle Figuren. Die machen auf ganz normal. Das ist, macht mich fertig. Kein Alkohol, keine Drogen, kein gar nichts. Kann doch nicht sein. Eine Party ohne sowas. Ach, nee, ey. Ich will doch nur jemanden einsperren, der hier was Illegales tut. Ich werd mich hier einfach verstecken. Guck. Ich werd hier, ich werd hier gucken. Wie das aussieht. Das sieht einfach so dumm aus. Das Wasser sieht schön aus. In meinem Etwas. Aber nee, die machen ja, also ich weiß, ich hab noch nie so eine langweilige Party gesehen. Also ich glaub, ich geh da mal wieder. Die ist echt langweilig. Soll ich immer sagen, dass das die langweiligste Party ever ist? Oder mir einfach pissen? Nee, das wär doch uncool. Ich versteck mich hier in Busch, ne? Hier kann ich gut spicken. Sieht man mich da drin? Nee, ich bin eine Pflanze. Busch-RP. Nee, die machen hier echt nichts, außer schwimmen. Der Herr Unbekannte mit der Krawatte. Mhm. Ähm, würde es Sie stören, wenn ich Sie bitte, dass wir den Bereich für uns haben. Wir haben hier grad eine Familienfeier. Äh, ja, ich wollte gegen das ist eh langweilig. Okay, danke schön. Sorry. Nee, ist okay. Mhm. Die machen eine Familienfeier. Wer ist das für eine Familie, Alter? Da geh ich halt wieder. Boah, ich hab grad richtig, ich hab grad von der langweiligsten Poolparty ever, das ist einfach die langweiligste Feier, als ich jemals gesehen hab, n, 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 n Dings bekommen. Warte mal. Hallo. Äh, lohnt sich nicht. Nee? Nee, lohnt sich nicht. Langweilig. Warte mal, warte mal. Äh, sind Sie hier Herr Reddington? Nein. Äh, gehen Sie mal hin und sagen, Sie sind der Herr Reddington. Die freuen sich. Okay. Herr Reddington. Nein. Lohnt sich nicht. Marvin, echte Polizisten, gehen in den Anzug baden. Ja. Nee, mit Krawatte gehen wir baden. So, da werden wir gleich mal aufschreiben, wer das hier ist. Oder wir checken mal ab. Wisst ihr was? Jetzt gehen wir alle Kennzeichen durch und gucken, wer das ist und die werden wir dann immer aufhalten. Aufgrund dessen, dass sie mich rausgeschmissen haben. Von der Familienfeier. Ja, ich gehöre auch dazu. So, ZGL. Nee. ZGL. 9-2-1 gehört denn das? Nox, Ziegler. Sind das die Zieglers? Ist die ganze Familie die Ziegler-Familie? Liechen. Kater, okay. RS-6M. Möller, Kater, Ziegler. Es fehlt eigentlich noch so ein Müller, würde noch fehlen. No Mercy. Morgen, Entschuldigung, nicht Müller, Morgen. Da muss ja gucken, ne? Günntag. Hallo. Sind Sie wegen der Familienfeier da? Ähm, was ist denn eine Feier? Wir haben oben auf dem Dach, wenn Sie mit dem Fahrstuhl hochfahren, eine Familienfeier, da sind Sie herzlich eingeladen. Es gibt gratis Pizza und am besten Sie fragen die Dame im Bikini nach der Pizza. Die hat die ganze eingesteckt. Also es gibt gratis Pizza da oben. Kann ich Ihnen empfehlen. Okay, ich würde eigentlich gerade noch meine Chips reinlösen gehen. Ne, aber gehen Sie mal aufs Dach, das ist echt cool, das ist eine richtig coole Party, richtig gute Stimmung oben. Kann ich Ihnen empfehlen. Sind der, von wo sind Sie gekommen ungefähr? Sind Sie aus der Stadt gekommen oder sind Sie hier über den Isabel gekommen? Ähm, ich bin die ganze Zeit schon hier. Ich bin der, ähm, Achso. Ich bin der Einpacktypes, der Ihr Auto wegstellt, weil ich, weil der Familienfeier war. Kann ich Ihr Auto irgendwo hinstellen, der Herr? Äh, nö, passt schon so. Ne, weil ich wollte dann nur sagen, dass Sie hier halt aufpassen sollten, weil da ist irgendwie so ein Auto, das hat mies Kaugummi hier. Das ist wirklich wie ein Stein. Okay, ein Kaugummi-Auto? Nein. Okay. Aber richtig. Ist das mit auf der Fahrbahn? Ja, mitten auf der Fahrbahn. Ja, verstehe ich. Kann passieren, ja. Also, es ist gefühlt schon grad ein Motorradfahrer drüber geknallt. Motorradfahrer, ja. Ich, 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 der hat einen Spitz bekommen, ja. Ich bin jetzt auch drüber geknallt. Alles klar. Ja, da müssen Sie aufpassen. Da müssen Sie besser aufpassen. Wie gesagt, oben, wenn Sie hochgehen, äh, Stockwerk, links Fahrstuhl hoch, da gibt es noch gratis Chips. Okay. Also, ganz cool dort. Ich hab dort jetzt, äh, 1000 Chips verspielt. Einmal fragen nach Chips und Pizza, ist voll cool dort. Naja, schau ich mal vorbei. Ja, geht richtig die Stimmung ab dort oben. Richtig, richtiger Burner. Richtiger Party Burner. Ist der richtige After Burner. Ja, so, ja, das, das habe ich, wenn ich Chili Cheese Nuggets esse. Da haben Sie recht, aber. Ne, da oben gezählt. Ich weiter eigentlich nicht dieses After. Ach so, ja, gut. Egal. Gut, ich wünsche Ihnen viel Spaß da oben, ne. Und vergessen Sie nicht, nehmen Sie Ihre Schwimmflüge mit, wenn Sie nicht schwimmen können, weil oben geht richtig die Party ab. Warte, da wird eine Arschbombe reingemacht, so einen breiten Arsch, wie scharf da ist, das ist weggeleert, das sage ich Ihnen. Ja, dann machen Sie. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Schöner Aufenthalt. Ja, aber nicht hier unten stehen, ne. Nein, nein, ich muss jetzt leider weiter. Ich muss für die Familienparty noch ein bisschen Pizza besorgen. Alles gut, ciao, ciao. Ja, tschüss. Nicht vergessen, Fahrstuhl, erster Stock hochfahren. Aufs Dach. Boah, ich bin so ein Arsch, ne. Aber ich finde das lustig. Jetzt kommt der, jetzt geht der dann nach oben und fragt, Apizza und Chips. Können Sie sich bitte, können Sie bitte weg von unserer Familienfeier? Bitte gehen Sie weg von unserer Familienfeier. Boah, hab ich noch was bekommen? Tut mir halt echt leid. Das war halt lustig. Als einzige Officer. Ne, das habe ich schon gesehen. Habe ich noch irgendeine Nachricht bekommen hier? Neuer Chat. Sollte Ihnen aber zum Beispiel bei Zinsen... Ah, das ist, das ist der Chief of Police. Jawohl. Äh, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. So, neue Nummer. Blabada blub. Dispatcher, was sagt er denn? Zwei Einsätze. Anwalt für Wilhelm Richter wartet im Empfang im MR. Ja. Wie die... Meine Frage. King Fall hier. Kümmert sich jemand um den Anwalt im MRPD? Ja, mache ich gerade. Sind vor. Schauen wir mal hier dann scheinbar ein anderes Ding. Ah, so geht das. Könnt ihr sonst nämlich den zweiten Dispitch übernehmen mit dem Waffenschein? Ja, okay. Ah, so ruf ich den mal an. Oh, bis wir doch anrufen hier. Oh, wir rufen den Ship da ab. Na, hebt doch jetzt ab oder nicht. Na, geht bitte. Na, geht bitte. Na, geht bitte. Da lege ich aber direkt wieder auf. Eine Präpotenz. Ich bin mir extra rechts an den Verkehr gestellt. Ich weiß es nicht. Ja, fangen wir mal anrufen. Wir schauen, was da los ist. Wenn schon da drüben eine Familienparty abgeht um die Uhrzeit. Die langweilste Familienparty ever. Oh, ping wieder auf 166. Perfekt. So sehe ich das gerne. Oh, es wird schon angerufen. Perfekt. Ja. Ja. Günntag. Sie hatten mir angerufen? Ja, wegen dem Waffenschein. Ähm. Da macht eigentlich am Abend meistens eine Waffenscheinstelle auf. Das wird oft angekündigt. Okay. Da müssen Sie einfach ein bisschen die Augen offen halten und dann bekommen Sie den Waffenschein ausgestellt. Aber da gibt es halt Waffenscheinstellen anzeigen oft. Wenn es soweit ist. Okay. Ja, gut. Dann weiß ich Bescheid. Alles klar. Einfach die Augen offen halten heute Abend. Wenn mehr los ist, dann werden auch wieder welche ausgestellt. Alles gut. Ich danke Ihnen. Jawoll. Wieder. Ja. So. Warum war der markiert bei mir? Keine Ahnung. Das wissen wir nicht. Funk lauter? Nö. Funk ist angenehm. Wir sind jetzt. Wie viele Cops sind wir jetzt? Zwei. Wir sind ja immer zwei Cops. Das ist traurig. Alles zu machen. Schande. Ich muss sie dann abholen. Ja. Also heute kann ich ja nicht allzu lang streamen, wenn ich sie abholen muss. Ähm. Mann. Und ich wollte eigentlich, dass der Server heute crasht mit einem Stream. Das war heute mein Ziel. Heute ist der Server bei Crash wird an sich. Das war heute das Ziel on stream. Aber leider nicht geschafft. Macht es ein bisschen blöd zum debuggen für mich. Macht es ein bisschen blöd gerade. Tch. Äh. Äh. Bitte. Was ist da los? Okay. Ich frag gar nicht. Ich lass den einfach stehen. Vom wo abholen? Vom Delphinclub. Vom Delphinclub hole ich sie ab. Mh. Schande ist im Delphinclub. Das heißt da schwimmt man mit Delphinen im Club. Mit Clubmusik. Ist ein ganz tolles. Ein ganz toller Club ist das der Delphinclub. Mh. So dumm. Ach. So blöd. So. Mh. Ab in den Helikopter. Ja. Mh. Mh. Das hab ich noch gar nicht vorgelesen hier. Ähm. Max. Danke nochmal für 249 und Mr. Tomatensauce. Das ist mein aller. Meine erste Spende. Danke für den tollen Content. Ich hab zu dir das Video gemacht. Vielen Dank. Vielen vielen Dank. Wie heißt das Lied von. Ach jetzt hab ich das auch nicht vorgelesen. Von Marki oder Marcy. Wie heißt das Lied von dem eben was so rubbelose aufgemacht ist. Ich weiß nicht. Ich hab's Polenbeat genannt. Das hier. Das hier. Das ist mein Polenbeat. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß nur was von Epidemic Sounds ist. Ah. Sorry. Ich hab's leider nicht abgespeichert als original. Ich hab einfach Polenbeat drauf. Weil es hat schon einmal wer gefangen. Ich konnte ihm das nicht sagen. Nr2005 kannst du mich grüßen. Was hab ich verpasst. Du hast alles verpasst Bruder. Alles. Ganze Action ist schon vorbei hier. Alles hat Action schon vorbei. Autos ist glaube ich auch ganz. Ah doch Autos verkauft was einer. Da. Ja. Kaufen wir uns für 36.000 irgendeine alte Krücke. Wobei ich hätte übelst gern. Hätte ich gerne einen GTR R34 als Polizeiauto. Wär schon cool. Würde ich hart fühlen. So wie der letzte Cop letztes Mal. Ne. Mit diesem roten GTR. Der mich hops genommen hat. So ein Stück Gacki. So ist Gacki. So. Aber danke Robert. Danke. Aber da ist er nicht der Autos Verkäufer. Ja ja ja. Ja ja ja. Da ist er nicht. Stink. Ne. Ja ja ja. Ja ja. Da ist er der Autos Verkäufer. Ich glaube fast. Sieht da noch aus. Sieht da noch aus der Typ ist hier. Es sieht ein bisschen strange aus. Ich kann das alles nicht mehr Leute. Ich kann das alles nicht mehr. ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich. 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 Also das Kennzeichen. Ne. Ich kann das alles nicht mehr. Ich. 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 das ist. Das ist. Das ist. alles zu viel. Ist der hier Angestellter. Hallo. Sinds. hier angestellt. Ja. Ich. Ich weiß nicht ob das Kennzeichen so zulässig ist. Wieso? Hast du schon mal das Kennzeichen angeguckt? Was da drauf steht? Sogar eins mit Pornhub. Mhm. Ob die zulässig sind bin ich mir unsicher. Mhm. Was sollten sie vielleicht mal ändern gehen? Wollen sie doch nur haben die Kennzeichen. Seien sie doch ehrlich. Oh ne. Äh. Das. Das nicht. Ne. Also da. Da blutet mein Herz. So sah ich ihn. Wenn ich sowas seh. Wieso? Ja. Also. Gucken sie mal das Kennzeichen. Wer fährt denn sowas? Das kann man euch nicht ernst nehmen. Ach. Und der hat das andere. Oh. Perfekt. Super. Ne. Das ist nicht. Das ist nicht meins. Ne. Ne. Ich sag ja. Warten sie ganz kurz. Hallo. Guten Tag. Sind sie stolz drauf dass sie das auf dem Kennzeichen haben? Stehen sie dazu? Ja. Boah. Okay. Ist das illegal? Ja. Ich glaube nicht dass das so zulässig ist. Das ist wie wenn ich hier sowas beleidigendes gegenüber Cops raufschreibe aufs Kennzeichen. Also ich weiß ja nicht. Ähm. Oh. Das müssten wir. Das müssten wir fast im Peti nachfragen ob das zulässig ist so mit dem Kennzeichen. Dann machen wir das. Ob die Anmeldungstelle so zulässt. Ja gut. Ich äh. Mhm. Was kommen wenn sie den Brief kriegen? Also ähm. Ich wurde damit schon öfters angehalten. Keine Sorge. Ja. Wie gesagt. Wir wurden schon öfters angehalten. Das müssen wir klären. Wir müssen das Gesetzbuch klären. Ich glaub das ist in Ordnung so. Ja US Marsch hat sie angehalten. Nein. Ich arbeite bei den US Marsch. Sie arbeiten dort. Und dann haben sie so ein Kennzeichen. Uiuiuiuiui. Ich darf den Kollegen erzählen. Ähm. Die feiern das. Ah echt? Ja. Ach du Scheiße. Wenn ich das richtige Kennzeichen habe. Jaja. Mhm. Also andere Aufsage haben dazu auch nichts gesagt. Naja. Ja. Ja. Sind jetzt auch Verkäufer zu dich? Ich verstehe sie grad nicht. Was haben sie gesagt? Oh. Okay. Ich verstehe sie grad nicht. Was haben sie gesagt? Ich verstehe sie wirklich nicht. Okay. Ich verstehe sie. Ich verstehe sie aber auch gerade nicht. Ne. Man hört sie grad schlecht. Jetzt geht's glaub ich wieder besser. Können sie jetzt mal reden? Besser? Ja jetzt ist besser. Okay. Okay. Sind die Autos Verkäufer? Ich? Nein. Okay. Aber ich. Ah das ist gut. Ich würde mir gerne einen Raptor kaufen. Ja machen wir. Gehen wir hin. Gute E. Denn tschüss sehr her. Tschüss. Wunderschönen. Wunderschönen Nissan. Ach ne alter. Das ist einfach so viel ey. Dann ist. Dann arbeitet der noch bei den Marsch und sagt das finden die gut. Und er kommt um die Ecke und sagt. Aber dann gucken wir mal was am Kennzeichen steht. Das würde mich mal interessieren was im Gesetzbuch steht wegen Kennzeichen. Ähm. Ähm. schon mal mal Kennzeichen. 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 Ähm. Gibt keine Regeln für Kennzeichen. Es gibt nur schwer zu kennende Kennzeichen. Wie zum Beispiel. Wir sollten vielleicht. Wir sollten da vielleicht eine Regel schreiben. Weil das ist für mich halt etwas too much für die Kennzeichen. Weil theoretisch könnten die dann sowas wie ACHB oder so auch drauf schreiben. Weil es nicht drin ist. Aber alter das kriegst du ja in real life kriegst du das niemals zugelassen. Niemals kriegst du sowas zugelassen. Niemals kriegst du sowas zugelassen. Und ja es gibt schon. Es gibt schon. Es gibt schon komische Kennzeichen. Aber halt nicht so offensüchtliche. Obis Kennzeichen. Eier 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 E Den halten wir mal an. Guten Tag. Wir sind schnell unterwegs gewesen. Ja, möglich. Das war doch 1 kmh vor Führerscheinentzug. Ich gebe mal bitte den Führerschein. Aber gerne. 159. Im Achtziger. Ui, ui. Ja, sehr aggressiv. Herr Johnson, warten Sie ganz kurz. Kennzeichen haben Sie dran, ne? Lauch, das ist mal ein schönes Kennzeichen. So, Herr Johnson. Er ist nicht sowas wie heute Lamborghini Huracan P. Wird Dave Johnson angemeldet. So, kriegen Sie wieder. Ich schreibe in der Rechnung in Höhe von, ähm, von, ähm, Dings hier, ähm, 3000 Dollar. Äh, das ist immer kurz davor hier tatsächlich, ähm, sehr viel Geld zu bezahlen. Oha, okay. Und den Führerschein. Das stimmt. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Kannst du das Tilt begleichen? Äh, ja. Rechnungen haben Sie eh keine Umgebung. Ah, doch, haben Sie. Irgendwie haben die Taxifahrer heute irgendwie alle Glück. Ich bin mit 162 gewitzt worden, nichts passiert. Ja, auch nicht wirklich. Schau mal eben nach. Sie haben hier auch noch ein paar offene Rechnungen, ne? Sehe ich gerade. Die unterreiche ich direkt mit, ja. Jawohl. Alles was Sie können mitleusten. Äh, die eine 3000 Dollar Rechnung, die, äh, ist noch in Bearbeitung. Alles klar, verstehe ich. Also in Eklärung. Jawohl. Ja. Perfekt. Aber der Rest ist jetzt bezahlt. Alles klar, gut. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß hier bei Lasertick oder was Sie auch hier immer machen. Ja. Nächstes Mal langsüberfahren. Das war echt kurz davor, dass es der Führer schon weg wäre. Gut. Weiß ich Bescheid. Danke schön, schönen Abend. Tschau. Der Pinker hat gesagt, andere vom Server haben auch nichts gesagt. Ach, Lost, Alter. Lost, Boy. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es nicht mitbekommen. Das gesagt hat, andere vom Server. Das ist, ich weiß nicht, was heute los ist, Leute. Aber heute ist alles im Arsch. Ich sage euch, wie es ist. Heute ist kompletter Lost Day auf RLO. Ich schwöre auf alles. Ich weiß nicht, was heute mit den Leuten los ist, aber das stimmt nicht. Oder liegt es an mir. Hau ich einen schlechten Vibe an die Leute raus, dass so viel Scheiße hier passiert heute. Ist ja echt. Oh, der Song heißt, My White von Waycap. Okay, so heißt der Song. Muss ich mal, warte, ich suche mal schnell. Vielleicht ist er das wirklich. Von Epidemic müsste er nämlich sein, ne? Könnte sein, ne? Ja doch, Epidemic Sound. Das ist es, glaube ich. Accept. Die Leute unbedingt wissen, wir wollen wieder Pullen-Song heißt. Ja, das ist er. Ja, das ist er. Oh, der Geiler Song. Muss ich nicht, dass er Vocals hat. War geil. Der hat Vocals. Ah. Das ist gut. Aber es heißt My White und ich habe das Instrumental davon. Das habe ich gar nicht bemerkt, dass das der Pullen-Song ist. What the hell? Geht ja voll ab. Gibt es da noch was? Explicit. Ja, geht voll ab. Ah, Clean Version gibt es auch Opala. Was gibt es da noch alles von dem? Oh. Okay. Okay. Das können wir hören am Auto. Das hört sich aber geil an. Warte mal, ist das ein Beat? Ich dachte, der Anfang richtig geil und dann so, äh. Macht, macht gute Musik hier, aber hier, ähm. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja doch. Doch, doch. Hört sich gut an. Hört sich, hört sich lecker an. Perfekt. Haben wir das auch wieder hinter uns? Ah! Hab gar nichts gemacht, gar nichts. Echte Polizisten-Gibärn-Zuball. Jetzt habe ich schon vorgegeben, dass ich bin so der Trottel. Was auf dein Handy? Was auf deinem Handy? Tanken nicht vergessen. Ich muss jetzt eh, äh, glaube ich, langsam mal, äh, langsam mal gehen. Muss ich weggehen? Wie, 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 wieso wann geht das? Ich muss jetzt leider fahren. Ich muss Schandle holen. Oh, der, mein Tank ist gleich leer. Ja, super. Ich gehe mal rechts ranfahren. Oh, heute geht ja alles schief, was schief gehen kann, ne? Alles geht schief. Aber mein Kanister habe ich dabei immer etwas. Sind jetzt keine Mods mehr da? Also, ich habe vorher noch welche gesehen. Außer, sie verstecken sich gerade. Außer, sie verstecken sich gerade. Ne, ich sehe, äh, wobei, nein, wo sehe ich. Ich glaube, letztlich die lasten Worts. So, stopp, 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 stopp. Also, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Der im Outdoor ist, hat andere, äh, Officer, haben wir nicht gesagt. Achso, Officer, ja. Nicht Server. Irgendwer hat verstanden, auf dem Server. Der hat aber Officer gesagt, nicht auf dem Server. Oh mein Gott. Ey, dann ist der Chat aber wieder lost heute. Oh mein Gott, Alter. Ey, Leute, ich weiß nicht, was heute hier abgeht. Aber, ich bin lost, der Chat ist lost. Die Spieler sind lost. Wir sind heute alle lost. Wo ist gerufen im Funk? Ja, ich antworte nicht drauf. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich gehe jetzt, äh, 10-7. Ich habe es ja nicht gehört. Ähm. Ist das meiner? Ne. Alter, ich dachte kurz, der ist Double. Ich habe jetzt ein Double. So, Light Ball. King 4, 10-7. Der hat es nicht mehr gehört. Schade. Der wird schon ein Arsch. Ne, aber ich, äh, wenn ich das nicht höre, mehr P, dann ist es halt so, denke ich mir. Wurde ich ausgetragen. Ich bin sogar noch drin. Holy moly. Wobei, ich, es gibt ja einen Trick. Wir können hier ganz easy, zack und zack. Nie wieder lange Austagung, Leute. Nie wieder lange Austagung. Wir machen aber so. Ich verstehe nicht, warum ich früher mich immer anders ausgetragen habe. Wir kopieren und pasten einfach. Fertig. Nie wieder Probleme im Alltag. So, ähm. Ich muss mich hier abmelden und dann geht's Richtung... Richtung Auto. Dann machen wir einen Real-Life-Stream. R-I-L-Stream. I-L-Stream. Servus. Guten Tag. Ah, setze ich mich in den Pa... Gibt's einen Pausenraum? Ah ja, oben setze ich mich immer hin. Ist das inzwischen gecrasht? Nein, leider nicht. Es ist leider sehr... Ja, aufwendig. Aber warte, ich kann nur ganz schnell schauen. Ähm... legen wir noch mal Nue-TЬ-Stream. Ja. Auchunächst. Mysuiti-Stream. Als vorher cohtyren, closer wenn wir uns aus. Jetzt plugieren, was mit der Taapg дости затем. Nichts mimicking? Barsch. Ja. Und jetzt und meine Herz. Dabufe. Und fest So. Ah, da ist er ja zugesperrt. Da oben ist er zu, ist er unten offen. So. Ja, Robert. Da sind wir schon wieder. Mit dem Baseball, würde ich schon sagen. Was ist da nochmal? American Football. Ein Football ist das, ja. Natürlich. Von wem unterschrieben? Von... Ich kann Sandy nicht auf Mabuk.de, weil er wieder alles laggy ist. Boah, bitte. Server, ich will doch nur, dass du crasht. Bitte. Sind wir kurz davor? Ich glaube, er ist gecrashed. Ne, ach komm. Das hat mich gerade gefreut. Äh. Jetzt habe ich 50 Mal... Oh, ne. 50 Mal aufgemacht. Hinten an einer Kacke. Wollen wir gucken, wem das hier gehört. Oh. Awarded to 1989 MVP BJ Smith Y-City Members. Ah. BJ Smith steht da drauf. Okay. Y-City Mambas. Also Mambas, das sind die, ähm Äh, das Ding, die, äh, ja. Wie heißt das? Das Team heißt so anscheinend. Cool. Von 1989. Wobei Y-City, äh, geht der Y-City, spielt ja in in den 80ern, ne? Schon strange. Das heißt, der war in Y-City drin, der Ball. Mhm. Das heißt, damals gab es die Marke Prolips schon. Die hier drauf ist Prolips. Obwohl die schon, die sieht relativ neu aus, die Marke, ne? Mhm. Auf was wir alles drauf kommen, ne? Krass. So viele Sachen, so viele Gegenstände zum Begutachten. So. Liebe Leute, ich muss leider, 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 leider weg und, äh, Standel abholen. Das heißt, ähm, für uns, wir müssen jetzt leider getrennte Wege gehen, glaube ich, für das Erste. Und wir sehen uns dann aber vielleicht sogar morgen oder so. Oder vielleicht, ja, gut, einen IRL-Stream mit dem Auto, das werde ich nicht hinkriegen, Leute. Er war halt nur eine Idee. Aber wie soll ich das hinkriegen? Ich hab, ich hab noch nie, noch nie auf dem iPhone oder so gestreamt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich hab, glaube ich, einmal auf Instagram habe ich gestreamt, ne? Was bringt's mir? Ich kann ja nicht Auto fahren und auf den Text gucken, ne? Geht ja nicht. Das geht leider nicht. Da, das, da würde ich mich strafbar machen und da würde ich den Verkehr, ähm, beeinträchtigen. Das machen wir nicht. Jetzt krieg ich noch eine Anzeige ins Haus gesendet, weil ich dann im Fahrzeug meinen Stream anhabe. Wobei, wir macht denn das ein Tanzverbot, der macht, äh, wobei, der guckt ja nicht auf den Chat, oder? Oder guckt ja auf den, oder hat der so einen, ähm, Text-to-Speech vielleicht. Mit Text-to-Speech wäre das geil, wenn man dann mit dem Chat reagieren könnte, dann wäre es ja okay. Text-to-Speech und dann das Handy weglegen, dann wäre es wie Freisprechanlage. Weil wir im Auto fahren, wäre ich sicher nicht den Chat lesen, weißt du? Auf gar keinen Fall. Ja, Text-to-Speech wäre gut. Mach das Handy ans Lenkrad. Auf TikTok. Ja, auf TikTok, das ist sowieso krass, auf TikTok wirst du direkt gebannt, wenn du im Handy, äh, wenn du mit dem Handy Auto fährst. Auf TikTok wirst du direkt gesperrt. Da sehe ich immer, wenn Leute, ich hab mal einen Polizisten gesehen, echter Polizist, der saß im Auto mit einer Radarfalle und hat geblitzt und TikTok hat jedes Mal das Video runtergenommen, aufgrund von, ähm, Driving, währenddessen er halt am Handy ist. Und der saß halt nur da am Parkplatz und hat halt Leute geblitzt und hat so oft die Reports bekommen, also TikTok ist da die schlechteste Plattform dafür. Nee. Zeigst du dich etwa? Nein, 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 nein. So. Jetzt aber, liebe Leute, vielen Dank für alle, die heute noch dabei waren. Es war ein kompletter, chaotischer Stream heute. Ich glaube, so einen Chaos-Stream hatten wir noch nie. Und wir sehen uns, dann hörst wahrscheinlich, äh, morgen oder übermorgen. Schauen wir mal. Gut. Bis dann, Leute. Tschüss, Sikowski. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bei eurem ASMR und ciao.